Ja, ich war noch nicht fertig. Also es wäre ganz kurz ein Satz noch. Es wäre so oder so passiert durch die Flüchtlingswellen und Einwanderung, die es danach auch noch gab. Aber man hat damals schon in den 60er Jahren gemerkt, dass das nicht kompatibel ist und hat sich Arbeiter aus Spanien, Italien und Griechenland geholt. Ist deine Familie als Gastarbeiter gekommen oder als Flüchtlinge? Als Flüchtlinge tatsächlich. Würdest du mir sagen, in welchem Jahr? Also kann man das fragen. Ja, in den späten 70er Jahren. Aus der Türkei? Aus der Türkei, ja. Wegen dem Militärputsch oder? Nein, allgemein, weil du als Aramäer einfach gefährlich gelebt hast. Bis heute sogar noch. Also es ist nicht ohne in der Türkei zu leben als Christ und war es in den 80er, 90er, 2000er Jahren. Wir haben es vereinzelt noch 2010, haben wir noch Fälle gehabt, wo Menschen einfach verschwunden sind und auch nicht mehr aufgetaucht sind. Und all so Sachen. Also das zieht sich jetzt. Momentan ist es nicht das Problem. Aber wer weiß, wie das in zehn Jahren wieder aussieht, wenn man aufgibt und sagt, ey, wir wollen doch nicht in die Europäische Union. Also wir sehen viele Sachen, die die Regierung bereitwillig macht, um in die EU zu kommen. Obwohl der Präsident das jedes Mal sagt, dass das nicht das Ziel ist. Aber wir kennen seine Rhetorik. Natürlich ist es das Ziel, in die EU reinzukommen. Und da haben wir auch Zugeständnisse gemacht, wie zum Beispiel letztens wurde das erste Mal seit Anbeginn der türkischen Republik eine Kirche eingeweiht, neu gebaut. Aber das ist ein Tropfen auf den heißen Stein, um zu zeigen, so guck mal, wir sind hier auch religionsfreundlich und lassen andere dann auch gewähren und haben dann mal eine Kirche bauen lassen. Aber hat, ich weiß nicht wie viel, 100 Kirchen verwahrlosen lassen, weil man die nicht renovieren durfte, nicht predigen durfte, keine Priester ausbilden durfte und sonstiges. Also da ist eine Kirche wirklich nichts. Ja, natürlich, aber rein theoretisch gesehen garantiert der Staat jedoch deine Religionsfreiheit in der Türkei. Weil der Staat ist ja laizistisch. Ja, ja, was theoretisch gesehen gemacht wird, aber dann praktisch nicht gemacht wird und dann sogar noch das Gegenteil gemacht wird. Also wenn es ja so wäre, guck mal, wenn es so wäre und wir uns so wohlgefühlt hätten als Aramäer oder als Armenier oder Pontusgriechen oder welche Christen da auch immer leben, denkst du, dann wären wir geflohen? Ja, deswegen habe ich ja gefragt, ob ihr geflohen seid oder als Gastarbeiter geflohen seid. Ihr sagt ja doch, ihr habt Flüchtlinge. Ja, natürlich, da gibt es auf jeden Fall einige Probleme, vor allem in der Region, wo ihr herkommt. Ja, natürlich, doppelt, doppelt, von links und von rechts. Die Aramäer waren in einer Zickmühle, die waren eingekesselt, also von oben die Kurden und von unten die Türken. Und die beiden im Krieg, wir mittendrin, ja, und dann kamen Aufträge zum Beispiel von der türkischen Regierung an die Kurden, uns zu überfallen, dies, das zu machen. Und die Kurden haben das dann auch gemacht. Ja, also die Kurden haben sich mitschuldig gemacht an dieser ganzen Sache. Da kann man auch offen drüber reden. Nochmal, bitte, fühlt euch nicht angegriffen. Wir reden hier von Menschen, mit denen ihr nichts zu tun habt, aber das ist halt einfach Tatsache. Ja, natürlich, aber... Ja, Rudi, Brudi, frag doch einfach deine Familie in Tel Aviv, ob es viele Moscheen gibt. Die wissen doch bestimmt besser Bescheid. Sag ja, Rudi, er soll hochkommen. Ich bin, wir haben ja auch, wenn man sich mal anschaut, vor ein paar Wochen gehabt, dass der Chef der Taliban einfach so in Deutschland in der Moschee gesprochen hat, in der Hauptmoschee der DITIB. Und ich weiß nicht, ob es bis jetzt Konsequenzen oder sowas gibt. Nein, hat es nicht. Ja, deswegen, ganz ehrlich, wenn so jemand da predigt, der Hinrichtungen autorisiert hat, der die Menschenwürde mit Füßen tritt und da noch problemlos reden darf. Ich meine, der ist ja da nicht angekommen und gefragt, ja, hi, ich bin jetzt mal aus Afghanistan hingekommen, darf ich hier mal spontane Rede halten oder so. Aber Moritz, zum Thema Hinrichtungen legalisiert hat, in Amerika sind Hinrichtungen auch legal und der amerikanische Präsident darf doch auch in Deutschland reden. Also da muss man noch ein bisschen korrekt bleiben. Willst du jetzt ernsthaft Amerika mit der Scharia vergleichen? Nein, aber du hast ja jetzt die Hinrichtungen angesprochen und ich spreche halt die Hinrichtungen in Amerika. Man muss fair bleiben. Wirst du wegen Mord, wirst du meine ich, hingerichtet und das auch nicht in allen Staaten. Und du hast jetzt in Afghanistan, hast du Hinrichtungen wegen Ehebruch, unter anderem Auspeitschungen auch. Du hast, wenn du andersgläubig bist, hast du da schon Probleme. Also du hast in Afghanistan wegen Lappalien, um es jetzt mal so zu sagen, wegen Lappalien, hast du da schon hingerichtet? Und guck mal, Schukuseng, ganz ehrlich, pass auf. In Afghanistan reicht es, wenn zwei Männer behaupten, dass die Frau so und so gemacht hat. Nein, andersrum sogar. Ein Mann reicht als Zeuge. Eine Frau muss schon zwei, drei Frauen aufbringen nach islamischer Rechtsprechung. Aber es reicht schon, wenn du sagst, die Frau hat das und das gemacht. Dann landest du auf dem Sportplatz und dann bist du gesteinigt. So in Amerika kriegst du eine Todesstrafe für den Mord. Und nochmal, ich bin absolut gegen die Todesstrafe. Wirklich absolut, auch in Amerika. Ich bin voll dagegen. Zu 100 Prozent. Zu 100 Prozent. Aber nochmal, wir können hier nicht Äpfel mit Bieren vergleichen. Das ist das, was Moritz sagt. Es ist Fakt, dass in Afghanistan diese Todesstrafe, die du da bekommst, wirklich nicht zu vergleichen ist mit einer Gerichtssprechung, wo auch Fehler passieren. Also jetzt nicht gleich sagen, ich bin verrückt oder habe so einen romantisch verträumten Blick auf die USA. Da sterben auch Unschuldige. Also es sind schon zig Leute, die haben die Todesstrafe bekommen, wo sich dann letztendlich herausgestellt hat, dass sie unschuldig sind. Also diese Sachen gibt es da auch. Und deswegen, das ist ja auch der Grund, warum ich absolut zu 100 Prozent gegen eine Todesstrafe bin, weil ich der Meinung auch bin, nur Gott darf bestimmen, wer stirbt und wer nicht. Das ist eine ganz einfache Sache. Wenn Gott das so will, dann will er das so. Ganz einfach. Aber als Menschen hinzugehen und Menschen zu ermorden, ist aus meiner christlichen Sicht nicht erlaubt und keine schöne Sache. Aber nochmal, um nochmal zurückzukommen, aber wenn es so leicht ist, so leicht ist, aufgrund der Religion, dass ich hingehe und sage, die hat Ehebruch begangen, die hat so und so gemacht, der hat das und das gemacht, der hat zack, alles klar, auf den Sportplatz. Wir kennen die Bilder aus Afghanistan, wo Fußballstadien zweckgefremdet wurden und man da Massenhinrichtungen gemacht hat. Und überwiegend wirklich sehr, sehr viel Frauen. Wirklich sehr, sehr viel Frauen. Aber natürlich, aber das ist ja kein Problem des Islams jetzt, weil beispielsweise es gibt ja genug muslimische Länder. Ja, natürlich im Christentum hast du Steinigung, du hast im Christentum keine Steinigung und der Steinigungsbefehl, interessante Geschichte auch, der im Koran angeblich drin gestanden wäre, wurde von einer Ziege gefressen. Ja, natürlich, aber guck mal, bei vielen islamischen Ländern oder islamisch geprägten Ländern wird doch sowas gar nicht praktiziert. Wir können ja jetzt wieder über die Türkei reden. Weil sie Handelsbeziehungen und so noch aufbauen wollen. Ich meine, du siehst doch, was mit Afghanistan passiert. Afghanistan kann keinerlei Handelsbeziehungen zu irgendwelchen westlichen Ländern oder so machen, weil da ganz klar ist, also Entwicklungshilfe geht da runter, was auch aus meiner Sicht falsch ist in der Sicht, aber du kannst das doch insofern nicht vergleichen. Die Scharia damals, die in den Kalifaten geherrscht hat, die konnte durchgesetzt werden, weil man die weltliche Macht hatte, weil man sich erlauben konnte, da konnte man Sexsklavin, alles drum und dran nehmen. Jetzt stell dir mal vor, ein Land würde legal Sexsklaverei, also würde Sexsklaverei legalisieren, was dann in der Welt für ein Aufschrei los wäre. Ja, natürlich. Es wird inoffiziell noch gemacht, also inoffiziell gibt es diese Märkte leider noch, aber das offiziell ist es verboten. In Mauretanien ist es, meine ich, erst 2006 oder 2008 verboten worden. Aber was ist denn beispielsweise jetzt im Westen Prostitution, ja, TikTok-sportlich? Das ist doch auch eine Form der Sklaverei, der Sexsklaverei TikTok-sportlich. Meine persönliche Meinung dazu ist auch, dass man Prostitution verbieten sollte, ganz ehrlich. Safe. Die Frage ist halt, das ist halt leider das Problem, unsere Gesellschaft ist nicht weit genug, ich glaube, dann würden die Vergewaltigungen ansteigen, aber ich bin ganz klar an sich gegen Prostitution, das sollte verboten werden. Aber Schukuzeng, Prostitution, guck mal ganz ehrlich, also erstmal müssen wir unterscheiden, ist das eine erzwungene Prostitution oder ist das eine freiwillige Prostitution? Also macht die Frau das freiwillig, weil sie Geld verdienen möchte oder vielleicht auch sogar, Gott bewahre, Spaß daran hat, ja, das gibt es tatsächlich, ja, aber wir haben auch tatsächlich wirklich überwiegend, und das ist meine Meinung, dass es mehr, also zum Beispiel durch Drogensucht, die rutschen da rein oder aber auch wirklich durch Zuhälterei, ja, aber da müssen wir auch wieder gucken, wer macht das überwiegend? Das sind kriminelle Menschen, die Frauen in diese Prostitution zwingen, ja, das sind meistens Organisationen, das sind Rockerbanden, ja, und sonst irgendetwas oder auch albanische Mafia, russische Mafia. Die Osteuropäer am meisten, die das machen. Genau, nein, nicht nur, nein. Die Banden sind aber auch unterwandert inzwischen, also die ganzen Rockerclubs und so sind inzwischen auch schon muslimisch unterwandert. Ganz genau, warte ganz kurz, Schoko Seng, bitte, wir müssen bei den Tatsachen bleiben. Darf ich noch mal was sagen? Ja, ganz kurz, ich bin sofort fertig. Nicht nur osteuropäische, sondern auch wirklich durch Clans und sonstige, also Prostitution erzwungene, haben wir durch die Gesellschaft durch, von kriminellen Organisationen und das hat ja nichts mit den Regierungen hier zu tun oder sonstiges, ja, also wenn eine Frau das freiwillig macht, ich sag dir ganz ehrlich, ich bin der Letzte, der, ich finde das nicht gut, aber ich bin der Letzte, der einer Frau sagt, was sie zu tun hat und was sie nichts zu tun hat. Das ist eine ganz einfache Sache. Eine Frau entscheidet über ihren Körper komplett selber, ganz einfach. Ausrüstlicher Sicht, ich finde das, nur ganz kurz, ich finde das nicht gut, also nicht falsch verstehen, aber ich werde einen anderen Menschen nicht sagen, was er zu tun hat und was er zu lassen hat, ganz einfach. Ja, ich gebe dir recht, aber guck mal, als ein Mensch, der diese Kreise kennt, ja, kann ich euch versichern, dass die meisten Männer, die so etwas machen, aus dem osteuropäischen Raum kommen, sprich Rumänien, Bulgarien. Ja, ich kenne diese Kreise auch. Ja, die gibt es, es gibt aber genauso viele auf der anderen Seite und da ist ein unerbittlicher Krieg zwischen diesen Organisationen. Wenn das alles so easy peasy wäre und das nur aus diesem Raum kommen würde, dann würden die sich da untereinander schon irgendwo verstehen, weil die miteinander vernetzt sind. Es gibt aber richtige, regelrechte Kriege untereinander in der Unterwelt, um Türen, um Schuss. Und das sind Muslime, ja? Das sind immer die Muslime. Nein, 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 hörst du nicht zu? Doch, ich höre zu, aber dein Kollege meinte vorhin, die sind doch muslimisch unterwandert, die Rockerband, stimmt doch gar nicht. Ja, das stimmt, was dieser Moritz gesagt hat, genau. Die sind auch gar nicht. Jamal, ganz kurz, guck mal, nochmal. Wir haben gerade gesagt, das ist eine, das sind kriminelle Organisationen, der Schukuseng sagte, überwiegend aus dem osteuropäischen Raum. Ich habe gesagt, nein, nicht nur, sondern wir haben das Phänomen auch auf anderer Seite. Es ist durch die, durch die, alles was es an kriminellen Machenschaften gibt und Gangs und Clans und Organisationen, ja, ob die osteuropäisch sind, ob die, weiß ich nicht was sind, das gibt es hier in Deutschland wirklich aus jeder Bandbreite der Gesellschaft. Also einfach nur zu sagen, dass das osteuropäisch ist, ist einfach Bullshit. Und die Motorradclubs, da kannst du auch sagen, was du willst und wenn du, das ist also Bullshit, wenn du sagst, das ist nicht so, es ist bewiesen, recherchiere, die haben, weil die nicht mehr viele Mitglieder bekommen haben aus dem deutschen Bereich, sind die unterwandert, viel von muslimischen, viel von muslimischen und ich würde auch über das Thema gerne gar nicht hier sprechen, das ist ein Ding von denen und es ist aber nichtsdestotrotz, wir haben sehr, sehr viel muslimische Leute, die in diesen Motorradclubs Mitglieder sind. Ja, aber warte mal, wie kannst du denn sagen, dass es Muslime sind? Nicht nur Mitglieder, nicht nur Mitglieder, sondern sogar Präsidenten. Warte, wie kannst du denn sagen, dass es Muslime sind, während die sich nicht mal ansatzweise Muslimkomfort verhalten? Okay, dann spielen wir deine Logik durch, dann spielen wir deine Logik durch, dann sagen wir das nächste Mal, wenn du sagst, das und das wurde gemacht von Christen, dann werde ich sagen, ja, was haben die denn mit dem Christentum zu tun? Warte mal, dann kann man ja sagen, die anderen, die da drin sind, das sind alles richtig gläubige Christen, richtig? Guck mal, wir reden doch nicht davon, dass die praktizierende Muslime sind, aber Fakt ist doch, dass sie Muslime sind. Du kannst sie gar nicht mehr Muslime nennen, weil jeder Mensch, warte, warte eine Sekunde, damit du es jetzt selbst bekommst. Guck mal, wenn du eine Antwort möchtest, warte mal, ich bin, Sex-Larberei ist doch islamisch legitimiert, Sex-Larberei ist doch islamisch legitimiert. Da kannst du gleich drauf eingehen, Moritz, aber guck mal nochmal, Jamal, wenn du eine Antwort oder eine, also wenn du eine Frage stellst und eine Antwort möchtest, wenn ich zwei, drei Worte rede, unterbrich bitte nicht sofort. Okay, ganz einfach. Also, es ist völlig egal, es sind türkische Mitglieder, es sind arabische Mitglieder, okay, die sind Muslime. Wir reden gerade darüber, dass diese Männer so etwas machen, okay, ganz einfach. Ob die jetzt praktizieren sind oder nicht, haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen. Es geht nur um den Fakt und du kommst sofort und fühlst dich wieder beleidigt oder angegriffen und musst das sofort verteidigen. Ist es nicht ein Fakt, ist es nicht ein Fakt, dass bei diesen Rocker-Clubs, ja, bei diesen Motorrad-Clubs, ich nenne sie mal Motorrad-Clubs, ja, respektvoll, ist es nicht Fakt, dass sehr, sehr, sehr viele Türken und Araber mittlerweile da drin sind? Aber nur, es sind aber immer noch überwiegend mehr. Nein, ist es nicht. Hey, Dicker, ich kenne die doch, Alter. Was geht das denn da? Hast du leider keine Ahnung? Ich habe keine Ahnung, ich habe nur die erste Quelle, was redest du denn? Ich habe alle Masse gewonnen, wir warten mal wahrscheinlich. Nein, ich bin keiner von Rocker oder so, aber ich kenne genügend. Ja, okay, Jamal, warte mal. Du bist ein 1%er wahrscheinlich. Hey, Mann, Digga, hör mal auf, warte mal, guck mal, du musst nicht dich hin. Zweite Sache, der erste, warte bitte, eine Sekunde. Der erste, der hier irgendwelche Fake News und irgendwie sich auf Haar tut, ist hier euer Panischer, der meinte, er ist ein 1%er, was gar nicht stimmt. Und ich habe nie gesagt, ich bin ein 1%er oder sonst so eine Kacke. Aber ich bin bei Ihnen, wo ist noch ein Panischer jemals gehört, erzähl mal. Hat er doch an seinen Stream gesagt. Ist doch egal. Warte, hat er das Wort 1%er in den Mund genommen? Ja, hat er. Okay, zeigt mir das. Was soll ich dir zeigen, man, Digga, denkst du, ich mach mal irgendwelche Aufnahmen, oder? Du redest von Fake News, du verbreitest hier gerade Fake News. Ich verbreite, okay, warte, warte. Ihr macht da einen Koran hin, der auf dem Boden ist und die Leute laufen da durch und kommen als Terroristen raus, ja? So wollt ihr den Thema weg, ne? Ja, nein, nein, warte, komm mal, jetzt springst du wieder vom Thema weg. Ja, wir kennen das. Also nochmal, du sagst gerade Fake News verbreiten, kommst aber hier hin und verbreitet Fake News. Ich verbreite Fake News? Frag, ob man sich das selber? Jamal, ich glaube, hier ist ein Unterricht. Es gibt keine Diskussion hier. Ich weiß, dass euer Kollege Frauenamt schreibt, damit er die in der Türkei verbreitet hat. Aber was du laberst, Junge? Ich habe da die erste Bälle, ich habe da sogar einer angeschrieben, deswegen. Lass mal reden, du hast so viel geredet. Nein, 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 ich bin falsch, nur 5 Minuten hier warten. Du kannst gleich reden, guck mal. Lass ihm reden, was ihr will, särgen, särgen. Nein, das ist hier eine Diffamierung. Nein, du sollst ganz genau wie deine Meinung särgen. Das hat bei meiner Meinung nichts zu tun, dass er hier gerade macht, Leute, nehmt das mal bitte auf und schickt das auch mal gerne den Punisher. Schickt das auch. Und dann kannst du dich mit ihm auseinanderreißen. Viele Sachen, du hast gesagt, es ist fake, es ist fake, es ist nicht richtig, äh, 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 informationen. Das ist deine Meinung. Tschüss, Jamal, setz dich mit dem Planus auseinander, ich lasse hier nicht zu, dass... Ja, eigentlich, ich will auch raus. Aber ich bin das zweite Mal hier, du lässt niemand reden, du redest alleine, das ist eine Unterricht, du kannst alleine machen. Alamosa, 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 hast du es jetzt kapiert? Ich stumm mich jetzt und du kannst bitte widerlegen, was Moritz und ich gesagt haben. Yallah. Ja, guck mal. Ich will... Ich will... Ich will... Ich will... Warte mal, warte, Leute, warte mal ganz kurz, dieser Jamal, wenn du noch da bist, bitte schick eine Anfrage, ich will, dass du hochkommst. Also ich, ich möchte das nicht, dass er hier irgendwelche Lügen verbreitet, äh, Ho... Ja, ja, der Punisher kommt dann auch. Das, 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 deine Meinung ist luge. Ja, aber jetzt ist ja... Aber für mich, was du hast gesagt, jetzt ist luge. Ich hab ihn runtergekickt, damit er hier nicht irgendwelche Scheiße weiß. Hast du, hast du, hast du, hast du, hast du Koran gelesen? Dreimal Hadith durchgelesen, dreimal den Koran gelesen, ja, ich kenne auch alle Regeln im Koran. Und hast du die Bibel gelesen? Warte, guck mal, du stellst eine Frage, ich beantworte dir die Frage. Ich kenne die Regeln der Koran, ich kenne die medinischen Versen. Ja, genau, ich frage mich. Ich kenne die Abrogation, ich kenne die Hadith, ich kenne die Tafsire, Ibn Kathir, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Was, 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 der Koran, was du sagst, die Hadith und das, das gibt tausend Buchchen und das ist, jeder ist anders als die andere. Hast du eine Frage dazu, soll ich dir was beibringen? Sag mir über den Koran. Hast du eine Frage dazu, soll ich dir was beibringen? Leute, weiß wie, wie, weiß jemand, wie das dieser Jamal hieß? Ja, eigentlich, wenn du sagst, dass du die Hadith gelesen und die Tafsire gelesen und die anderen. Mach mal einen Punkt. Al-Munsa, warte mal ganz gut. Alter, sei doch mal leise, ich sage, dass du leise sein sollst, dann bist du leise. 0-3-0. Wenn ich rede, dann seid ihr leise. Jamal unterstrich 0-3-0. Warte mal ganz kurz, ich such den. Guck mal ganz schnell, um darauf einzugehen, ja. Dass das unterwandert, das, was dieser Moritz sagt, das ist ja auch eine Unterstellung, das ist auch eine Diskredisierung. Nein, das ist Schoko-Seng. Okay, bevor wir uns streiten, wer aus welchem Land mehr vertreten ist, sagen wir doch einfach Ausländer. Dann sind alle betroffen und dann geht es nicht mehr darum, ob jetzt der Moslemmerz betroffen ist oder der Albaner. Dann sag mal einfach, Ausländer machen das ganze Ding nicht. Ey, Schoko-Seng, reiß dich zusammen! Ey, wenn du so redest, schmeißt du dich runter, was ist los mit euch? Ja, guck mal, lass mich mal jetzt darauf antworten. Guck mal, das ist... Ich gucke nicht, ich gucke nicht. Wenn, dann hörst du dir zu. Ja, hör mal zu dann. Guck mal, hör mal zu, das ist in NRW und in Hessen so, ja. Aber ihr könnt mir nicht sagen, dass irgendwelche Rockerbande in Sachsen-Anhalt oder was weiß ich, ja, von Ausländern unterwandert sind. Was ist das denn für eine Ausländer? Oh, sorry, tut mir leid, da gibt es dann ein Chapter, was da nicht so ist. Okay, alles klar, ich nehme alles zurück. Die sind nicht unterwandert, ja? Ja, in NRW und in Hessen, da heißen die sogar Türki und so. Ja, Hells Angels Türki, dies und das. Ja, TikTok sportlich. Aber in Sachsen-Anhalt oder so ist das doch nicht so. Ich, guck mal, ist Sachsen-Anhalt ganz deutscher? Schuhkarton, so kommen wir wieder darauf zurück, wie was vermischt worden ist, Schuhkarton. Ist Sachsen-Anhalt ganz deutscher? Am Anfang war es deutsche Rocker, jetzt sind es keine deutschen Rocker mehr, Schuhkarton. Ja, weil das hat was mit Gesellschaft zu tun, aber wenn damals... Wer war als erstes da Schuhkarton? Der Deutsche oder der Türke, Schuhkarton. Hör mal zu, lass mich doch ausreden, ja? Guck mal, wenn damals irgendwelche deutschen Rocker waren, weil die gesellschaftlich etwas weiter unten waren, ja, und mittlerweile sich die Gesellschaft so sehr gewandelt hat, dass viele Ausländer gesellschaftlich unten sind, dann ist doch normal, dass prozentual viel mehr Ausländer in die Kriminalität gehen. Das ist gar ein ganz normaler gesellschaftlicher Prozess. Was redet ihr hier? Ihr schiebt das auf die Religion, das ist doch nicht in Ordnung. Ihr müsst das auf die gesellschaftliche Entwicklung schieben. Dann sag ich doch, wir haben ein Ausländer-Problem. Nein, wir haben ein gesellschaftliches Problem, kein Ausländer-Problem. Was ist das denn für eine Aussage, Mann? Aber ich weiß, Martin, Odi, ich weiß, für dich gehör ich sowieso nichts dazu, ich weiß. Und ich habe auch Kontakt in diese Kreise, ja? Und ich kann sagen, das ist maximal in NRW... Ui! Das ist maximal in NRW und in Hessen und vielleicht noch in Hamburg. In Hamburg würde ich euch auch noch recht geben, so. Aber ihr könnt mir nicht sagen, dass die Gruppierungen, die Motorradbande, in Hannover von Ausländern unterwandert sind. Oder in Sachsen-Anhalt oder in Bayern oder was weiß ich wo. Das ist maximal in Hamburg so. Schäm dich, dass du solche Leute kennst. Ja, ich kenne viele Leute. Ich glaube, du kennst auch ganz viele Leute, die nicht in die Gesellschaft reinpassen. Nein, ich kenne solche Leute nicht. Ja, ich aber. Dass so Leute nichts zu tun haben. Und ich schäm mich nicht. Warum soll ich mich für meine Freunde schämen? Wo bist du da? Ach, das ist seine Freunde. Ja, ich bin da. Ich habe den Panschi angerufen. Der kommt gleich. Ja, das klingt jetzt nichts. Weil wir ihn runtergeschmissen haben, hat er jetzt einen Live aufgemacht. Der will nicht kommen. Ja, jetzt ist es egal. Wer würde ihn aufgehauen, wenn er gekommen wäre? Guck mal, der schreibt einer. Odin, du bist eh recht. Das ist ein Palästinenser, hat er gesagt. Auf meiner Couch. Also... Ja, muss ich nicht sagen. Hi. Ja, du siehst doch jedes Mal, wie er reinkommt und direkt von 0 auf 100 beleidigt jedes Mal in den letzten Tagen. Und wir kennen ihn ja. Aber ich weiß nicht. Also ich habe ihn runtergeschmissen, weil ich lasse nicht zu, dass irgendeiner irgendwelche Behauptungen aufstellt, ohne das zu beweisen oder irgendetwas. Ja, ich wollte, dass der Panschi kommt, aber jetzt ist es egal. Hi, grüß euch. Ich habe eine kurze Frage. Welcher Prophet mit Liebe kommt auf diese Welt und heiratet den Neunjährigen? Ja. Welcher Prophet? Ja. Es ist eine Frage. Ganz kurz, ganz kurz. Wenn ich denke, dass ich meine Tochter an einen 50-Jährigen abgebe, habe ich. Ich bringe ihn um. Weißt du? Was ist das? Ja, ne, Spanischer, der ist jetzt nicht mehr da. Der hat ihn live aufgemacht. Wenn du willst, gibst du deinen Namen. Wer war das? Welcher Jamal? Jamal 030? Jamal unterstrich 30. 030, man. 030. Ja, ganz einfach, guck mal. Ich muss jetzt nicht unbedingt meine Kamera anmachen und den Leuten mein Tattoo zeigen oder sonstiges. Das muss ich nicht machen. Ich bin, wer ich bin. Ganz einfache Geschichte. Und wenn, wenn irgendeine Frau, wenn irgendeine Frau hier auf TikTok, ja, von mir angeschrieben worden ist, bezüglich dieser ganzen Anschuldigungen, dann bitte ich ganz einfach, mach davon Screenshots, kommt in den Stream, ja, und zeig das. Mehr möchte ich nicht. So. Aber eine Sache muss ich sagen. Jamal seine Mutter, Jamal seine Schwester und wenn er irgendwann mal eine Tochter hat, diese arbeiten für mich. Ja? Aber seine Prozent. Genau, genau diese arbeiten für mich. Und ich sag euch ganz ehrlich, sie bekommen nur 5% von dem, was sie mir einbringen. So. Jamal eriyase. Ganz einfache Geschichte. Okay? Wenn einer von euch Eier hat, ja, diese Eier, die ihr hier im Internet habt, über mich zu reden, packt eure Eier bitte in eure Hose und kommt zu mir in die Türkei. Ich bezahle euch euer Flugticket, ja, ist zwar nur ein One-Way-Ticket, aber das reicht euch. Dann werdet ihr zumindest mal die Türkei für zwei Stunden sehen und dann war's das. Hallo. So machen wir das. Also Gott geliebter Prophet, wo Gott sagt, dass sein liebter Prophet neunjährige Ausnahme nehmen. Wie geht das? Meine Frage. Ja, okay, warte mal ganz kurz. Odin, guck mal, zu mir sagst du, ich schäme dich, dass du so welche Leute kennst, aber bei Panischer lachst du, wenn er so welche Sachen erwähnt. Ist das nicht ein bisschen heuchlerisch von dir? Aber warte, was hat sie jetzt gerade mit Panischer zu tun? Was hat die Odin gerade mit Panischer zu tun? Ja, sie hat gelacht. Das ist ihre Meinung. Hör mir mal zu, das ist ihre Meinung und sie kann ihre Meinung haben. Punkt. Was hab ich denn erwähnt, womit du ein Problem hast? Bei mir sagt sie, ich soll mich schämen, aber bei Panischer nicht. Ja, hat aber irgendjemand über dich so geredet? Nein. Natürlich nicht, aber warum sagt sie zu mir, ich soll mich schämen? Also, dann hast du doch deine Medizin bekommen. Wenn jemand so über dich redet, ob es in meinem Stream ist oder in einem anderen Stream, dann kannst du hochkommen, kannst du natürlich dazu eine Ansage machen, dann wird kein Mensch zu dir sagen, warum sagst du das. Aber solange keiner über dich so redet und du redest einfach so über andere Leute, selbstverständlich, dass die Leute dann zu dir sagen, hey, schäm dich und mach das nicht und tu das nicht. Ist eine ganz klare Sache. Ich lasse in meinen Streams auch nicht über irgendjemanden reden. Ich hab ja über jemanden geredet oder sonstiges. Richtig, Panischer. Richtig so. Und ich rede ja nicht hinterm Rücken. So funktioniert das ja auf dieser Welt. Und ich hab langsam, ganz ehrlich, mir geht das mittlerweile so auf den Sack, dass hier auf TikTok komischerweise jedem zweiten Eier gewachsen sind. Mir geht das mittlerweile echt auf den Sack. Mir geht das mittlerweile echt auf den Sack. Ich glaube, es wird langsam wirklich mal Zeit, so ein paar Zähne zu ziehen, damit das hier langsamer aufhört. Mir geht das mittlerweile echt auf den Sack, jeder der über mich redet. Wer bin ich denn für euch geworden? Bin ich euer Gott geworden, dass ihr den ganzen Tag über mich reden müsst? Ja? Ich hab jetzt meine Götter. Mir Vögel sage, Astavola, Astavola. Eine Frage jetzt. Wie kann ein Prophet, ein lieber Prophet, der von ihm Gott gesandt worden ist, eine neunjährige gefickt, Alter? Wie geht das? Hallo, rede nicht so, das wird gesperrt. Ich hab keine Lust. Ich hab morgen schon in einem Stream bei Christuskind. Und ich habe dir gesagt, hör auf, über andere Religionen zu reden. Ja? Wenn du das möchtest, Ladash, bitte, geh in andere Streams. Wir möchten keine Probleme, geschweige denn unnötige Provokationen mit Andersgläubigen haben. Wir können uns sachlich über diese Sachen unterhalten. Ja? Bring Hadithe, bring ganz einfach Hadithe, Sachen, die sahi sind, lese sie vor, so wie sie da stehen. Und behalte bitte diese Worte, ja? Behalte diese provokanten Sätze bitte für dich. Es reicht langsam. Guck mal, du bist neu auf TikTok, du bist erst seit zwei, drei Tagen, erst heute, sage ich mal, hier mit uns, ja? Wir machen das alle schon etwas länger. Wir haben schon Extremprobleme, weil wir darüber reden, ja? Auf uns sind sogar Kopfgelder gesetzt, mein Lieber. Also hör auf uns noch weiter in irgendwelche Probleme zu bringen, nur weil es dir Spaß macht. Das habe ich dir heute Morgen schon dreimal gesagt. Tut mir leid. Es reicht. Wenn einer zu mir kommen will, soll er kommen. Ja, dann mach das aber woanders da. Zieh nicht hier die Schwester Hope mit rein, dem Bruder ich bin oder den Moritz oder mich oder sonst wen. Wir zeigen uns auch hier, ja? Zumindest zeige ich mich. Der Moritz hat sich auch schon gezeigt. Der ist auch unterwegs draußen. Verstehst du? Es ist eine Gefahr für uns. Hallo. Also hör bitte jetzt damit auf. Es reicht. Warte, warte, warte. Warte, warte. Warte mal. Der Jamal ist da. Hallo. Ich rede. Der Jamal ist da. Bitte schick eine Anfrage. Komm hoch. Können wir mal bitte erzählen, was er hier gehört hat und was er gesehen hat. Der Panischer ist eine böse Gemeinde. Jeder kann hoch. Warte. Warte. Ist nur eine Frage. Also welcher Mann macht das? Guck mal. Guck mal. Dadasch. Wenn du so eine Frage hast, kannst du die gerne stellen, aber nicht in so einer Art. Verstehst du? Du musst die anders stellen. Okay. Dann ist es ja auch okay. Du kannst ja Fragen stellen, aber nicht so. Weil das ist dann, weißt du, die fühlen sich so oder so angesprochen. Egal was du sagst, vielen die sich angesprochen, aber dann fühlen die sich noch mehr angesprochen. Ist sowieso falsch. Aber wie kann ein erwachsener Mann eine kleine Frau heiraten? Wie geht das? Frage ich jetzt, wenn ich eine Religion nehmen möchte. Wie geht das? Sie ist ja keine Frau. Sie ist ja noch ein Kind. Ja, richtig. Genau. Wie geht das? Weil immer authentischer die steht, dass sie mit Puppen gespielt hat. Wie geht das? Das ist meine Frage an Muslime. So, keine Ahnung. Wie geht das? Das kann moralisch gar nicht... Geht gar nicht, ja. Ob du musst jemanden runternehmen und dann lass ihn mal hochstellen, der soll mal eine Antwort. Ja, aber der ist doch gar nicht... Der stellt doch gar keine Anfrage. Ja, dann lad ihn doch schön ein. Er hat doch gerade große Klappe gehabt. Ich kann ihn nicht einladen. Ich finde ihn nicht auf der Liste. Ich finde ihn hier. Hier. Einladen. Ach, er hat sich auf Privat gestellt. Ja, natürlich hat er sich auf Privat gestellt. Jamal, wo sind deine Eier bitte? Du warst vor zwei Minuten hier oben. Konntest groß reden, ja. Und jetzt kannst du auf einmal nicht. Komm hoch. Der Panischer ist extra hier, um mit dir zu reden. Dann komm. Komm. Ich diskutiere das wie ein Mann aus. Ich gehe runter. Und versprochen, wir stummen uns alle. Du kannst dich nur mit ihm auseinandersetzen. Ich gebe dir sogar Showtime mit ihm. Ich gebe dir Showtime mit ihm. Wenn du ein Mann bist, kommst du hoch. Angesicht zu Angesicht. Ich gehe runter. Danke. Was bist du für ein Palästinenser genau? Sagst doch, du bist Palästinenser. Was bist du denn für einer? Ganz kurz. Sorry. Ganz kurz. Guck mal. Ich bin für jeden Menschen. Ich bin sogar mit Arabern so groß geworden. Aber wie kann man einem Propheten sagen, dass du ein Kind heiratet hast? Das geht doch nicht in meinen Kopf rein. Ja, das geht. Das geht. Also willst du sein Kind? Das hast du ja gesehen. Ja, okay. Das funktioniert. Willst du deine kleine Tochter abgeben, einem 50-jährigen? 44. Nein, will ich nicht. Ich will die Antworten. Der Frank? Jamal, du Abo, wo bist du? Hand aufs Herz? Jamal, Mann, wo? Ich will die Antworten. Dadurch. Okay, Bruder. Wo bist du, Abo? Erzähl mal, wo bist du? Bitte, Bruder. Antwort mir. Bitte. Dann bitte niemanden unterbrechen. Ich kann ihm antworten. Wo? Wo? Was du sagst, dass ein Kind war, das war nicht richtig. Ja, ich hab's schon gesagt. Es gibt so viele, es gibt so viele. Hast du schon? Okay, danke. Es gibt so viele Bücher, es gibt so viele Bücher, dass sie sagt, ich bin kein Muslim, aber ich habe die Bibel, Koran und Tora gelesen und ich sehe, dass das Frieden Buch ist Koran. Aber ich will die Antworten. Es gibt so viele Bücher über die Hypothisierer, über den Propheten Mohammed, aber das ist unterschiedlich. Es gibt keine einzige Meinung. Und deswegen, wenn du willst reden, reden wir nur über den Koran. Die einzige, was ist einzig, ist der Koran. Bruder, meine Frage war einfach nur, wie ein erwachsener Mann eine kleine Frau als Prophet heiraten kann. Wie geht das aus dem Kopf aller? Weißt du so? Über was ihr habt verheiratet, über wie viel ihr habt verheiratet. Es gibt zwei, ihr habt zwei Tuben verheiratet. Eine, das ist eine richtige Frau, ihr habt mit sie geliebt und mit sie geschlägt. Und es gibt andere, das war nur das, äh, zum politischen Sachen. Wegen ihr, ihr war auch eine politische Liebe. Komm doch hoch, was ist los? Abus Einrich, darf ich kurz sagen, wie kann ein Prophet, also ein Mensch, der von Gott gesandt worden ist, von Gott. Hey, Leute, warte mal ganz kurz. General, hör mir mal zu. Entweder du kommst jetzt hoch oder ich sperre dich. Ganz einfach. Entweder du holst jetzt deine Eier und kommst hoch und redest, oder du gehst hier raus. Abus. Er hat Mickey Mauseier. Wie geht das jetzt mit? Also ein Prophet. Wir hätten den einfach nicht rausschmeißen dürfen. Ganz einfach. Es gibt, es gibt Hadithel. Ah, schade. Schade. Sorry, aber hätte ich für dich genauso gemacht, wenn einer so über dich geredet hätte, ich hätte den auch runtergekickt. Ich bin, hört man mich? Man hört dich ja. Abus. Guck mal, wenn man einen Hadith hat, der authentisch ist, wo gesagt wird, dass sie mit Puppen gespielt hat und der Prophet hat sie geheiratet, das kann nicht von Liebe kommen, oder? Ist das von Liebe oder ist das von einer Neigung? Ja, wir haben das Thema. Ja, wir haben das Thema. Wir haben das Thema auch geschrieben, nach 200 Jahren, nach dem Sterben von Mohammed. Das heißt, 200 Jahre, das ist alles nicht. Du kannst nicht sagen, das ist richtig oder falsch. Aber im Koran steht, im Koran steht, dass du hast einen Kopf, du hast einen Kopf und du kannst denken, was ist richtig und was ist falsch. Und dann der Hadith, du kannst glauben oder nicht glauben, dass ich nicht mache mit deinem Glauben. Mohammed durfte jede Frau haben, die er wollte. Er durfte jede einzelne Frau haben, egal ob die verheiratet war oder nicht. Deswegen hat er auch Sehneb und so bekommen. Das ist nicht richtig, nein. Mit seinem Schwiegersohn verheiratet war. Die mit Puppen gespielt hat. Moritz, dein Mikrofon ist sehr leise. Moritz, mein Lieber. Wirst du eine Frau heiraten, die mit Puppen gespielt hat? Dadas, warte mal ganz kurz bitte. Dadas, warte mal. Ich will dir sagen was. Ich will dir sagen was. Vor 1990, vor die Soviet Union. Alamosa, ganz kurz bitte, ganz kurz bitte. Diese Burschen war nicht, diese Hass war nicht, aber die haben nur diese Hass zu verbreiten. Alamosa, hörst du mich nicht? Alamosa, ganz kurz bitte, sei mal bitte ganz kurz einmal leise. Moritz, entschuld dich mal, dein Mikrofon ist sehr, sehr leise, man hat dich kaum gehört. Besser so? Jetzt ist besser. Sag noch mal was. Ja, also das Ding ist halt, Mohammed durfte jede Frau haben, die er wollte, das waren seine Sonderprivilegien. Deswegen hat er auch Zeynep bekommen. Er konnte sich, wie gesagt, frei auch bei den Beutesklaven die schönste aussuchen, das war sein Privileg. Und allein das ist doch schon problematisch und kann auch sein, dass er deswegen eine Jüngere geheiratet hat, eben weil er das, er konnte das einfach. Also ich weiß jetzt nicht, Pädophilie ist ja meine ich, wenn jemand generell nur auf Kinder oder so steht. Das ist nicht gütlich. Das ist nicht gütlich. Das ist nicht gütlich. Ein Mensch, der von Gott kommt, ist von Liebe. Das ist doch nicht gütlich. Das kannst du mir erzählen, das ist nicht gütlich. Obf, an welcher Gott? Also wenn wir von Ares reden, dann kommt sein Kind sicher nicht in Liebe. Oh mein Gott, du lässt niemand reden. Mohammed hat Kinder bekommen. Welcher Frau war die, die mit Mohammed Kinder bekommt? Neun Jahre hin, wie immer noch. Ich warte immer noch auf die Antwort, seit, weiß ich nicht, halbe Stunde oder so. Wie kann ein erwachsener Mann, auch von Gott gesandt, nicht wir? Nein, das war nicht richtig. Es gibt Burschen, sie sagte zwölf Jahre, es gibt Burschen, sie war 14 Jahre, das Burschen sagt neun Jahre. Wie kannst du das sagen, wenn sie mit Puppen gespielt hat? Warta Almosa, wie geht das, wenn sie mit Puppen gespielt hat? Wie geht das? Es gibt Beweise, dass sie nicht so alt war. Die Bursche wurde geschrieben, nach ihrem Sterben 200 Jahre. Das ist der Anfang, der erste Buch, der erste Buch war aufgeschrieben, ist es 200 Jahre nach ihm. Das heißt, das heißt, wie die, zum Beispiel jetzt die Sudia-Familie, sie können schreiben, was sie wollen. Dass sie unterstützen ihren Regime. Und das, was passiert, aber im Koran, das steht nicht. Das steht, weil die Frau ist, ist, wie? Raubst du nicht an die Summa, an die Hadithe? Welche Sunna? Welche Sunna? Ja, bist du Koran nicht? Es gibt Sunna für Shia, es gibt Sunna für die Sunna, die Leute für Sunna. Es gibt vier Burschen, unterschiedliche Burschen. Ja, was bist du? Das ist gut zu deinem Leben. Du willst nicht, was du fragst, du fragst, nur du beleidigst. Bist du Sunni, Shia oder Koranit? 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 Soll ich das den ganzen Tag so mit dir machen? Was ist los mit dir? Wenn man dir eine eindeutige Frage stellt, dann beantworte sie bitte, ansonsten gehst du runter. Bist du Sunni, Shia oder Koranit? Du musst dich entstummen, Hob hat dich gestummt. Danke. Du fragst und du wirst nicht holen. Almosa, hör mir mal zu, jetzt bin ich dran. Sag es jetzt sofort, bitte. Sonst bist du runter, ich hab keine Nerven mehr für dich. Entscheide dich, was bist du? Ich bin unglaublich. Sehe ich für seine Religion, das ist das Problem. Hast du kein Glauben? Glaubst du nicht an Almosa? Er schämt sich. Ich bin überrascht, was ist dort geschrieben. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin raus. Schönen Tag, Gottes Segen. Weißt du, was du bist? Du bist jetzt unten, ja? Du bist jetzt unten. Unglaublich. Wenn du entschieden hast, wer du bist und was du glaubst, dann kannst du wieder hochkommen. Wenn wir ansonsten unten bleiben. Also unglaublich. Eine einfache Frage zu stellen, eine einfache Frage nicht zu beantworten, ob er, er lehnt die Hadithe hier ab, also er wettert gegen die Hadithe. Ja, dann sag doch, dass du Koranit bist oder sag, dass du Schia bist, dass du andere Quellen hast, dass du nicht an die sunnitischen Quellen glaubst. Dann wissen wir doch, wie wir mit dir reden können. Woher soll ich denn wissen, mit wem ich hier rede? Bist du Christ, Moslem, Sunni, Schia? Bist du Buddhist? Was bist du? Was bist du? Ja, würde ich das auch so machen? Warte mal ganz kurz. Ich hole mir eine Stimmverstellung. Ich ändere mein Profil und renne überall durch die Gegend und ich sage nicht, was ich bin. Ich werde Christen angreifen, Muslime angreifen, Juden angreifen, Atheisten angreifen, Agnostiker angreifen. Egal wen, ich greife einfach alle an und mach da Wildstein, einfach nur, um ein bisschen zu trollen. Geh nach Hause. Ganz unabhängig von Religion, das ist so traurig, dass ein Mensch, ein Erwachsener Mann nicht sagen kann, dass er Pädophil war. Das ist so traurig, Alter. Das geht ihm an Gott nicht. Ja, okay. Dadasch, guck mal. Zum Thema Neunjährige. Der nächste, ja. So ist denn dieser Chihuahua. Kein Hecht-Chihuahua. Mit wieviel Jahren haben denn deine Großeltern geheiratet, Dadasch? Warte mal. Hast du eine Tochter? Nein, hab ich nicht. Was das für eine Frage? Aber beantworte mir mal meine Frage erst. Mit wieviel Jahren haben deine Großeltern im Iran geheiratet? Würdest du deine Tochter... Beantworte doch meine Frage, Mann. Keine Ahnung, Digga. Ja, wahrscheinlich mit 14, 15. TikTok-Sportlich. Hallo, würdest du deine Tochter neun Jahre alt einem 50-Ring geben? Lass mich das mal ganz kurz beantworten, Schoko-Seng. Du kannst jetzt auf meine Frage eingehen. Warte mal, Schoko-Seng. Schoko-Seng. 14, 15 ist nicht sechs Jahre oder acht Jahre, okay? Nein, nein. Warte ganz kurz hoch. Mit 14, 15 hast du erstmal deine Tage schon bekommen. Ja, aber 14, 15 war vor zwei Generationen. Schoko-Seng. Zeig mir das Beispiel einen aus dem Dorf, der 54 Jahre ist und eine sechsjährige heiratet. Zeig mir, guck mal, du kommst mit einem Beispiel. Also mein Opa und mein Oma haben ungefähr, die waren 16 Jahre alt, als die geheiratet haben. Mein Opa war 17 und meine Oma war 16, okay? Also das sind so ein, zwei Jahre Unterschied. Meistens werden die sogar ein bisschen früher verheiratet damals, ne? Da bin ich mit dir. Ja, oder die waren versprochen. Hör mir zu. Versprochen, die heiraten, die leben aber weiter bei ihren Eltern einzeln. Aber du kommst mit einem Vergleich. Junge, hör mal zu. 54 Jahre alter Mann hat eine sechsjährige geheiratet. Zeig mir dieses Beispiel. Warte ganz kurz. Zeig mir dieses Beispiel nochmal und dann reden wir nochmal weiter, okay? Also guck mal, du kommst mit einer Sache. Natürlich haben die Menschen früher geheiratet. Und soll ich dir was sagen? Könige, pass auf, Könige haben auch fünfjährige geheiratet, sechsjährige geheiratet. Aber soll ich dir was sagen? Das war, um die Länder zu vereinen. Und diese kleinen Kinder haben bei ihren Eltern weiterhin gewohnt, bis sie erwachsene Frauen waren. Und sind dann erst ans Könighaus gegangen mit 18, 19 Jahren. Mit ihrer Volljährigkeit. Nicht vorher, okay? Aber sechs Jahre alt war Aisha, als Mohammed sie geheiratet hat. Und neun Jahre, neun Jahre, als er die Ehe mit ihr vollzogen hat. Und du weißt, was die Ehe vollzogen bedeutet, okay? Wir reden hier respektvoll. Aber jeder weiß, was hiermit gemeint ist. Und du kommst mit einem Beispiel. Wann hat dein Oma und deine Opa geheiratet? Tschuko Sing. Ich bitte dich. Mach dich wirklich bitte selbst nicht lächerlich mit solchen Aussagen. Ja, wo andere Kulturen, andere Sitten, Mann. Achso, das ist gut, was der Prophet da gemacht hat. Ekelhaft. Ist das gut? Findest du das gut, was er da gemacht hat? Kein Kommentar. Ich gebe dazu keinen Kommentar. Kein Kommentar ist ein... Schämst du dich? Was geht? Schämst du dich, ne? Warum schämst du dich? Ein Kommentar heißt nicht dir. Ist ja auch richtig so. Ist ja auch cool. Ist ja auch richtig so. Schämfüllig. Dadasch, deine Vorfahren haben selber mit sehr jung im Alter geheiratet. Erstens, ja? Mein Lieber. Ein Profil, der Gott gesandt wird. Schuko Sing. Warte ganz kurz. Bitte, Dadasch. Du machst es schon wieder. Ich hab's dir gerade erklärt. Du kommst direkt zwei Sekunden später mit dem gleichen Argument schon wieder. um die Ecke. Du bist wirklich lost. Du bist wirklich lost. Das ist nicht lost, Mann. Weil, guck mal, das eine... Du schämst dich selber. Ist auch gut so. Was du erwähnt hast... Du bist komplett lost. Komplett. Ich würde mich schämen. Ich würde mich schämen, wenn mein Herr Jesus Christus so ein Beispiel gebracht hätte in der Bibel. Ich würde mich schämen, das zu verteidigen. Ich wäre kein Christner. Ich sag dir das so offen und ehrlich, wie es ist. Schuko, das ist so peinlich. Ich würde sowas leben würden in der Bibel, dass mein Jesus Christus so etwas gemacht hat, eine sechsjährige geheiratet und mit neun irgendetwas mit ihr gemacht hat, was ich hier nicht wiederholen möchte. Ich würde mich so in Grund und Boden schämen. An dem Tag, an dem ich das gelesen hätte in der Bibel, ich wäre kein Christ mehr. Ich sage dir das hier, so wie es ist. Im Gegenteil. Jesus hat gesagt, wenn man ein Kind anpackt, der soll einen Müllstein um seinen Hals gelegt werden und in den tiefen Sieg gespissen werden. Was hat er in der Arbeit gemacht? Er hat einen neunjährigen geheiratet. Ja, auch andere. Das waren andere Zeiten. Nein, er hat einen sechsjährigen geheiratet. Sechsjährige geheiratet. Aber die Zeiten gibt es ja noch heute, nicht nur damals. So traurig. Und wer das noch irgendwie verteidigte, das kann ich gar nicht verstehen. Ich möchte mal auf einen Kommentar eingehen. Fatima, guck mal, es geht nicht darum, ob jeder Muslim das glaubt, dass sie so alt war. Es geht darum, was deine authentische Schrift sagt. Und ob du das glaubst oder nicht, das ist mir wirklich völlig egal. Der Fakt ist, 85 Prozent der Muslime sind Sunniten. Entschuldigung, falsch, 75 Prozent der Muslime sind Sunniten. Und ihr habt an die Sunna zu glauben. Ob du Shia bist oder nicht, das ist mir egal. Dann machst du einen geringen Teil aus der gläubigen Muslime auf dieser Welt. Aber 75 Prozent der Muslime sind Sunniten. Wir nehmen das aus den sunnitischen Quellen, die 100 Prozent authentisch sind. Also wer bist du, der dann sagt, nicht jeder Moslem glaubt daran. Das ist uns doch völlig egal. Nicht jeder Moslem betet fünfmal. Nicht jeder Moslem macht die Hatsch. Sollen wir darüber reden? Es ist nichtsdestotrotz, es ist dir befohlen, die Hatsch zu machen. Es ist eine Pflicht eines jeden Moslems, die Hatsch zu machen. Und es ist eine Pflicht, jeden sunnitischen Moslems an die Sunna zu glauben des Propheten. Den Propheten als Beispiel voranzunehmen. Und wenn deine authentischen Quellen sagen, und hier spricht Aisha selber in diesen Überlieferungen, okay, ja, dass sie sechs Jahre alt war und dass sie neun war, als der Prophet dann die Ehe mit ihr vollzogen hat. Ja, wer bist du denn? Wer bist du im Islam? Wer ist Fatima Ayat für den Islam, die jetzt hier irgendetwas sagt oder macht oder tut, was gegen die Schriften der Sunniten spricht? Da möchte ich mal, gib mir mal bitte eine Antwort drauf. Vielleicht haben wir hier eine neue Prophetin. Wir leben im Jahr 2023. Ja, also alles ist möglich. Dann wünsche ich dir eine wachsende Gemeinde für deine neue Religion und viel Erfolg damit. Gibt's keine Antwort drauf. Jetzt auf den Chat eingehen, entschuldigt Gottes Segen. Hier schreibt jemand, warum widerspricht es Bukhari 476. In Bukhari 476 ist das Aisha ihre Periode in Klammern hinzugefügt. Dieser Text steht nicht im Arabischen, sondern nur im Englischen. Das ist nur eine Hinzufügung von dem Übersetzer in Klammern, das Aisha ihre Periode hatte. Sie hat ihre Periode mit 15. Schauch-Urban, auf dich kann man sich verlassen. Immer wenn man was wissen will, muss man nur zwischen Urban sagen. Bruder, Leute, ich hab eine Quelle, ne? Das ist Urban, Gottes Segen. Gottes Segen. Leute, darf ich euch eine Quelle zeigen, Leute? Ja. Ihr habt das noch nie gehört wahrscheinlich. Kennt ihr diesen Propheten Musseh-Lima? Wirklich. So. Musseh-Lima, Bruder, entschuldigt, ich hab mein klein bei mir. Musseh-Lima war ein Prophet, der zur selben Zeit wie Mohammed im Arabischen Raum auch behauptet hat von Engel Gabriel Prophetentum. Also noch vor Mohammed hat er das behauptet, dass er auch von Engel Gabriel Offenbarung bekommen hat. Und er hat eigene Verse rezitiert. Leute, er hat es mit seinen eigenen Versen geschafft. Und er darf zur Zeit, wo Mohammed hoffnungslos in Mekka seine Sachen da offenkundig getan hat, 40.000 Anhänger zu gewinnen. Hat ihn umgebracht, ne? Er hat ihn umgebracht? TikTok sportlich. Ganz einfach. Mit eigenen geschriebenen Koran und mit seinen eigenen Suren. Ich zeig euch das gleich mal, Leute. Oh, da bin ich gespannt. Wie die Muslime uns anlügen, Leute. Ich zeig euch das. Bruder, er hat es sogar in den Koran geschafft und Ibn Ishak hat über ihn geschrieben. Warte mal. Sehr geil. Unglaublich. Interessant. Dass die jetzt immer noch nicht schicken, das ist so traurig, ey. Mach ich noch ein paar nicht an? Ja, Bruder. Ja, mein Chihuahua ist entlaufen. Wo ist er denn? Komm mal hier hoch. Komm, komm ab ins Körbchen hier hoch. Ach, Chihuahua. Ja, komm. Ja, Fall. Komm, drück mal da unten auf Anfrage. Komm schon. Aber guck mal, das ist halt wirklich eine Sache, die ich nicht verstehe. Als du nicht hier warst, ist er sehr männlich aufgetreten, sehr... Bruder, guck mal, dieser Jamal, guck mal, das Ding ist halt, ihr wisst ja, ich hab ja vorher, äh, sind wir ja richtig, äh, wir haben ja ein super Team gehabt, ja. Und wir haben davor, guck mal, wir haben innerhalb von drei Monaten, haben wir diese ganzen radikalen Muslime sowas von hops genommen, ja. Das, Leute, es gibt ein Video, ich glaub, ich muss das echt wieder hochladen, ja. Es gibt ein Video, wo Geist offiziell, das war ja mein vorheriger Name, wie das ja alle wissen, ich schieß ja vorher Geist, ich hab mich extra oben benannt in der Panischer, damit das Kopfgeld, äh, nicht mehr so auf mich, äh, visiert ist, ja. Äh, es gibt ein Video, wie wir, wie ich es geschafft habe, dass mir einer von denen einen Namen von Allah gegeben hat, ja. So, das heißt, wer bin ich rein theoretisch jetzt für diese Muslime, wenn sie den Namen ihres Gottes geben? Verstehst du? Und das ist so tief bei denen alle reingegangen, ja. Deswegen versuchen die halt jetzt, ihr kennt sie ja, sie versuchen immer mit irgendwelchen Lügen, mit irgendwelchen Sachen, ja, über uns zu lästern. Ich bin ja nicht der Einzige. Es, äh, machen die ja über alle Geschwister, ja. Und, äh, dieser Jamal hat sehr, sehr dicke Eier, wenn ich nicht im Stream bin. Selbst in seinem Stream, ja, blockiert er mich, hat er mich blockiert. Ja. Weil er weiß, wenn er was redet, was tut, ja, wird er damit konfrontiert. Und hier sehen wir ja das beste Beispiel. Warum kommt Chihuahua nicht in sein Körbchen, ja, nimmt sein Leckerli und erzählt uns mal, was er zu sagen hat. Ich bin doch jetzt hier. Ich bin doch hier. Dann soll er doch so ein Mann sein und soll hier hochkommen und mal Klartext reden. Was ist los mit euch? Keine Sorge, ich bin ein Christ, ich werde euch nicht umbringen. Ist mir verboten, ja. Ist alles gut, ich töte dich nicht. Du kannst ruhig hochkommen. Alles gut, wir reden, aber ich möchte, ich möchte Beweise sehen, Quellen sehen, ja. Wir nehmen den Islam zwei Minuten auseinander, Leute. Lass mich mal, lass mich mal. Ich hab Quellen, Leute, ich hab Quellen. Leute, keiner braucht den Islam auseinanderzunehmen, der nimmt sich schon selber auseinander. Liebe Schwester, bitte, kannst du mich groß machen, das wäre echt gut. Kein Problem. Der Panischer, ey. Ah, Schiwaras. Ich erinnere mich an was. Jamal gerade gekleppt, bei wem war das? Raus mit dem, er hat auf den Schutz zu nehmen, hol Jamal raus. Könnt ihr euch bitte stummen, Leute, im Hintergrund, das wäre sehr lieb. Guckt mal, Leute. Guckt mal. Ich zeig euch gleich, wo das steht. Ich hab das nochmal kurz ins Wort. Aussprachlich ist der Koran kein Wunderwerk. Während der Jahila-Periode, der Zeit vor dem Islam, schufen arabische Dichter so außergewöhnliche Werke, dass ihre Poesie noch heute in Schule, oh mein Kleiner, studiert und gelehrt wird. Es gibt sogar mehrere Ähnlichkeiten zwischen einigen dieser vorislamischen Gedichte und Koranversen im Koran. Heißt es, dass die Menschen in Mekka ihn für einen Dichter wie jeden anderen hielten. Es gibt auch andere Propheten, jetzt wird es wichtig, zur Zeit Mohammeds in anderen arabischen Stämmen, wie Musa Lima, der ebenfalls seine eigenen Verse rezitierte und es schaffte, 40.000 Anhänger zu gewinnen, bevor er von den Muslimen besiegt wurde. Guck mal, obwohl Mohammed 13 Jahre lang ohne Schwert Offenbarung kundgetan hatte, keine Anhänger. Dieser Muslim hat bessere Koranverse geschrieben, hatte 40.000 Anhänger. Und jetzt kommt die Bombe, Leute. Ibn Ischak hat es übrigens geschrieben, er war vor Mohammed da. Guck mal, hier, auf, 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 äh, auf wiki.de, Lexikon, geht ihr auf Musa Lama, da könnt ihr sein Leben. Musa Lama, boah, guck mal, Musa Lama, hier steht, wo er geboren wurde, Mohammed hat Musa Lama den Lügner genannt. Bezeichnet, er wurde in Al-Hadda, blablabla, 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 äh, in Bahrain geboren, wo er dann im Stamm der Ben Hanifa seine Aktivitäten als Prophet entfaltete. Seine Offenbarung soll er wie Mohammed von dem Erzengel Gabriel erhalten haben, vor Mohammed. Diese Behauptung kritisiert der Koran sogar in Surah 6, Vers 93, er hat sogar in den Koran geschaffen. Guck mal. Jetzt hat Mohammed gewünscht. Leute, wer macht diese Geräusche? Mein kleiner, entschuldigt. Ach so, ich hab gedacht, die sind extra. Guck mal, Leute, guck mal, das ist die Religion von Musa Lama. Im Mittelpunkt seiner monoistischen Anschauung stand Al-Rahman, ein Name von Allah. Der Barmherzige, der bereits den vorislamischen Arabern als den einen Gott gekannt hat. Mohammed hat den Arabern einen Gott gebracht. Hier, Finger, Klimbic rein. Das hat Musa Lama schon vor Mohammed getan. Und Al-Rahman ist ein Name von Mohammed. Und Ibn Ishaq... Warte, ich zeige euch, ich zeige euch... Sein Vater hieß so. Nein, sein Vater hieß Abdullah, Sklave Allah. Abdulla, genau. Guck mal, guck mal, was Ibn Ishaq schreibt. Ibn Ishaq lassen darauf schließen, dass, laut Ibn Ishaq, war Musa Lama bereits vor Mohammeds Auftreten in Mekka als Prophet mit seinen Verkündungen begonnen haben muss. Laut Ibn Ishaq war Musa Lama vor Mohammed, hat Al-Rahman, den einen Gott verkündigt, hat bessere Suchen geschrieben wie Allah im Koran und hat ohne Schwert 40.000 Anhänger gewonnen und war erfolgreich als Mohammed. Islam komplett auseinandergenommen mit ihren eigenen Quellen. Das ist eine Quelle. Ihr könnt googeln Musa Lama. Weißt du, wie viele Sachen es gibt. Das ist unfassbar traurig, was da abgeht. Urban, ganz kurz, damit ich das nochmal zusammenziehe. Also dieser Musa Lama hat diese Sachen schon vor Mohammed gemacht. Er hat, Bruder, der Musa Lama hat vor Mohammed, den einen Gott, Al-Rahman, einen Namen von Allah, hat den Leuten so verkündet. Und hat auch schon Suchen empfangen, auch durch den Erzengel Gabriel vor Mohammed. Genau, Suchen durch Erzengel Gabriel bekommen. Seine Suchen, Bruder, seine Suchen waren besser als die von Mohammed, weil Mohammed hat 13 Jahre in Mekka mit seinen Suchen keine Anhänger gewonnen. Kaum. Also ganz kurz, ich muss euch zu Urban was erzählen. Der Urban holt Quellen manchmal raus, die wirklich so tief irgendwo versteckt sind, wo sich gar keiner Gedanken zugemacht hat. Er hat uns auch wirklich aus Quellen des Islams auch gezeigt und anderen Quellen zum Beispiel, dass die Kaaba ein christliches Gotteshaus war, Urban. Oder habe ich das falsch in Erinnerung? Eine Kirche damals zur Zeit. Eine Kirche, ja, genau. Und Mohammed hat sogar alle Bilder dort zerstören lassen, wo er das eroberte, außer Bilder von Maria und Jesus. Aber reicht das nicht schon, dass du eine 6-Siegeil rettest hast? Warte, Dadasch, jetzt komm doch nicht immer wieder zu diesem Thema zurück. Es ist wirklich sehr, sehr interessant, was Urban hier zu zeigen hat. Ja, klar. Es ist ja die Frage, wer hat diese Kaaba errichtet? Was war sie vorher? Ja, was ist dieses Gebäude eigentlich im Ursprung gewesen? Und da hat der Urban wirklich tolle Quellen zu. Und ich würde das gerne nochmal hören, bitte. Es steht in Akbar Maka, der Aref unten hat das geschrieben. Leute, es geht noch weiter. Es geht ja noch weiter. Und dann habe ich mich informiert, wie viele Propheten es zu Zeiten von Mohammed gab, die auch von Engel Gabriel Verkündungen bekommen haben. Leute, es waren genau 20 Propheten wie Musa Elama, die auch erzählt haben von Gabriel vor Mohammed. Das heißt, die Erfindung Mohammed, er hat die Offenbarung von Gabriel bekommen. Diese Legende gab es schon, bevor Mohammed selber bekommen hat. 20 Propheten hatten die. Ganz kurz, ich will auf einen Kommentar eingehen. Absis sagt, ich kann dir Dinge über deinen Nagelgott erzählen. Da kriegst du graue Haare. Also guck mal, meine Dinge über den Herrn Jesus Christus entnehme ich der Bibel. Ich weiß nicht, woher du irgendwelche Quellen oder Informationen hast. Aber komm gerne hoch. Wir können das gerne ausdiskutieren. Ist gar kein Problem. Zeig uns das. Yallah. Komm, Abli. Kann der gar nicht. Der macht doch Spaß. So jetzt nochmal. Wo ist mein Hauau? Chihuahua. Komm. Jamal. Ja komm. Auf, mach Platz. Komm. Ich bring dir auch Wäldchen bei. Panischer. Ich hab ihm gesagt. Geht zu Panischer. Jamal. Leckerli. Setz dich mit ihm auseinander. Es gibt mir leckerli. Jamal. Was ist jetzt mit deinem machig? Leckerli. Der kommt auf. Der ist weg. Der ist, glaube ich, anfangs. Leckerli. Der ist gar nicht mehr drin, glaube ich. Jamal, du kriegst Leckerli und dann geht Megasi. Der ist drin und guckt von außen zu. Ja. Genau so. Genauso wie seine ganze Kindergartenbande, die auch hier gerade drin ist. Leute, ich möchte mir mal was hinzufügen. Aber ich glaube, ich würde das Thema ganz kurz urbern, Bruder. Du kannst sofort loslegen mit deinen Hammerquellen. Ich würde gerne das Thema dann jetzt aufzumachen. Er hat uns gezeigt, was für ein Heuchler das ist. Er kann ja seinem Mann nicht stehen. Und somit hat sich für mich das Thema erstmal hier auf TikTok erledigt. Und den Rest, ja, TikTok sportlich. Oh, Urban. Anwar nennt dich ein Hampelmann. Darf er so mit dir reden? Jamal, ich geh mit dir. Das ist egal. Lass mich reden. Ich habe Heer mit ihm gemacht. Ich beleidige ihn nicht, wenn er mich beleidigen würde. Bruder, ich wollte nochmal sagen... Ja, Leute, guckt mal. Der Anwar, der kann nur hochkommen, wenn irgendjemand mit drin ist, ja? Von seinen Leuten. Alleine kommt er nicht hoch. Ganz gut. Ja, das ist immer so. Das ist immer so. Sobald einer von seinen Leuten da ist, sehe ich ihn auf einmal oben. Auf einmal kommt er, ja. Ja, auf einmal hat er seine Eier gefunden. Aber sonst, nee. Ich warte immer noch auf die Antwort. Wie so ein Chihuahua, der wartet. Ich warte immer noch auf die Antwort, endlich. Ja, Dadasch, lass mal bitte Urban weiterführen. Der war noch nicht fertig. Okay. Dankeschön, Ladasch. Urban, deine Bühne. ...überlebt und wurde später bei der Schlacht von Yamama umgebracht. Von einem schwarzen Sklaven. Und ich glaube, Khalid Ibn Walid hat gegen ihn Krieg geführt. Auf jeden Fall, er hat Mohammed überlebt und hatte danach sogar mehr Anhänger. Bis man ihn umgebracht hat. Wenn man ihn nicht umgebracht hätte, wir hätten heute einen anderen friedlichen Islam, ne? Krass. Bruder, wir können uns Aref hochholen. Aref ist ein Agnostiker, glaube ich. Der soll eine Anfrage stellen. Er hat sehr viel Wissen über das Thema. Aber er hat halt eine eigene Sicht. Wenn ihr ihn respektiert, ihr könnt ihn hochholen. Wir respektieren jeden, der respektvoll ist. Das ist gar kein Problem. Er soll nur eine Anfrage stellen. Er ist halt kein Christ, kein Muslim. Aber es ist... Gar kein Problem, Bruder. Gar kein Problem. Ja. Okay Leute, ich bedanke mich. Ganz kurz warte, bevor du gehst. Bevor du gehst. Schreibt mich an. Ganz kurz. Ich kann euch dann geben, dass es 20 Leute wie Musay Lama gab. Ja, mein lieber. Ganz kurz. Hallo. 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 Ich würde gerne noch fragen. Die Antwort würde ich gerne noch haben. Dein Prophet. Neun Jahre alt. Wie geht das? Die Frage... Hast du nicht die Antwort? Die Antwort würde ich gerne haben. Ich hoffe... Ehrlich. Also du musst... Du musst... Guck mal. Du musst erstmal die Priesterin Wester, Hester und danach musst du zum Ägypten gehen und ganze Sachen lesen, warum das sie da Aisha genannt worden ist. Okay. Bevor das du da irgendwelche... Warte an. Müssen wir jetzt alle nach Ägypten gehen und dann lesen, warum die Aisha heißt? Also die Geschichte... Leute... Ganz kurz. Ganz kurz, Leute. Habt ihr gerade nicht zugehört? Bitte Leute. Aref ist kein Moslem und er ist kein Christ. Er ist Agnostiker. Ja? Er ist Agnostiker. Und ich würde... Ich würde euch jetzt eigentlich bitten, Dadasch bitte runterzunehmen, denn wir haben es ihm jetzt zehnmal gesagt, er soll nicht die ganze Zeit mit diesem Thema kommen. Ja? Es muss echt nicht sein, Dadasch. Informiert dich bitte richtig über den Islam und kommt mit richtige Themen. Das Thema ist ausgelutscht. Darüber will keiner mehr reden. Bitte. Darf ich mal kurz ausreden? Ja? Erlaubt ihr mir? Und zwar, also, die Geschichte verfolgt man zurück, oder? Dann kannst du die Wahrheit da rausfinden. Also, wenn du da zu zeitigen Wörtern, die alten Bücher damals geschrieben worden ist, übersetzen würdest, gehst du in die falsche Richtung. Also klar und deutlich. Ein Prophet, der mit Liebe gesandt wird, heiratet keine Neunjährige. Ganz einfach. Nein, das stimmt nicht. So was gibt es doch gar nicht. Warum haben sie doch Aisha oder Eshiya genannt worden? Das musst du von Geschichte lesen. Okay. Aber im Hadith steht doch. Oder die Hadith. Sahih. Guck mal. Wenn ich dir sage, Lut, Lut ist da ein Gesetz. Hallo, mein Lieber. Sahih Muslim. Guck mal. Guck mal. Lut ist da ein Gesetz. Guck mal. Hör mal zu. Lut ist da ein Gesetz. Das ist da ein Instrument. Warum nennen sie doch diese Instrument Reparaturmacht Notia? Warum? Also das muss die Geschichte zurückverfolgen. Süße Deutsch. Ja. Meine Frage war, ein Prophet, der mit Liebe gesandt wird von Gott, wie kann ein neunjähriges Mädchen? Sexualität. Immer noch. Der ist kein Mussel. Du hörst mich gar nicht, glaube ich. Oder du willst doch nicht hören. Ja, ich meine ja nur allgemein. Das kann doch nicht wahr sein. Also das steht beim Hadith. Das kann jeder gar nicht. Guck mal. Das steht beim Hadith. Sogar kann ich dir. Kann ich dir Buch sagen? Hör mal zu. Erstmal bitte. Erstmal zuhören. Sogar steht, welches Buch kann ich dir auch noch sagen? Okay? Ja. Interessiert mich. Welche Seite? Welche Nummern kann ich dir alles sagen? Interessiert alles nicht. Also der hat nicht mit neunjährigen geheiratet. Das stimmt von vorne bis zum hinten nicht. Eine Untergürtellinie gedacht haben, seine Willen wieder besorgen. Sie war sechs und mit neun hat er den Geschlechtsack mit ihr vollzogen. Okay. Also wie ihr glauben wollt, das ist eurem Sache. In euren Hadith. Das kann ich ihnen nicht erklären, wie das heißt, warum das der Aiche genannt worden ist. Nein. Leute, er sagt nicht, er bringt durch Quellen, dass die Aiche Geschichte komplett aus dem Römischen übernommen wird. Auch der Ikt-Ift-Vorfall, wo Aiche ihr Schmuck in der Wüste verliert, er zeigt durch alle Copy-Paste. Er verteidigt das nicht. Lass ihn bitte ausreden. Er hat nur alte Religionen studiert und kann dir die Bezüge zwischen den Islam und den alten Religionen mit Namen zeigen. Er verteidigt das nicht. Er hat nur seine eigene Sicht. Er ist kein Muslim. Leute, bitte. Also Sie denken, dass ich da irgendwas schütze? Leute, ihr habt es nicht verstanden, dass der Arif redet und es wird nicht nochmal zum hundertsten Mal gefragt, warum es so passiert ist. So, du hast jetzt zwei Minuten. Wenn du noch mehr brauchst, kannst du noch mehr bekommen. Rede bitte. Dankeschön. Und zwar, erst einmal müssen wir wissen, was Islam bedeutet. Islam ist da ein System. Und dieses System sind wir schon in jedem Land drin. Also wenn ihr als Religion nehmt, dann wird ihr gegenseitig immer kämpfen. Genauso Christen heißt auch System. Woher kommt das, dieses System? Bis jetzt habe ich nur Ägypten zurückverfolgt und von da die ganze Erzählung irgendwie von den anderen Leuten geschrieben worden ist oder Sprache zu Sprache geändert worden ist und erklärt worden ist. Das habe ich schon rausgefunden. Das wollte ich doch Ihnen nur erzählen. Also Aisha, wenn ihr zurückverfolgt, dann seht ihr schon beim Rheuma, Greg und Ägypten. Diese Schmuckstück heißt im Ägypten Menat. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal gehört habt. Menat heißt der. Wie Wunder, ne? Also in islamischen Geschichten auch Menat. Warum? Wieso? Weshalb? Weiß ich nicht. Das müsst ihr selber forschen. Ich danke, das reicht mir schon. Wenn ihr Fragen habt, kann ich doch antworten. Okay, ich beende die Show. Moment. Oh, du hast meine Frage dann nicht beantwortet. Oh. Ja. Gib mal dem Dadasch auch zwei Minuten. Okay. Ganz gut. Immer noch, meine Frage, ganz gut. Dadasch, warte mal ganz kurz. Warte, Dadasch, du kriegst jetzt zwei Minuten. Du kriegst jetzt zwei Minuten und wenn du noch einmal diese Frage nach diesen zwei Minuten fragst, also. Du kriegst jetzt zwei volle Minuten, da kannst du dich wirklich, du kannst 20 Mal fragen, aber wenn dir das dann keiner beantwortet, Dadasch, Bruder Herz, dann respektier das dann auch, bitte. Aber ist das nicht, also wenn du eine Tochter hast, Bruder, gibst du deine Tochter einen 50-Jährigen? Meine Frage, wenn du eine kleine Tochter hast, gibst du deine Tochter einen 50-Jährigen? Nein, gibst du nicht. Die gibst du nicht. Danke, danke, danke. Ja, aber warte mal, warte mal. Guck mal, ich habe dir jetzt gerade eine Antwort gegeben. Das machst du nicht. Du kannst du sagen reden. Deine Tochter nicht einen 50-Jährigen oder einen 40-Jährigen. Unglaublich. Was? Lass uns doch reden kurz, bitte. Ich habe noch nicht über eine Minute geredet. Ich schwöre. Du hast gerade gefragt, ich habe dir geantwortet. Die Antwort, ja. Ich habe schon geantwortet. Nein. Die Antwort ist nein. Und nochmal nein und nochmal nein. Und für später nochmal nein. Dankeschön. Ja, rede doch. Ist doch nicht göttlich. Ist doch nicht göttlich, gerade nicht von Gott kommen. Das ist ja Wahnsinn. Das kann ja nicht vom lieben Gott kommen. Geht ja gar nicht. Also ihr wisst ja alle, wie ihr hier seid, dass Liebe existiert. Liebe. Weißt du? Und die Liebe muss ja auch erschaffen worden sein. Und wenn ein lieber Gott die Liebe erschafft, dann kann ja gar nicht von Gott kommen. Geht ja gar nicht. Versteht ihr jetzt, was ich meine? Ja. Danke. So, das kann doch nicht von Gott kommen, Mann. Ich bitte euch doch, ey. Ist doch Wahnsinn. Ist doch nicht normal. Bist du ein Christ? Ich bin momentan nix, nein. Was warst du davon? Ich bin kommentiert 2014 zum Islam. Ich habe die Sache herausgefunden. Dank Ex-Muslim. Ey, der muss irgendwann akzeptieren, dass das halt nicht die Wahrheit ist, weißt du? Warte mal, du bist zum Islam gewechselt? Richtig. Ja, was heißt so Christentum? Ja, was heißt so Christentum? 2014 bin ich konvertiert so und habe immer an Gott geglaubt, weißt du? Und mich hat das irgendwann halt gefangen. Aber kannst du erklären, was hat dich überzeugt, zum Islam dich zu konvertieren? Oh Mann. Was hat dich überzeugt, dass du dich konvertiert hast? Die Gemeinschaft, die Gemeinschaft. Also bevor du Moslem geworden bist, hast du dir nicht durchgelesen, was da steht? Ne. Ja, aber was macht das für einen Sinn? Ja, gar nicht. Ja, also. Das klingt gelobt, weißt du? Du hast einfach, irgendjemand hat dich vollgelobt und dann hast du diese, äh. Richtig, ja. Api lala, oder wie das heißt, ausgesprochen. Warte noch mal ganz kurz. Dann warst du ein Moslem, oder was? Nur meine Frage beantworten. Ich mir selber ja, weißt du? Ey, Dadasch, ich weiß nicht, was bei dir, ich weiß nicht, was bei dir deinem Kopf ist, empfangen. Ich sag dir, was los ist. Ich hab dir schon geantwortet. Dadasch, Dadasch, äh, guck mal. Da geh ich jetzt auch runter. Äh, schreib mir mal bitte privat gleich, dann sag ich dir auch warum. Und, ähm, äh, ist nicht böse gemeint, ist wirklich herzlich gemeint. Du kannst heute Abend nochmal reinkommen, oder morgen. Ähm, aber schreib mir mal gleich privat, ich möchte das jetzt hier nicht sagen, aber schreib mir bitte privat, dann sag ich dir auch gleich warum. Für uns alle, Bruder, für uns alle. Nein, nein, alles gut, aber nein, nein, guck mal, alles gut, wirklich. Ähm, äh, ich wünsch dir Gottes Segen. Und, äh, danke, dass du hier warst. Komm später, komm später, bitte nochmal. Aber schreib mich gleich dir, guck mal, ich folg dir eben. Warte. Dir auch, Bruder, Gottes Segen euch allen. Ich folg dir, ich, äh, folg dir eben, und dann, äh, schreib mich mal gleich privat an, und dann, äh, sag ich dir warum, und dann, aber wie gesagt, du bist immer herzlich willkommen, komm morgen, übermorgen, ne, alles gut. Ähm, äh, bis später dann. Aber schreib mir mal jetzt gleich direkt, dann sag ich dir eben noch warum. Warte kurz, wegen Morddrohungen oder was? Warte kurz, wegen Morddrohungen oder was? Wegen Morddrohungen oder was? Nein, 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 nichts Schlimmes. Nichts Schlimmes, da, 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 nichts Schlimmes. Schreib mir einfach privat, dann sag ich dir das gleich. Dankeschön. Habib, ich küsse dein Herz. Wolltest du mich rausschmeißen jetzt, oder wie? Nein, rausschmeißen, das ist ein Wort. Ich nehme einfach jetzt runter kurz. Schreib mir, dann, ähm, ne, wo ist denn das? Das ist ja unglaublich, ey, so traurig, ey. Ja, okay, danke. Lass uns weitermachen. Darf ich, darf ich mal was fragen? Seid ihr alle hier religiös, oder glaubt ihr irgendwas, oder? Nö, ich zum Beispiel nicht. Mach mal, äh, Moritz, irgendwas stimmt bei dir nicht. Äh, ich zum Beispiel nicht. Also ich glaube, es gibt, äh... Ich glaube an meine Götter, die schon länger da waren als alle anderen. Wie heißt das? Und ich bin die einzigste Religion, die weltweit wirklich im Arsch ist, weil alle anderen Religionen größer sind als meine. Und deswegen muss ich immer wieder für meine werben. Weil wir sind viel cooler als andere. Bei uns ist es scheißegal, wer was macht. Hauptsache keiner geht dem anderen auf den Sack. Wir waren nie imperialistisch. Wir haben nie Leute gezwungen. Wir haben keine Leute unterdrückt. Wir haben die Natur ein bisschen mehr geehrt, weil die Natur ist nun mal wichtig. Sie ernährt uns auch und alles gehört zusammen. Ach, schau mal nicht. Und Religion ist das Beste. Und sie war schon immer hier. Hier. Deutschland. Egal wo. In Europa. Sie war hier. Bevor alle anderen kamen. Und uns unterdrückt haben. Sie haben uns in den Keller gesperrt und haben Schuhe auf den Kopf gehauen. Und. Odin, aber wir wissen doch, dass die Germanen und die Wikinger Länder erobert haben auf eine sehr unschöne Art und Weise. Also so friedlich ist es nicht. Also das wissen wir doch. Das war nicht so. Historisch gesehen war es so. Am Anfang haben wir ja zum Beispiel gehandelt. Eine Ziege gegen einen Pilz zum Beispiel. Und irgendwann ist es vorgekommen, dass wir mit Gold gehandelt haben. Warum? Weil wir mehr geworden sind. Wir konnten nicht mal so viele Ziegen. Wenn eine Ziege beispielsweise 30 Jahre ist, was macht. Und wenn der Vogel viel früher stirbt, mussten wir irgendwann mit Gold. Wir sind mehr geworden. Mehr Leute. Mehr Leute. Nicht mal alle konnten handeln. Der Boden hat nicht mal alle Leute in der Region ernährt. Was ist, wenn viele Menschen irgendwo sich ausbreiten müssen aufgrund der Ernährung? Man geht beim Nachbarn rein und klaut dann einfach stibitzt. Man stibitzt. Ja, aber wir reden ja nicht nur. Nein, aber guck mal. Wir reden ja jetzt. Du versüßt das jetzt mit Stibitzen und sonstiges. TikTok sportlich immer. Ja, aber wir wissen doch, wofür die Wikinger berühmt waren. Und jeder hat Angst vor ihnen gehabt. Also wenn du gehört hast, Wikinger, Germanen, da ist die Leute schon, die haben richtig Panik geschoben und Angst gehabt. Und wenn die dann um die Ecke gekommen sind, dann hat man erst mal das eine gemacht und dann hat man geredet. Man hat nicht geredet und dann, wenn man sich nicht ergeben hat, sondern die haben wirklich Tatsachen geschaffen, indem die, ich sag es jetzt mal so, die Felder gepflügt haben. Ja, und die Felder sind Menschen. Es gibt natürlich hübsche Frauen und wenn man eine hübsche Frau sieht, ist es ja normal, dass du sie haben willst, weißt du? Das ist ganz normal. Das ist heute sehr wichtig. Das ist sehr wichtig. Ich muss mich kurz bei meinem Twitter bedanken, wenn ich kurz darf. Darfst du? Ich bin gerade mit meinem Handy nochmal reingegangen. Ich habe ja jetzt gerade sehr viele Nachrichten bekommen. Ja, Leute, die ich gar nicht kenne und die haben jetzt alle gefolgt. So um die 30, 35 Zuschauer sind das. Also mein kleiner Chihuahua, du machst deine Arbeit gut. Ja, also mein Fame wächst für das, dass du Scheiße erzählst. Mach weiter so. Tu mir einen Gefallen, geh bei Pia Vogel in den Stream rein und mach das dort am besten. Ja, also du machst echt gute Arbeit, Chihuahua. Ja, der soll mal hochkommen und nicht da unten bellen. Der soll mal hochkommen. Und wie gesagt, du spinnst, du musst immer alles objektiv betrachten. Was passiert, wenn eine Gruppe größer wird? Wenn sie größer wird, muss sie sich ausdehnen. Das heißt, man muss woanders hin. Und wenn dann der Boden nur für 10 Kartoffeln gibt und du hast 150 Mann, ja, da kannst du die mit 10 Kartoffeln nicht ernähren. Was macht man? Man dehnt sich aus. Und dann geht man beim Nachbarn hin. Und dezimiert die Nachbarn gleichzeitig mit, damit man noch mehr von den Kartoffeln hat. Ja, das waren Taktiken. Ich feier dich. Aber weißt du, was die Nachbarn gemacht haben? Die Nachbarn haben uns sogar in hohen Positionen immer wieder eingesetzt. Ob es Rom war, die... Ja, das stimmt. Da gebe ich dir recht. Warum hat man das gemacht? Nicht, weil wir böse waren oder barbarisch waren. Nein, nein, nein. Weil wir sehr treu und loyal sind. Nein, Odin, man hat das tatsächlich... Odin, ich sag dir, warum man das gemacht hat. Das stimmt wirklich tatsächlich. Man hat diese Leute dann auch eingesetzt. Die haben sich sogar sehr, sehr hoch gearbeitet. Aber man hat dann auch die Hoffnung gehabt. Und es hat sich dann auch bewahrheitet, dass diese Leute ihre Leute dann auch zurückhalten. Und man in Ruhe leben konnte. Und tatsächlich sind dann auch große Völker entstanden. Und dann auch die Russen zum Beispiel drüben, die stammen ja auch von... Die Vorfahren waren ja auch aus diesen Regionen. Und hier in Deutschland, in Norwegen, Schweden, überall. Ja, also... Es waren auch Odins Kinder, genau. Auch Odins Kinder. Genau, das sind alles Nachkommen. Aber nochmal, die sind hier nicht friedlich hingekommen. Die haben erstmal... Wir waren doch schon immer hier. Wir hatten aber Nachbarschaftsstreit. Das stimmt. Nachbarschaftsstreit. Man kann auch sagen, Bruder gegen Bruder, Schwester gegen Schwester. Das ist nochmal so belaufen in der Geschichte. Der ist gut. Ey, den merk ich mir. Odin, der war gut. Israel hat mit Gaza Nachbarschaftsstreit. Oder so ungefähr. Das ist halt so... Manchmal gibt's Nachbarn. Odin, ich hab dir gesagt, wir können auch immer dahin gehen. Da gibt's ein Kopfgeld von vier Menschen hier. Vier Terroristen. Eine Mio. Plus Bonus. Also, wie gesagt, dich würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Ja. Nur ich mach's ohne Kopfgeld, da wir nicht käuflich sind. Und dann nicht die anderen Verbrecher... Mehr für mich! ...vergleichen die für Macht und Ruhm. Die verachte ich ja. Hob, lass mal den Dadasch bitte unten, ja? Ja, ja. Ich mag keinen Macht und Ruhm. Ich mag auch nicht mit Geld Menschen zu kaufen. Das sind für mich alles ehrenlose Leute, die einen Preis haben und dafür ihre Wurzeln verraten, ihre Familien verraten, ihre Völker verraten, nur um jemand anderes in den Händen zu spielen. Diese Leute verachte ich. Entweder machst du es, weil du überzeugt bist, um was zu bewahren. Weißt du, was ich mein? Aber niemals, weil man käuflich ist. Genau. Und wenn ich für einen Menschen Sympathie habe, weil er mir beispielsweise zuspricht, weil er vielleicht irgendwie Sachen pflegt, die ich auch pflege. Natürlich kann es passieren, dass ich ihm einen Notfall sage, ich stehe an deiner Seite. Auch wenn wir beide verschieden sind. Aber wir vertreten ja eine gemeinsame Sache. Das sind Odins Kinder. Merkt euch das gut. Wir haben es uns gemerkt. Und die Christen haben viel stibitzt von uns, ja. Die ganzen Traditionen stibitzt. Guck mal, jetzt ist er ganz ruhig da unten, ich bin's. Ich habe gerade was gemacht. Dada, kannst du mir bitte schreiben? Du solltest mir bitte privat schreiben. Ich habe noch keine Nachricht von dir. Was willst du dem schreiben? Ich will ihm eben sagen, warum ich ihn runtergenommen habe. Damit er das... Ja, Devrim, sie hat sehr viele Fantasien. Ich habe auch viele Fantasien. Und ihre Fantasien und meine Fantasien treffen sich. Das wird gefährlich. Das wird gefährlich. Das wird gefährlich für alle hier. Hol mal Devrim hoch. Und, ja, der soll Anfrage stellen, das ist privat. Und, ja, deswegen bleiben es jetzt auch hier in TikTok-Fantasien. Ab euch schicken, wie geht's dir? Man lebt, wie geht's denn dir so? Danke, danke, ihr seid so gut. Wie können wir dir helfen heute? Ja, also ich wollte gerade wissen, was mit Dadasch war. Warum habt ihr den jetzt so verjagt? Ich bin ein bisschen später angekommen. Warum verjagt? Ich weiß nicht, wollt ihr den nicht ja hochholen? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Nein, 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 nein. Guck mal. Ich möchte das jetzt hier nicht sagen, aber es hat einen Grund. Es ist kein schlimmer Grund oder sonstiges. Deswegen habe ich dem Dadasch auch gesagt, er soll mir bitte privat schreiben. Dann sage ich ihm das eben. Manchmal muss man halt so ein bisschen aus Schutz der anderen, also für ihn selber auch, Leute auch mal ab und zu mal runternehmen. Okay? So viel dazu. Es ist nichts Schlimmes. Es ist wirklich brüderlich gemeint. Ich habe ihm auch gesagt, er kann heute Abend oder morgen oder sonst irgendwann immer wieder hochkommen. Ist gar kein Problem. Okay? Okay. Ja, egal. Ich komme wahrscheinlich viel zu spät rein, um zu verstehen, was Sache ist. Ich habe nur verstanden, dass er zum Islam konvertiert ist. Wie bitte? Nein. Er war. Er ist nicht religiös. Er war. Er ist zum Islam konvertiert und ist es jetzt aber nicht mehr, hat er gesagt. Und das war nicht der Grund. Deswegen habe ich ihn nicht runtergenommen. Wir haben ihn runtergeschmissen, weil er kein Moslem ist. Nein. Ach so macht er das also, ja. Bruno Stehlen. Grüßle. An Stehlen. Bruder, guck mal. Ich war heute Morgen schon mit Ihnen live, ja. Also ich denke mal, ich kann das offen ansprechen. War ja sowieso öffentlich. Und guck mal, wie zum Beispiel dieses Kommentar, was er gerade geschickt hat. Ihr seht das alle nicht. Warte, ich mache es jetzt so, dass man sieht. Ich habe es gemacht. Mach es mal kurz öffentlich. Genau. Mach es mal kurz öffentlich. Guck mal, siehst du das Kommentar, was er gerade geschickt hat? Apoi. Ja. Und er ist halt eine Böse am Schießen die ganze Zeit, ja. Und das ist das, was wir nicht wollen. Wir wollen uns ja mit euch unterhalten können, ja. Ohne, dass solche Ausdrücke wie P... über euren Propheten fallen aus Provokation. Weißt du, wenn man darüber redet und einfach sagt, hey, in dem Zusammenhang vom Alter her ist das so, dann kann man das einmal sagen, seinen Punkt aussprechen, aber trotzdem, sage ich mal, auf eine Basis, ohne dass man jemanden angreift. Ja. Aber die Art und Weise, wie er das halt heute macht, ja, ist einfach nur dieses Provokante. Verstehst du? Guck mal, wenn du jetzt, wenn ich den jetzt hochhole, wird er dich sofort fragen, 54 und 6. Wie kann das? Wie ist das? Verstehst du? Ohne eine Quelle zu bringen und so. Und das möchten wir einfach gerade nicht. Es muss kein Streit sein. Wir möchten uns normal mit dem Menschen machen. Guck mal, der stellt diese Frage schon seit einer Stunde die ganze Zeit. Wir haben ihn schon geantwortet. Ich verstehe nicht, was er noch will. Ja, gut, wenn die, wenn die meinen, das ist das einzige, worüber wir sich im Leben kümmern müssen. Guck mal, Dadasch, das ist gar nicht böse gemeint. Wir verstehen doch, was du willst. Aber es bringt jetzt hier nicht die ganze Zeit, das zu fragen. Ich glaube, der versteht das nicht, aber gut. Freimaurer. Nein, nein, Dadasch, du kommst hier bei mir nicht mehr hoch. Guck mal, dann kann ich dir auch nicht helfen. Also wirklich, dann schlaf bitte deinen Rausch aus. Und dann, das war das. Ich habe das Gefühl, du bist betrunken. Ja. Irgendetwas. Und ich wollte das die ganze Zeit nicht öffentlich sagen, aber du schreibst mir auch nicht, damit du es jetzt hier verstehst an dieser Stelle. Ich habe das eigentlich gemacht, um dich ein bisschen vor dir selber zu schützen. Ja, also nochmal, vielleicht ist das auch nur eine Unterstellung, aber die Vermutung liegt nah. Und ich möchte dich jetzt hier nicht irgendwie, vielleicht ist es auch nicht so. Ja, aber ich habe das Gefühl. Und eigentlich nur zu dir aus Selbstschutz. Deswegen habe ich gesagt, schreib mir bitte, dann hätte ich dich das eben gefragt. Und du sagtest, nein, bin ich nicht. Dann kannst du auch hoch, ist gar kein Problem. Dann ist das halt vielleicht deine Art, was dann auch nicht schlimm ist. Aber nichtsdestotrotz, ich habe das Gefühl gehabt und deswegen wollte ich dich ein bisschen vor dir selber schützen und habe dich deswegen runtergenommen. so, äh, Lucio. Ja, hallo. Hi. Und jetzt. Und du? Auch, auch. Ja, ich habe mal bei ZDF angerufen. Was hast du? In den Kommentaren wurde ich gefragt, ob ich bei ZDF angerufen habe. Achso, ne. Ich habe gedacht, du, der Lucio. Ja, Lucio, kannst du auch reden? Ja, klar. Hm. Fühlst du dich auch angesprochen? Ähm, durch das Bild hier jetzt? Ja. Ja. Also ich finde das ein sehr diskriminierendes Bild. Erklär mir mal bitte, was du da siehst. Ich sehe, sozusagen, Menschen, die, äh, teilweise rauchen im Hintergrund, zum Beispiel. Oder sehr erschöpft sind. Und dann durch ein Buch gehen. Also ich weiß jetzt nicht, welches Buch damit gemeint ist. Und danach zu Terroristen werden. Okay, und du sagst mir jetzt gerade, du weißt nicht, was für ein Buch das ist. Aber du fühlst dich angesprochen. Also bist du auf der einen Seite, oder bist du ein Terrorist? Also das habe ich jetzt nicht verstanden. Äh, es ist ja sozusagen, das ist dasselbe. Weil die, die im Hintergrund sind, geht ja durch das Buch und werden zu Terroristen. Also du fühlst dich angesprochen, weil du ein Terrorist bist, habe ich das richtig verstanden. Weil da arabische Schrift ist. Und wieder Leute als Terrorist dargestellt werden. Das ist doch ganz klar, ähm, sozusagen, um das ins Lächerliche zu ziehen. Aber warte, du hast gerade eben gesagt, du weißt gar nicht, was für ein Buch das ist. Ja. Es kann ja auch jedes beliebige arabische Buch sein. Es kann ja auch Kufur mit Dahoud von Ibn Taymih oder so sein, ne? Was ist denn für dich jetzt angesprochen? Ich fühl mich nicht angesprochen, weil ich diese Bücher nicht lese. Warte, wer redet gerade mit mir? Apoju. Nee, nee, ich hab gerade mit Lucio geredet, oder? Du kannst weiterhin reden mit Lucio. Er hat dich doch angesprochen gefühlt, oder? Ja, okay. Du hast recht, ich sollte mich nicht angesprochen fühlen. Weil ich nicht weiß, was für ein Buch das ist. Okay, dann sind wir schon mal weitergekommen. Was ist das für ein Buch? Ähm, jemand, der Arabisch kann, kann das ja lesen, oder? Ja, aber ich frag dich ja gerade. Ja, ich kann kein Arabisch, ich weiß nicht. Also du nimmst das als Bild und weißt nicht, was für ein Buch das ist. Nee, deswegen frage ich dich doch. Ich will wissen, was da steht. Ja, ich auch. Wer kann denn hier Arabisch mir sagen, was das für ein Buch ist? Oder eher gesagt, wenn wir so überlegen, ja? Wenn wir jetzt so logisch überlegen. In welchem Buch passiert denn sowas? Weiß nicht. In welchem Buch oder in welcher Religion kann sowas passieren? Eigentlich an jeder, haben wir ja gesehen. In jeder Religion? Ich glaub das ist Christentum. Im Christentum, ja. Wenn man das alte Testament zu ernst nimmt. Oder wenn wir Neuseeland anschauen, dann können wir das ja auch sehen. Ja, Neuseeland nicht. Ich rede vom Buch, nicht Neuseeland. Also meiner Meinung nach ist das wahrscheinlich der Islam. Ja, weil es dort eben Hadithe gibt, wo man töten darf. Ja, es ist ja auch nicht verboten. Das heißt, was machen Terroristen, die töten? Also wir dürfen jetzt Muslime einfach so uns alle umbringen. Einfach so. Wer hat das gesagt? Hochbuden. Zur Frage. Im Christentum ist es ja auch erlaubt. Also wenn wir uns die Kreuzzüge anschauen, zum Beispiel. Oder die Zwangschristianisierung. Wo Menschen... Warte mal. Kennst du Terroristen? Also kennst du eine Organisation von Terroristen, die Christen sind? Die Christen sind? Oder Juden sind? War Kubiksklan nicht auch christlich? Nein. Das sind Rassisten. Ja. Oder seht ihr die Christen mit einer Bibel, die dann rumschreien im Namen Jesus und machen dann irgendwas? Nein, du musst die Frage anders darstellen. Gibt es etwa eine Organisation, ja? Guck mal, ich beziehe das auch auf die Kreuzritter, die aus der christlichen Lehre herausgeht, ja? Die irgendwie Terror oder sonstiges tun darf? Okay, dann frage ich euch. Nein, nein, nein. Du fragst nicht, wenn er... Nein, nein. Du stellst keine Frage. Lucio, das funktioniert nicht so. Du stellst keine Frage, wenn er eine Frage gestellt hat. Erstmal beantwortest du die Frage, ja? Und dann kannst du eine Frage stellen. Okay. Nein, gibt es nicht. Und genauso wenig gibt es auch muslimische Terrororganisationen. Natürlich. Was ist die Hamad? Was ist die Hisbollah? Die reden doch im Namen von Adhan. Genau. Ja, okay. Also kann ich mich jetzt sozusagen hinstellen als Krieger? Christ und sagen, okay, ich rufe jetzt sozusagen als Christ euch das auf, die Ungläubigen zu töten und danach wäre ich eine christliche Terrororganisation. Nur weil ich das sage. Nein, nein. Guck mal, nein, nein. Dazu brauchst du, dazu brauchst du in der Bibel, ja? Brauchst du in der Bibel, sag ich mal, ganz klare, eindeutige Schriften, die ausgelegt sind, dass so etwas in der christlichen Ideologie erlaubt ist. Dann kannst du eine Organisation gründen und sagen, so, wir machen das im Namen Jesus. Aber sowas findest du nicht in der Bibel, ja? Aber sowas finden wir im Koran, in den Hadithen, die Auslegung des Koranes, genauso wie in den Tafsinen, ja? Da finden wir das. Die Aufrufe zu diesem Krieg, zu diesem tötet die Juden, tötet die Christen, tötet die Ungläubigen, ja? Kannst du das Beispiel zeigen? Das finden wir da drinnen. Deswegen verbindet man das ja damit, verstehst du? Da kann man das rechtfertigen, weil es da gegeben ist. Aber in der Bibel kannst du das leider nicht rechtfertigen, weil es nicht gegeben ist. Kannst du mir ein Beispiel nennen, zum Beispiel, wo das so... Ja, selbstverständlich. Hope, ich hab dir doch den Screenshot geschickt mit den Juden zum Beispiel. Finde das gerade mal ein, den Hadith von Said Bukhari war das? Wo die Juden sich hinter einem Stein verstecken. Richtig, wo die Juden sich hinter einem Stein verstecken und selbst der Stein wird sagen, oh du frommer Moslem, komm hinter mir versteckt sich ein Jude, töte ihn. Und der Tag der letzten Stunde wird nicht kommen, bevor, ja? Bevor ihr das tut. Nein, bevor sowas passieren sollte, das ist ein Krieg zwischen den Muslimen und den Juden. Und es ist ja nur eine von vielen Prophezeiungen, die passieren werden, noch bis zu diesem Tag. Darf ich kurz stören? Ja, aber wenn wir das als Prophezeiung... Ja, natürlich, Harif, du hast das Wort. Ja, ich werde die Kamera öffnen und die Frage stellen. Kann einer mir antworten? Zum Beispiel, hier, guck mal. Pharao, ne? Aha. P-A-A-O. Pharao. Beim Juden Pharaoach. Beim Greg Pharaoach. Prophet übersetzt. Und beim Muslim Ahmed übersetzt. Hamede. Wenn er da M da vorbringt, Mohammed wird das. Mit natürlich oben rüber mit zwei M zu machen. Was bedeutet diese Paar? Kann einer mir erklären? Äh, Arif? Überall gibt's doch Paar. Überall. Ich hab eine Frage dazu. Eine Frage. Ganz kurz, ich hab eine Frage bitte zuerst. Nein, nein, halt mal deine Klappe, Janne. Wie bitte? Kommt doch zu mir, so wie ihr mit meinen Brüdern redet. Kommt zu mir. Hallo. Ich gehe mit euch ein, Gast, ihr kleinen Hund. Mama, du holst jetzt erstmal Luft. Du holst jetzt erstmal Luft, ja? Dann gehst du erstmal bitte zur Mama. Die sollte dich nochmal kurz erziehen. Wenn sie dich erzogen hat, kannst du gerne nochmal hochkommen. Dann wirst du erstmal Hallo sagen. Und wirst ganz ruhig mit jedem hier reden. Dann ist es möglich. Ansonsten bleibst du da, wo der Pfeffer wächst. Habt ihr gesehen? Werbung für den Islam. Arif, ganz kurz, ich hab eine Frage dazu. Ähm, so wie ich das verstehe, ich hab einmal mit Panischer auch darüber gesprochen. Ähm, es gibt ja die These, zum Beispiel, dass Mohammed nie existiert hat. Und... Die existiert doch gar nicht. Jaja, genau. Pass auf, deswegen meine Frage an dich. Das, was du uns hier gerade alles zeigst. Willst du uns damit zeigen oder sagen, dass Mohammed eine komplette Erfindung ist, die Hadithe eine komplette Erfindung sind und der Koran eine Erfindung ist? Nein, also das hat ganze Nuns. Ja? Ich weiß nicht, ob du da Nuns kennst. Bei euch ist da Nonne. Nonne, okay. Die, die haben das geschrieben. Von damals. Ägypten, Ägypten Geschichte, wenn ihr liest, Atom schafft doch Nun. Nun heiratet mit dem Nunet. Also ihr müsst doch die Geschichte erstmal komplett durchlesen, damit ihr versteht, warum ist Gott heiße I-O-E-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A das ist doch nun ist doch bestimmt aus dem lateinisch das heißt mir sicherheit nicht nun heißt pristerin er gibt den lesen das sind die pristern diese diese sätze schreiben die nennen sie als wasser das kann nun aber ich habe mein problem damit wenn man wörter nimmt und du hast wahrscheinlich mehr ahnung davon ich rede jetzt hier wirklich als laie okay also das ist kein angriff an dich ich habe ein problem damit wenn man wörter nimmt aus verschiedenen kulturen auch die aneinander gleicht und sagt guck mal hier l passt no passt und a passt und das bedeutet dies das bedeutet dass aber warte mal guck mal wir haben ja sehr viele worte im deutschen die dann auch die endung ung haben zum beispiel ja oder 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 height oder sonst irgendetwas und das bedeutet aber nicht dass diese diese endungen jetzt zum beispiel auf auf einen einen stamm hinweisen oder eine eine gleichheit hinweisen oder ein zusammenhang hinweisen oder sonst irgendetwas ähneln sich aber das wort hat eine ganz andere bedeutung und damit habe ich ich musste ganz also ich habe dann ein problem damit ich habe auch ein problem damit wenn man mathematische zahlen nimmt jedes mal und dann sagt das und das am ende so und so und hier und da und dann kriege ich das und das raus weil so haben wir zum beispiel die erklärung von 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 einigen die dann sagen rebecca ist drei weil es steht nirgendwo in der bibel dass das mache ich aber nicht ich habe nur gesagt andere machen das und kommen dann auf eine mathematische hochrechnung ja mit raketenwissenschaften und und mondforschung und ich weiß nicht was alles um dann darauf zurückzuschließen wieder nachdem man 500 kilometer gefahren ist dass rebecca drei jahre alt gewesen ist und mit solchen sachen kommen das meine ich respektvoll habe ich immer wieder probleme weil ich weiß auch wie unterschiedlich wörter sind aber trotzdem hinten die letzten drei buchstaben gleich haben oder die ersten drei buchstaben gleich haben oder in der mitte haben sich die gleichen sachen islam man redet doch man redet doch mal zu hören wir mal zu wenn einer redet dann bist du leise wenn du nicht erzogen worden ist zu hause haben immer zu wenn du nicht erzogen wurde ist dann erziehe ich jetzt okay dann fliegt doch ja du nein 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 du redest nicht wenn ich rede hast du mich verstanden leise sein ganz einfach und dann kannst du um sein und schmeißt runter hoch du hat kein mehrwert warte mal warte mal hier guck mal hier kriegst du warte warte ich habe einen leckerli und jetzt fein platz machen ab ins körbchen ab ins körbchen jetzt bleibst du im körbchen und gibts ruhe ja wir versuchen zu stören die ganze zeit ich möchte trotzdem noch mal auf den kommentar eingehen hier oscar zeit du bist herzlich eingeladen hier hoch zu kommen und uns zu beweisen anhand der tora ja dass rebecca drei jahre alt war bitte ich möchte wirklich den vers endlich sehen ich möchte ihn endlich sehen ich warte so gespannt und sehnsüchtig da drauf guck mal alle muslime haben immer wieder eine sache die sie wiederholen und zwar dass rebecca drei jahre alt war aber nicht ein einziger muslim ist bis heute ich bin ich bin mittlerweile ist es nicht mehr drei jahre sondern zwei jahre okay manche sagen auch dass sie ein paar monate war also leute werdet euch doch bitte erstmal einig wie alt sie war ja und dann kommt hoch zeigt hier meine herausforderung ernst 500 euro 500 euro für denjenigen der jetzt hochkommt und mir anhand der tora zeigt wo steht und ich möchte die zahl sehen ich möchte nicht sehen springt zudem da dahin da warte jetzt machen wir stopp mathematisch mathematische raketenwissenschaft bitte noch rein und dann eine navigation mit dem mit dem tomtom navi von 1995 und dann kommen wir wieder zurück fahren noch mal 500 kilometer und dann haben wir rebecca drei jahre alt aus alten testament ich möchte sehen wo es steht dass rebecca drei jahre jahre alt war jetzt 500 euro aber ich runde das angebot auch ich mache da eine andere zahl und ich biete dir vor alle leute 5000 euro im bar ich schicke dir jetzt ein foto von den geld habe ich in der linken tasche 5000 im bar wenn wir uns an einem tisch setzen und gehen wir live wir beide besetzt uns an einen tisch und wir nehmen noch zwei patienten von dieser gruppe hier mit setzt uns an einem tisch an einen neutralen raum und diskutieren dieses alles live von augen zu augen aus und ich bringe 5000 mit und leh das erste was ich mache ich lege hier um dich und die gehören dir und diese haupt wir haben das ist ein sehr schwacher versuch ja jemanden ranzukriegen also ja ich gibt schon 500k ja da musst du dir schon ein bisschen mehr einfahren lassen nein diese warte mal entschuldigung hat gut den ein dem ein mit diesem märmeln hat man weiß wie du heißt müssen die hat gar keiner geredet müssen keiner geredet ich bin warte mal wen meinst du denn einmal meine ich diesen ich bin den adler da oben den meine ich auf jeden fall ja da habe ich doch nicht gehört ich weiß jetzt nicht wie die anderen zu welcher meinung die stehen aber diese haupt die sehe ich immer hier im tik tok die verbreitet sehr viel hass ich weiß nicht was ihre message ist oder was besser was möchte sie dadurch bezwecken bewirken was vor 2000 jahren war ist nicht wie was heute ist das muss man ja das wissen wir alle das wissen wir alle müssen gerade mit der haupt hallo genau ich weiß du willst dass ich jetzt mit mir an einem tisch sitze richtig richtig ok dann geh bitte zum automaten noch ein bisschen mehr geld und dann können wir reden brauche ich nicht ich habe bargeld ich habe ich brauche nicht zum automaten der automat kommt zu mir ja bitte bei 50 euro brauchen wir nicht zu reden warum ich würde auch gerne du redest hier umsonst ich will es aber hier umsonst du redest umsonsten ich rede von treffen richtig also dann musst du dir eine andere zahl ausdenken und dann können wir darüber reden aber du bist ja so wertvoll auch wenn du kannst du das weiß ich nicht wer war das nicht zu äußern haben mich gerade als posti hingestellt wer hat die als wer nein der mann hat nur gesagt dass in frankfurt eine straße was günstiger denkst du wir können wir haben kein hirn zum denken ja aber du weißt doch nicht was dieser man sagt das ist deine mutter hol ich runter siehst du wenn du willst gottes segen gottes segen und jetzt möchte ich ganz kurz was dazu sagen der panischer hat voll kommt ins schwarze getroffen guck mal für 5000 euro weißt du was 5000 euro für mich sind nichts nichts denkst du ich gefährde mein leben und sage dir wer ich bin um an einen tisch zu kommen für 5000 euro also für 50 bitte ich möchte nicht respektlos sein an die leute hier 5000 euro ist sehr viel geld aber ich sage hier an dieser stelle noch mal müssen für mich sind 5000 euro nichts nichts okay also wenn du so etwas machen möchtest ist gar kein problem mach mal paar nullen hinten dran wirklich ein paar nullen hinten dran dann überlege ich mir das vielleicht dann überlege ich aber weißt du mit wem ich dann komme ich komme mit der ganzen aramäischen nation in meinem rücken ich nehme hob mit ich nehme hob mit wir setzen uns an diesen tisch ich kassiere die kohle ich schenke die hob ist mir völlig egal oder wir spenden diese kohle ist mir völlig egal und ist wahrhaftig ist gar kein problem macht 500.000 euro draus und ich komme mit hob aber ich komme mit rücken mit den ganzen aramäern die setzen sich schön mit an den tisch die diskutieren nicht bringen deine leute auch mit ist gar kein problem 500.000 euro ist mir das wert für ein kinderhospiz oder für krebshilfe keine ahnung was aber hier in deutschland nicht hinten irgendwo hier wenn du das geld bereit bist zu spenden du kannst das schicken an eine eine stelle an ein weiß ich nicht an die krebshilfe wenn du mir zeigt dass du diese 500.000 euro überwiesen hast ich komme dafür meine identität so hast du es dir überlegt ja habe ich mir überlegt genau also ich glaube ein jude schon mehr schon mehr wert als 5000 oder ich möchte ich möchte bitte dass er sich entschuldigt bei meiner mutter also ich soll mich also ich soll mich bei deiner mutter entschuldigen bei meiner mutter hast du dich zu entschuldigen ja sonst gehst du runter und du denkst du kannst mich damit erpressen sagen weil du schickst mich runter weil du nicht reden kannst weil du bist nicht männlich warte ganz kurz bitte ganz kurz müsse im barburg guck mal das hat mit der presse nichts zu tun ok ich rede mit niemanden der auf diese art und weise meine mutter beleidigt hat und sich nicht dafür entschuldigen möchte ok ich wünsche dir gottes segen mein angebot steht 500.000 euro ich komme wenn du das zeigt mit beweis und ich rufe dann auch die krebshilfe oder was du dir ausgesucht das an um zu bestätigen dass du das überwiesen hast ich komme ich komme dafür gebe ich meine identität preis für 500.000 euro an ein hilfswerk oder irgendetwas aber hier in deutschland hier in deutschland an kinder zum beispiel bedürftige kinder ich möchte den beweis dafür sehen und ich komme und ich setze mich mit dir auseinander ganz einfach aber ich komme mit dem ganzen rücken aramea damit du nichts machen kannst wenn es dir nur um diese diskussion kommt oder da hast du kein problem damit ok 500.000 euro jalla bist du eine mafia warte ich hole den gmbh nimmt das an ich nehme gerne das angebot an dass er gerne mit mir reden kann der kann mich gerne was fragen aber er ist auch die leute ausreden lassen ja ich treffe mich gerne mit denen der soll die ganze arameen die ganze armenia die welt mitbringen keiner von aramea kann neben uns sitzen hier in deutschland mit uns reden und alle außerhalb von deutschland auch nicht sei doch mal leise hast du 500k dann können wir erst mal reden ja wir brauchen nicht zu reden wer kommt oder nicht hast du 500k dann reden wir dann komme ich ganz ganz bestimmt kein problem bei 500k bin ich dabei erhöhen und panischer möchtest du auch ein bisschen was davon haben sollen wir auf eine million erhöhen für 500.000 komme ich mit dem fahrrad alleine wenn du mit 500.000 gibt es über erst überweisen ich komme mit badehosen fahrrad die gehen nicht an die krebshilfe die gehen nicht an die leute eine jüdin ist was wertvolles also kommen wir nicht mit 5k wenn du mehr hast gar keinen problem 499.000 an die krebshilfe und für 1000 euro essen wir schweineschnitzel und trinken biel also ich komme kostenlos sofern jemand in gefahr ist in meinem land von meinem volk und dann hab ich es richtig im karton oder wir sind keine mafia wenn ich da hingehe dann kommst du natürlich mit wir gehen dann kurz zum baumarkt machen stopp müssen was besorgen und dann gehen wir weiter ganz einfach und wir sind wir sind keine mafia aber aber mehr haben einen sehr sehr starken zusammenhalt also ich höre hier lange rede kurze sind gmbh müsli keine ahnung wie du heißt müsli schick uns schick mir schick mir ein beleg oder irgendjemanden hier ein beleg dass das geld überwiesen ist an eine krebs stiftung für kinder am besten wenn du da irgendwelche adressen brauchst gehst du einfach auf google suchst das raus überweist eine halbe mio dahin wenn das geld bei denen angekommen ist fliege ich sogar persönlich aus dem ausland wieder nach deutschland und kommen sogar mit ich komme auch mit fahrrad warte der versteht gerade gar nicht dass er gestimmt ist du musst nicht entstummen ich schick dir eine einladung zu und stumm kommen oder ich bin hat schon gute angebot gemacht eine halbe mitte gleich drei leute beziehungsweise mit lömerz vier leute ist schon günstig also ich werde unter drei millionen nicht gekommen und jetzt ist er rausgegangen wahrscheinlich hatte das geld nicht gefunden aber ich glaube das lag jetzt daran dass man klar gesagt hat okay wir sind da ich konnte mich die ganze zeit selber nicht entstummen ist ja gar nicht ich will euch mal was anderes fragen ganz kurz mal jetzt ehrlich mal spaß beiseite hallo gmbh wir haben gefragt hast du die 500k oder nicht ich schwöre auf meine kinder wenn ihr mir die ganze israelische soldaten in einem grab vor meine augen legt ich schwöre auf meine kinder ich hole euch 500.000 bis morgen 13 uhr in bar auf den tisch ich schwöre auf meine kinder ich schwöre auf meine kinder du kriegst hier eine jüdin du bist eine jüdin die in deutschland lebt hallo du bist eine jüdin die in deutschland lebt du kannst das nicht beurteilen wie da unten du hast nicht in israel gelebt ich bin eine ex-soldatin ja hör doch mal zu warum warum seid ihr so respektlos hallo warum seid ihr so respektlos warum lässt du mich einfach was sagt er soll reden aber jetzt darf er nicht reden richtig das ist genau ich komme als jüdin nein ich habe von denen ich möchte dir nichts tun ich habe kein problem mit ich habe doch gar nicht da wo du bist ich bleibe wo ich bin ich habe kein problem mit dir ich lebe schon seit 30 jahren in deutschland du lebst schon bestimmt seit 20 30 jahren durch wir haben miteinander noch nie ein problem gehabt und es wird auch in zukunft kein problem zwischen uns beide geben ich möchte dir nur was sagen die und noch andere leute hier ich frage mich wirklich nur die ganze zeit seit anderthalb monaten was hat man davon sage ich mal wenn man als erwachsener mensch hier in so einem chat reingeht ja der in deutschland lebt der nicht von dem krieg betroffen ist das war nicht okay das ist nicht in ordnung aber du musst ja auch vorher schauen was du alles über uns sagt du möchtest uns ja alle im dreck ziehen aber warum wenn einer vernünftig redet lässt dir keiner reden ist das die art der deutschen so kann man reden der art der juden das ist doch das euer problem ist doch meine mutter ich kenne deine mutter nicht ich habe dich beleidigt ich kenne deine mutter nicht entschuldige dich bei mein islam entschuldige ich bei meinem heiligen buch dass du versuchst unser buch hier schlecht zu machen entschuldige dich bei meinem buch entschuldige ich dann entschuldige ich mich auch bei deiner mutter entschuldige dich dann entschuldige ich mich auch bei deiner mutter was für ein buch ihr macht doch bei meinem heiligen buch ihr kommt hier hin und wollt hier etwas verbreiten was ihr aber nicht versteht junger mann eine ausbildung junger mann hallo meine mit euch kann man doch nicht reden ihr seid doch keine wachsende leute du kommst hier rein beleidigst meine mutter und erwartest jetzt irgendwo nein vorher hast du vorher hast du den islam versucht schlecht zu machen indem du die ganze zeit die vergleiche macht mit bring mir zweijährige bring mir dreijährige bring mir von mohammed das mädchen bringen das sind das sind fakten das sind sachen spekulation die du tust wo du keine ahnung von hast du hast keine ahnung davon hallo hallo jetzt reden wir beide hör mir mal zu willst du hier dabei sein und was sagen natürlich okay dann sag jetzt entschuldigung dass du seine mutter beleidigt hast und fertig hallo ich fix seine und meine mutter rede vernünftig mit mir bitte denkst du ich entschuldige mich bei euch oder was dankeschön dass du das gesagt hast ich fick dankeschön sehr schön so läuft das so läuft das habt ihr alle gehört was er mit unseren müttern macht ja ganz kurz ich möchte noch mal auf ihn eingehen bitte ganz kurz also guck mal er kommt hier hin und sagt ich beleidige den islam und dies und das wir haben gerade über rebecca geredet über die thora über die beleidigung deiner muslimischen brüder und schwestern die über rebecca etwas behaupten was nicht so stimmt du fühlst dich getriggert und kommst hoch hat gesagt zweieinhalb und zwei bezogen auf rebecca nicht auf aisha guck mal deine ohren können gewaschen werden werden verstehst du es gibt wasser seife du kannst deine ohren wirklich waschen damit die sauber sind und damit du besser hörst wenn das nicht hilft gibt es hörgeräte die kannst du dir kaufen die kriegst du von der krankenkasse beschrieben kannst du dir reinsetzen und dann bist du das hören wieder mächtig aber weißt du was du nicht reparieren kannst deinen verstand der das gehörte in deinem ohr in deinem gehirn umsetzt und dich verstehen lässt da hat es bei dir ich glaube schon dass deine ohren sauber sind aber dein gehirn funktioniert nicht richtig das ist dein problem und das sehen wir anhand dessen dass du hier hochkommst eine frau beleidigst die überhaupt gar nichts damit zu tun hat hier okay die nicht verantwortlich ist dafür für das was ich sage ja weil sonst könnte ich ja genauso sagen deine mutter hat dich nicht erzogen mache ich aber nicht okay weil du einfach nicht erzogen bist wahrscheinlich weil du deinen respekt auf der straße gelernt hast aber noch mal wir haben hier gerade über rebecca geredet und wenn es dir so schmerzhaft weh tut dass wir über die summa reden über den koran reden über den propheten reden wir dichten ja nichts hinzu wir nehmen das was wir lesen lesen es vor und stellen dass man ganz gut was mit auch noch daran ich möchte ich bin nur ergänzend macht die doch mal raus das sind aus dem flüchtlingsfeld ich möchte bitte der typ ist wirklich schon länger hier das merkst du schon aber was mich stört ganz kurz was mich stört er sagt hier sind männer die hochkommen die sonst nichts zu tun haben hier darüber einen konflikt reden er ist doch selber hier oben ja er ist selber nicht da unten ja und beleidigt die irgendwelche leute also du bist selber auf tik tok anstatt dich vielleicht um deine familie zu kümmern du bist du ja auf tik tok und labers irgendeine scheiße also wir haben es nicht was vor was du selber machst wir haben er versucht ein bisschen sich namen zu machen machen damit er demnächst mit arafat live gehen kann und er beübt schon mal mit mütter beleidigen und sowas alles weißt du weil da in denen in der als ich mit kian live arrogante parte und hier jasa jasa abu chaka haben angefangen hat nicht angenommen ich habe nicht angenommen so haben angefragt warum ich scheiße auf die ich scheiße auf alle lasst mich in ruhe nur weil die große namen habt heißt das nicht dass sie im chat kommt und euren mist verbreiten könnt punkt ich habe noch eine frage ich bin ja gerade rausgeflogen hat er da noch mal beleidigt ja natürlich ich punkt punkt deine und ihre punkt punkt da bin ich noch rechtzeitig rausgegangen habe ich nichts abbekommen alles du hast schon gesehen dass damit etwas schmeißen du hast dich weggeduckt ja ich bin direkt einfach raus da habe ich mir gedacht das ist auch ein peinliches spiel mit ich war dahin ich war dahin ich komme da mein mögen herz mal gar nicht mal hinfahren sucht das war ein billiger versuch für euro die er nicht war okay wenn er gerade über jaffa geredet jetzt ist ja dann wenn ich erst um die lässt dass du über ihn redet sagen dass ein gesicht ich lässt da mal internet rambolo was bist du für eine ich habe gesagt er auf den kopf hat nicht angenommen ich bin ein einer der auf den kopf tretet und ich kack auf den kopf aber aber warte mal guck mal du kannst dich auf seinen kopf treten ich bin doch dazwischen übertreibt doch nicht da musst du platz tauschen wenn du das auf deinen kopf weil meine über eine schule ist 48 sind dazu ich auf seinen kopf ich habe nur gesagt ich habe keine lust mich mit solchen menschen zu unterhalten menschen angefragt wo ich einfach keinen bock habt ihr auch hier arrogante parte war ja auch immer mal mit drin habe ich hochkohlen ich habe aber keine lust mich mit denen zu unterhalten es bringt nichts es macht keinen sinn muss ich ganz ehrlich sagen wenn er bei uns war er war respektvoll er war frech wie wir also bei mir wo ich zweimal drinnen war hat er nicht was habe ich mit ihm gemacht die hat die hat einfach noch hoch und runter gemacht und wir haben uns gegeben wie hat sie gesagt dass jetzt entschuldigungsparte zwei male wo ich da war da war er freundlich muss ich sagen ich bin erst nicht gesehen von arafat und flex ja ich hab's gesehen ja ich hab's ja mal zu lassen wo der wo der wo dieser hobby imam auch drinnen war diese norm ja ja das habe ich gesehen die haben sich böse blamiert aber eine sache eine sache muss ich noch zu arrogante parte sagen der ist heute morgen in ein stream reingekommen und die secret kennt ihr doch dies doch muslima gell und er hat die beleidigt und ihre mutter und alles wirklich ich nehme alles zurück er ist unhöflich aber es ist es ist sie ist doch eine schwester von ihm wieso hat er sie beleidigt weil er gedacht hat sie ist christin weil sie wollte gerade alles erst aus der bibel bringen sie wollte gerade ein vers aus der bibel bringen weißt du eigentlich so als vergleich so und er hat gedacht sie ist christin und hat doch voll reingehauen und dann hat er gesagt ich habe jetzt ein screenshot von deinem profil und heute abend ich mache ein live alter ich werde dich auseinandernehmen habe ich ihn noch geschrieben habe ich ihn noch gesagt ich sage ich mach mich bitte auch mit drauf ich will auch deine platform gmbh muslim natürlich gibt es kurden warum fragst du nach kurden hast du angst vor denen oder was ist los ich finde es immer wieder schön wie wie die leute sich davon getriggert fühlen wenn man wirklich einfach nur aus dem koran liest aus der sunna liest und diese beispiele bringt das in frage stellt und guck mal wir haben vorhin den 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 dadasch dem bruder runter genommen weil er respektlos ein bisschen geworden ist und ich habe auch gesagt warum deswegen habe ich ihn runtergenommen er weiß das jetzt okay und er sieht das auch ein hat das akzeptiert und er kommt und 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 sagt wir wären respektlos also sorry wir gehen hier gerade auf eine sache ein von rebecca die wie uns vorgeworfen wird und die nicht dir vorgeworfen worden ist also ich glaube da hat die watte diese ohrenpads ne guck mal diese ohrenstäbchen die sind nicht zum ohrenputzen dane das verwechseln immer viele leute du stopfst damit einfach nur alles rein ins ohr und das gehör wird schlechter also verwende diese dinger nicht geh mal zum hno und lass mal deine ohren ausspülen aber ich vermute dass das bitte bei dir wirklich der kopf ist und nicht die ohren guck mal bitte was für ein typ das ist der hat mich gerade in den kommentaren noch beleidigt ja natürlich was anderes kann er ja nicht und guck mal ist es nicht witzig hob auch noch guck mal wir reden noch mal ja sekunde ich muss dem hob erstmal folgen hallo erstmal zusammen hallo die kommen rein und schießen direkt los hob die schießen direkt los aber erwarten dann respekt und wir sind die dumm machen wir das also ich habe noch nie gesehen dass einer von uns irgendwo hochgegangen ist und sofort durchdreht und leute beleidigt unglaublich ja ja ich bin auch immer ein fairer mensch ich sag mal ich habe versucht sie mich mit denen zu unterhalten also so gerade diese radikalen salafisten oder so zum beispiel ich bin auch schon mal zu denen reingegangen in ihren streams die sind sofort als sie gemerkt haben dass ich so kritische fragen stelle und so haben die mich sofort gekickt und sofort ausgeblendet dass ich gar nicht mehr reingehen kann und so da dachte ich mache ja toll ihr verlangt an dass man sich mit euch nun mal unterhalten kann aber das sobald irgend wie jemand euch kritische fragen stellt kriegt ihr denn sofort also das ist guck mal sehen von dann kennt ihr selber nicht wir müssen ja fair bleiben wir kicken ja auch so ist es ja nicht du siehst das ja auch tagtäglich aber wir kicken wenn du einen 56 78 mal wie zum beispiel vorhin dieser dieser ich weiß jetzt nicht mehr seinen namen aber denn ich sagen wollte zum beispiel ob der koranit ist so nicht und dann dieses hier was spielt das für eine rolle und so und so natürlich spielt das eine rolle ich muss doch wissen wie ich mit dir rede worüber ich mit dir rede und stell dir mal vor da kommt jetzt einer ist ein christ und gibt sich als moslem aus und dann fange ich an mit mit sunnitischen quellen und er ist einfach nur ein troll ist einfach nur ein troll ich nehme jetzt extra das christliche beispiel aber es ist einfach nur da er ist ein freak er hat langeweile er sitzt sonntags auf der couch und denkt sich weißt du was ich gehe jetzt mal einfach mal auf tik tok und troll mal die leute wie soll ich denn ernsthaft mit ihm reden wir wollen ja eine ernsthaftigkeit hier auch noch behalten also wie soll ich ihm denn ernsthaft gegenüber treten wenn ich nicht weiß was er ist er gibt sich für was ganz anderes aus und dann macht doch eine sunnitische quelle gar keinen sinn also verschwende ich doch meine zeit dann kicke ich ihn runter wenn einer hochkommt beleidigt kicke ich ihn runter wie jamal vorhin er kommt hoch er redet über einen bruder ja ich kicke ihn runter das hat doch gar nichts mit der sache zu tun kommen hier hoch die hope hat ein eindeutiges thema ja und rede doch darüber aber kommen doch nicht mit privaten geschichten mit beleidigungen mit diesen ganzen sachen das ist auch respektlos den den leuten gegenüber die dieses live besuchen vielleicht informationen haben möchten auch ein bisschen unterhaltung natürlich haben möchte ist ja gar keine frage aber sei doch respektvoll auch den gegenüber du machst doch das ganze hier kaputt und beleidigst ja da gebe ich absolut recht da ist absolut recht pass auf und warum man dich kriegt ist wenn du da reingehst mit einer quelle wie wollen sie denn die eigene quelle widerlegen verstehst du deswegen bist du ganz schnell unten wenn du damit sahib buchhari mit muslim oder aus einem aus nein noch nicht einmal ja ich sag dir mal ganz kurz warum ich gekickt wurde gerne weil ich selber bin auch kein jesus anhänger oder oder so also ich habe jetzt nicht von der regen in die traufe religion verlassen und in die vorherige religion gewechselt also du bist muslim aber bis kritisch nein ich bin gar nichts also wie gesagt ich habe das schon mal erwähnt also da war ich nicht da ein glaube ist mein glaube ist und mein glaube ist ich glaube an eine höhere entität an gott aber für mich hat dieser gott jetzt keinen namen direkt aber ich habe eine verbindung zu diesem gott durch meine ahnen meine mama meine großmutter und all meine vorfahren also ahnen so sehe ich das also ich will mich eher so verbunden da steht ihr auch vollkommen zu also ich werde da nicht widersprechen oder gegen sprechen oder sonst irgendwas da steht ihr vollkommen zu und ich respektiere so was auch ich habe da wirklich gar kein problem mit aber dann gehst du jetzt in diese lives rein und dann stellst du kritische fragen oder wirst runter gekickt oder wie verstehe ich das richtig genau also als ich dann was wegen dem islam kritische frage gestellt habe wurde ich sofort als käfer als ungläubiger was weiß ich was habe gestempelt und sofort rausgekickt aber dasselbe ist auch dasselbe ist auch bei den christen dass selbe prinzip sage ich mal das ist jetzt schon zwei wochen her ich kann mich nicht mehr aber wenn ich mich daran erinnert dann sage ich das noch mal weil ich habe immer irgendwelche interessante fragen die mir durch den kopf kommen und dann ja dann will ich dir halt stellen aber ist halt sehr selten dass mich dann jemand rein testen und mir diese möglichkeit dann also diese option gebietet dass ich die frage stellen darf okay wir haben ja wo die bodi oder bist du da ja weil dann empfangen sieht irgendwie dann dein avatar das rad hat die ganze zeit oder ist bei mir bei mir nicht ja bei mir schon aber kamera an und aus wenn du willst wie geht es dir ja wo die alles gut ich hoffe ich bin ja wo die boden sie ach so der heißt ja wirklich so krass das ist tatsächlich sein spitzname so jetzt eine frage ist da unten noch ein kandidat der uns beleidigen möchte dann stellt anfragen ich bin der erste also wer ist erstmal uns ich bin auf jeden fall da also seid ihr alle hier wo dies nein ich hoffe es ja wo die wir sind christen und die beleidigungen sehr immer so gerne oder schafft das auch langsam auf die stufe verwandtschaft ja die aramäer waren im ursprung da und und daraus hat sich dann auch isaac und jakob gebildet und das volk israels ich beleidige nicht ich verteidige nur mich mich in meinem eigenen land verteidige ich mich das ist doch viel schlimmer odin odin macht geschnetzeltes mit rahmsoße ob es euch passt oder nicht sie braucht ja nicht stimmt leute sie braucht gar nichts wenn du dich verteidigst im eigenen land das ist ja wo sich ja dann guck mal was wir froh was wir für probleme auf den straßen haben und natürlich stellen uns irgendwann langsam auch mal die frage ist das weiter sinnvoll was wir hier machen und deswegen wird darüber aufgeklärt weil wir haben ja ein problem hier in deutschland auf den straßen an dem deutschen volk punkt und da sind ja geisteskranke reingekommen die meinen die können ja machen und tun was sie wollen ja ich hätte ja gesagt wo den mach aus mach aus diesem jawal geschnitzelt ist aber ich glaube sein fleisch hat das so unreine so zäh weißt du es wird nicht aber für die hunde reicht es doch in der not frisst der teufel fliegen sagt mein nummer nein die hunde essen das ganz einfach ich bin der meinung also die deutsche kultur hat gar nichts erst einmal mit mit den religionen zu tun die aus der wüste stammen die deutschen haben ihre eigene kultur und das hat nichts mit der wüsten religion zu tun aber ich finde meine kultur nicht ich finde ja nur die chihuahua kultur aber döner aber und irgendwann an der zehnten stelle finde ich mal eine deutsche metzgerei also ich finde das schön wie es hier verteilt ist das ist nicht mehr gerecht das ist auch ein gutes recht auch sich darüber zu beschweren weil die wie gesagt die deutschen die deutsche kultur ist irgendwann komme ich mit der bratpfanne raus ich war nur rund umschlag die ist halt nicht vergleichbar mit der wüsten mit den wüsten religion ist auch nicht bei wie gesagt wenn du wieder mal tradition mit dem eigenen boden vergleich warum wir vier jahreszeiten haben wie wir überlebt haben wir uns was verschönert haben hat das mit vielen sachen nicht zu tun das ist richtig also wie gesagt das ist ein stein problem aber leider gottes ja gottes wenn ich das schon sage leider ist es so dass so viele menschen hier leben die halt sei es christlich geprägt sind oder muslimisch hier leben und ja und alles auf unseren nacken immer genau und die deutsche kultur an sich kann ja gar nicht irgendwie wieder auferweckt werden weil es halt nur noch um diese drei monotheistischen religion geht leute können wir bitte zum thema zurück das thema war wer hebt die scheiße vom blinden hunde auf nein der türke das war jetzt nicht das thema leute kann mir jemand bitte erklären was man auf diesem bild sieht wer fühlt sich angesprochen also ich kann dir ganz klar erklären was ich auf diesem bild zum beispiel sehen wie wir das ja in den vergangenen jahren gesehen haben haben sich ja immer wieder fehlgeleitete jugendliche sage ich mal dazu bekannt irgendwann einmal durch durch eine dauer zur religion gefunden zu haben und das war so ein prozess so von einem jahr vielleicht und nach oben dort regelmäßig in sage ich mal in so vereinshäusern waren ja diese vereinshäuser nennen sich auch sehr oft moschee kamen sie nach einem jahr dann so raus wie diese typen die man dann auf der anderen seite sieht ja weil die däne hat man dann ein flugticket gekauft und dann sind die abschneiden darüber gibt es auch genug dokumentation und genug berichte ja von leuten die betroffen sind also das ist das was ich da rein interpretiere und das waren auch solche jugendliche die zum beispiel rapper waren ja die drogenabhängig waren oder sonstiges und da war das ja auch der fall dass das ja immer irgendwie so jugendliche waren die ja abgedriftet sind ja auf eine art und weise ich finde bei ihm war es nicht so dass er abgedriftet ist er hat ja eigentlich gutes geld mit seiner musik gemacht aber da die musik ja auch haram ist haben sie natürlich auch daraus gut und haben die radikalisiert ja ich muss ganz kurz er war er war zum schluss nicht mehr erfolgreich und er hat auch wirklich kaum geld verdient damit und ja geschickt er war auch komplett eigentlich generell keine nach der erfolgreich war oder sollte waren so an der war nein ein pass auf guck mal also ganz ja natürlich war er bekannt als gangster er hat auch am geld damit verdient nein guck mal er hat auch einen plattenvertrag gab der war nicht auf einer stufe wie ein geschieht oder sogar auch auf einer stufe und ich mag ihn noch nicht mal ich mag nicht mal seine musik aber auf einer stufe von bushido hat es bisher noch kein gegeben der das erreicht hat das hat damit nichts zu tun aber er hat schon geld verdient er hatte auch vorschüsse und sonstiges das weiß ich nicht aber zum schluss aber zum schluss ist er da wirklich abgekackt und dann hat er angefangen wenn du dich erinnern kannst er hat dann angefangen ich weiß nicht wie sich das nennt wenn die wenn die den koran singen rezitieren wie heißt das noch mal die sache das naschied heißen diese sänger titel damit hat er sich dann damit hat er sich ein bisschen bekannter gemacht in der muslimischen szene ja und dann ist abgedriftet der wird wieder fragen also du hast schon was richtiges erklärt und ich wollte jetzt auch darauf weil die frage war ja was ich auf diesem bild sehe ich sehe halt menschen die halt indoktriniert sind gehirn gewaschen und die gehen dann durch dieses buch und kommen raus als radikale islamisten oder sowas in der art das sehe ich gerade wenn ich das jetzt so beschreiben müsste was jetzt noch mal auf die auf die realität beziehst haben wir diese beispiele dass dieses bild tatsächlich wahr ist oder oder ist das jetzt komplett an der nase herbeigezogen wir haben beispiele dass es so geworden dass es schon mal so beispiele gibt eben wie der kollege von vorhin erklärt hat dieser dennis kuspert also dieser desodok und es gibt auch heute und dieses wenn lau zum beispiel da war ja auch so fast kurz davor so zu werden es gab es verurteilt worden saß auch im gefängnis gab schon beispiele also noch ganz ganz kurz ist wenn lau ist radikalisiert gewesen er hat auch andere leute so radikalisiert dass die dann zum is gegangen sind und dafür wurde er letztendlich auch verurteilt und hat seine strafe abgesessen und soweit ich weiß aber korrigiert mich da auch bitte gerne ist er jetzt aus dem islam raus also hat den glauben verlassen nein 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 der ist aus diesem radikalismus raus also glaubt immer noch er glaubt immer noch an einen schöpfer der ist immer noch moslem aber okay aber er hat sich von diesem radikalen naja von dieser radikalen seite ja das muss ich noch mal was ich hab den lesen dass er aus dem islam raus ist also ganz kurz gesagt er hat sich einfach von pierre vogel getrennt ist nicht auch was zu diesem bild sagen und warte ganz kurz bitte ja bitte weil das ist ja jeder gefragt ganz gut fun fact noch hier an dieser stelle pierre vogel hat gegen sven lau vor gericht ausgesagt bei sven lau sein prozess also wir haben sich dann auch noch angefeindet soja wo die bodin erzähl mal was siehst du da alle menschen die wohl den koran folgen und dann werden sie zu terroristen den koran folgen naja die die dann moslems werden wie ich verstehe aber was was wie meinst du das mit normale menschen also die sind schon indoktriniert aus die menschen die da schlange stehen also ich sehe da nichts normales indoktriniert sind die nicht also das sind also pass auf dass indoktriniert werden sie wenn sie durch das buch gehen diese menschen sind bewusst so dargestellt nicht nicht freundlich und nicht glücklich und sonstiges das sind halt menschen die keine perspektive haben ich habe das ja vorhin beschrieben also die meisten is leute die dann also hier aus deutschland da hingegangen sind waren perspektivlosige jugendliche menschen die 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 irgendwie jobs verloren haben keine zukunft mehr gesehen haben oder situation und die sind dann hier dargestellt deswegen sind die auch extra so gezeichnet dass diese dass die jetzt nicht glücklich aussehen verstehe und dann sind die natürlich anfälliger für diese fänger für diese für diese hass prediger wie zum beispiel ein pierre vogel ein abu barra einem einem sven lau und sonst irgendwelchen leuten ja weil die nehmen die guck mal ein glücklicher mensch der vollkommen zufrieden ist in einem land wie deutschland lebt einem job nachgeht vielleicht noch nicht mal ein job nachgeht aber trotzdem ein glücklicher mensch ist der dann der dann weiß was er hier zu schätzen hat den fängst du nicht einfach so verstehst du aber leute die schon depressiv sind keine zukunftspläne haben also keinen guten schulabschluss und dann eh keine chance haben aus dem knast kommen eh da auch noch mal gebremst sind also all diese leute die die irgendwo probleme haben und sich hier nicht mehr wohlfühlen oder ihre beine nicht mehr auf die erde kriegen den kannst du mal wenn du dem sagst wenn du dem sagst guck mal du bist doch gläubiger muslim guck mal was im koran steht das und das und das es wird dir das und das versprochen das jenseits ach das diesseits hier ist nicht von belang sondern das jenseits ist die ewigkeit also wofür willst du leben willst du hier für diese paar jahre auf der erde leben oder willst du für den allmächtigen leben und sagen wir stürzen sich für ihn ins feuer und ich bin darf ich ganz kurz was sagen das ja gerne ich weiß was du meinst ich verstehe auch hier was da jetzt so abgebildet ist weil es gibt auch so ich habe schon mehrere russische filme gesehen da waren viele die dann leute gesucht haben den wo sie dann auch so depressiv waren und dann man auch die sozusagen als anhänger dann so versucht hat also man hat die dann so hat erklärt dass der koran das richtige ist und dann haben sie halt es noch zu sie gebracht dass sie sogar sich in komma sogar bomben angeschnallt haben genau genau aber es ist halt immer so dass das sind schon das sind zwar moslems aber man muss ja auch immer so gucken es gibt ja leute die folgen den koran und sie sind ja an sich die wissen dass selbstmord begehen nicht gerade das beste für sie ist und dass sie dann auch nicht ins paradies kommen weil das ist doch auch so dass jeder religion so doch nein ein paar sorgen genau das ist der unterschied zwischen deiner religion und jeder anderen religion zum islam okay der islam fordert von den gläubigen in den kampf zu ziehen für die sache allahs zu sterben und das ist genau das problem yahudi das liest du nicht im alten testament das liest du nicht in der bibel aber der koran hat diesen anspruch zu sagen wenn du ausziehst und für die sache allahs kämpfst und stirbst dann hast du alles richtig gemacht ich sag dir mal was zu dieser auswählen warte ganz kurz bitte wir lesen das im koran das steht da drinnen und genau da drin und das ist ja das problem yahudi guck mal wenn du keine perspektive hast du bist geknickt du hast drei jahre im gefängnis gesessen oder fünf jahre du versuchst deine füße auf die erde zu kriegen gehst los versuchst den job zu finden überall steht dass du im gefängnis war es dass du das und das gemacht hast keine ahnung was jetzt nur ein beispiel es gibt andere auch und irgendwann mal du kriegst keinen job du lebst von hartz vier du lebst bei den eltern deine eltern machen dir druck sie zu dass du arbeit gewinnst also all dieser ganze psychische druck der auf dir lastet um ein teil dieser gesellschaft zu werden obwohl du willst ich sag ja nicht dass das am anfang schlechte menschen sind es sind aber menschen die irgendwo geknickt sind und nicht weiter vorankommen und die sind leicht zu haben genau für diese fänger die dann dir sagen dass du im paradies das und das bekommst das lesen wir im koran dass wenn du für die sache alas kämpft und dann dafür auch noch stirbst lesen wir im koran also es ist ja nicht so dass sie den irgendetwas aus ihnen selbst heraus erzählen um die zu fangen kannst du mal bitte leise atmen ist das möglich also wenn ich das so verletzt dann zeigt mir bitte dass es nicht so ist also ich mag sowas wirklich gar nicht das mache ich gleich bei dir auch wenn du redest dann mache ich auch die ganze zeit alles gut alles gut mein lieber nein nein wirklich das bringt mich das bringt mich so aus dem das bringt mich wirklich so aus dem was ich gerade erzählen will das sind wichtige sachen das sind wirklich wichtige sachen der bruder yahudi ist ein bisschen anderer meinung das lasse ich ihm auch aber wir versuchen ihm auch etwas zu erklären wir versuchen den leuten hier etwas zu erklären okay langsam fange ich an zu glauben dass du auch ein kleiner toll bist und das sage ich dir hier offen und ehrlich weil wenn du wenn du wirklich jetzt kein gläubiger bist ja und nicht christlich glaubt nicht islamisch glaubt oder sonst irgendetwas dann stell doch nicht in frage was wir jetzt hier gerade bereden dann zeigt es mir dass es nicht so ist und jetzt bin ich gespannt zeigt mir bitte dass diese sachen im koran nicht stehen dass der prophet nicht so gelebt hat dass man für die sache alas nicht gekämpft hat dass man das hat und gut erkauft hat für den tod der muslime im kampf zeigt mir all diese sachen und jetzt bin ich gespannt jetzt bin ich ruhig gibt eine halbe stunde zeit ich habe sogar eine ganze halbe stunde zeit gut was war die erste frage zeig bitte mit quellen nicht so im koran steht ja was was er erwähnt hat ja was hat er denn aber du hast gerade nicht zugehört ja dann kommen auf den punkt dann kann ich ja das erwähnen und was er erwähnt hat beziehungsweise das beantworten was er erwähnt hat also hast du jetzt gerade nicht zugehört doch habe ich ganz klein ganz kleinen tipp hast du schon mal von den 27 direkten tötungsbefehlen im koran gehört ja ok leugnest du dass sie da drinnen stehen weil darauf habe ich mich nämlich gerade bezogen leugnest du hast du dir deine antwort selber gegeben das nächste mal bitte wenn du atmen muss aus welchem grund auch immer ich weiß nicht warum du das getan hast weil anscheinend kennst du diese verse ich muss ja ich muss ja überleben ist für dich mohammed ein prophet ich weiß nicht mal was das bedeuten so ein prophet also für mich ist das ich weiß noch nicht mal ob der überhaupt gelebt hat ist mohammed für dich ein prophet ja oder nein nein weil ich weiß noch nicht mal ob überhaupt gelebt hat genauso wie jesus hat jesus überhaupt gelebt dann in frage wenn ich jetzt gerade darüber rede über dieses bild was wir hier oben sehen mit diesen 27 direkten tötungsbefehlen und mehrfach noch ganz anderen indirekten tötungsbefehlen plus die tötungsbefehle in der sunnah in den hadithen wieso wenn ich das gerade erkläre und erkläre dass menschen die geknickt sind perspektivlos sind leichte beute für für islamisten sind für hetz prediger sind ja und die dann in einen krieg schicken der der sinnlos ist und ihr ihr leben vergeuden wieso also da da frage ich mich wirklich ob du mensch bist oder ob du menschlich bist oder nicht wieso unterbrichst du das dann auf eine so eklige art und weise und das schon das zweite mal du hast das vorhin schon mal gemacht du hast es jetzt gerade noch mal gemacht und erst beim zweiten mal habe ich dich darauf hingewiesen hast du keine ahnung worüber wir hier reden dann geh bitte raus wenn du null ahnung hast und nichts dazu beitragen kannst dann geh bitte raus wenn du nur irgendwelche kritischen fragen stellen kannst und jetzt kann ich mir auch wirklich vorstellen warum die leute dich da rausgehauen haben und rausgekickt haben und ich sage dir ganz ehrlich die haben das richtig gemacht der der neu reingekommen ist du musst die kamera kurz an und aus mir doch gerade eine frage gestellt und wie heißt er alles dazu bereden du kannst fragen darf ich dich mal ganz kurz noch was fragen ja ganz kurz mit der hand mit der hand darf ich denn wenigstens erst mal auf die frage ein kurz hallo mit der hand bitte macht mir doch mal sei doch mal leise mit der hand bitte macht deine kamera ganz kurz an und aus uns fliegst du hier raus das geht automatisch von tik tok ja weg ist er du musst deine kamera kurz an und wieder ausmachen also ich war doch zuerst derjenige der gesagt hat gottes segen guck mal geh woanders toll ich habe wirklich keine zeit der der yahudi hat ernsthafte fragen wir haben gerade ernsthaft geredet wenn du die tage hochkommen möchtest bitte und guck mal ich verstehe jetzt warum man nicht gekickt hat du hast kein nährwert hier du bringst die unruhe rein wenn man zu einem richtigen thema redet und und stellt sich ganz komische fragen und du hast nicht mal die frage beantwortlich die gestellt habe wir haben über direkte tötungsbefehle geredet und dass die dass sie im koran stehen und islamisten diese sachen nehmen um zweifelnde gläubige und geknickte gläubige in eine 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 sache reinbringen die nicht schön ist okay und dann kommt dann so ein ich möchte das wirklich also guck mal an diejenigen muslime die einen live gemacht haben dich drinnen hatten und runter geschmissen haben ich entschuldige mich dafür dass ich gesagt habe das war nicht richtig ihr habt es genau richtig gemacht ihn runterzuschmeißen das ist ein troll der will einfach nur unordnung reinbringen ich nehme das noch mal zurück entschuldigung dafür an diejenigen die da mal mit ihm gestreamt haben und ihn rausgeschmissen habe ich habe tatsächlich das gleiche auch gemacht yahudi deine frage bitte ist so dass leute die beispiel jetzt sich danach bomben um den um die brust also legen ist es nicht meistens so dass die leute die sie dazu anstiften dass sie eigentlich alles für so ihr eigensinn machen auch so zu sagen wie den richtigen koran dann folgen weil an sich ist es ja nicht so dass im koran weil du kennst dich besser im koran ist es nicht so dass es eigentlich so ist dass man dann für gott lebt und nicht für gott stirbt nein dann guck mal du machst das ja so derjenige der dich dahin bringt wir reden jetzt mal von einem sven lau zum beispiel weil wir hier das beispiel haben von einem der dann auch in deutschland verurteilt worden ist dafür okay also wenn ein sven lau das macht dann ist es eigennutz erst mal aus überzeugung dass wenn er allah krieger hinzufügt krieger für seinen heiligen krieg schickt ja das ist ja alles religiös bedingt was die machen er ist wenn auch hat ja nichts davon er kriegt ja nicht von diesem gläubigen den er da der ran bringt kriegte er kein geld für verstehst du also sein eigennütz ist das um sein ansehen laut seiner kranken ideologie die im kopf hat sein ansehen steigt bei bei allah noch viel höher weil er ja nicht nur sich opfert verstehst du das ist ja nur ein opfer das ist ein kämpfer nein er sammelt menschen ein er bringt ihm anstatt ein leben das wäre ja weg wenn er seins vergeuden würde aber wenn er sein leben dafür einsetzt hunderte zu bekommen dann ist es ja mehr wert als sein leben verstehst du und das ist der eigennutz und sein ansehen steigt seiner meinung nach in dieser sache dann viel höher und er wurde ja auch letztendlich dann dafür bestraft aber die leute die sich den bombengürtel umschmeißen guck mal die leute sagen doch zum beispiel wenn du ins paradies kommst als gläubiger dann kriegst du 72 jungen frauen hast du das schon mal gehört hier habe ich noch nicht also das kennst du gar nicht okay guck mal viele sagen immer ihr macht das nur muslime weil ihr kriegt der 72 jungen frauen im paradies weißt du wer diese 72 jungen frauen nur bekommt der gläubige der im jihad im kleinen jihad der große jihad ist der jihad mit sich selbst ja der kleine jihad ist der kriegs jihad also derjenige der im kleinen jihad auf der sache allahs auswandert und kämpft und sein leben gibt der kriegt diese 72 jungen frauen nicht der normale gläubige der normale gläubige der stirbt der mann der kriegt keine 72 jungen frauen das kriegt nur derjenige der im krieg für die sache allahs stirbt ich bin also es gibt doch die verschiedenen ausrüstungsverse also ja bei den pfeilen derjenige der den pfeil herstellt derjenige der den pfeil an den bogenschützen gibt und derjenige ganz genau das sind ja die drei moritz ganz kurz entschuldige dass ich dich unterbreche der mikrofon ist schon wieder sehr leise warte mal besser ja besser bitte mach weiter also es ist ja derjenige der den pfeil ab der den fall produziert der ihn übergibt und der ihn abschießt so und da hast du bei dem übergeben die salafisten mit drin und die bekommen die taten von dem jihadisten zusätzlich auf ihre eigenen gut gerechnet das heißt es musst du dir ja wie so ein bankkonto vorstellen wo jeder salafist jeden jihadisten den er rekrutiert bekommt er die taten des jihadisten zusätzlich noch mal gutgeschrieben das heißt damit ist eine legitimation dass man sagt hier man bleibt in dem gebiet der kufat zurück rekrutiert leute für den jihad aber man bekommt die taten von denen gutgeschrieben weil zusätzlich stehen diejenigen die den vertrag eingegangen sind also in den offensiven jihad gezogen sind diese taten bringen nicht nur dem gläubigen was sondern auch seiner familie für die die fürbitte einlegen können also für die ganze ganze familie es gibt ich glaube wieviel dutzend für die der dann einlegen kann also das hat das ist ein ganzes system um halt leute für den bewaffneten kampf zu gewinnen es ist wie ein schneeballsystem guck mal das kann man mit einem schneeballsystem vergleichen bei versicherungen zum beispiel ich fange jetzt an für eine versicherung die ein schneeballsystem hat zu arbeiten an ich bringe jetzt ich klappe jetzt meine ganze familie ab okay und bringe nach versicherung an den mann irgendwann mal merke ich okay ich habe jetzt meine ganzen leute abgeklappert da kommt kein geld mehr rein was mache ich ich muss jetzt natürlich leute heran holen die für mich arbeiten und ihre familien abklappern und jeden den du ran schaffst der für dich dann etwas tut kriegst du geld von denen also du gehst jetzt ich stelle dich jetzt an jahudi okay du gehst jetzt los kappers deine familie ab deine familie macht einen vertrag da deine mutter dein vater dein bruder von deinem vater kriege ich ein paar prozente für den vertrag von deiner mutter und so weiter und so fort jetzt stellst du einen anderen ein jetzt müsste man meinen ich bin jetzt raus aus der sache weil den hast du eingestellt nein sondern ich kriege geld von dir und von dem den du eingestellt hast und immer wieder es geht alles auf mein konto deswegen habe ich ja gesagt und moritz hat das noch mal mit 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 den mit den tatsachen wie es wirklich ist beschrieben auch dargestellt jetzt deswegen habe ich auch gesagt er könnte jetzt nur sein leben geben das wäre dann aber verwirkt aber indem er hunderte holt und noch mehrere steigt sein ansehen bei allah um ein vielfaches das heißt er macht da viel mehr und es ruht sich eigentlich nur aus guck mal er hat zwei drei jahre vier jahre gefängnis bekommen und eigentlich hat er so viel getan wenn er jetzt noch im islamischen glauben ist ich meine ich habe gelesen er ist es nicht mehr es kann sein dass das doch ist ja das sagte hier der abion dass es anscheinend doch ist aber kein radikaler mehr er kann sich jetzt eigentlich zurücklehnen und er hat für die sache allahs alles gemacht was er machen kann und sein weg ins paradies ist auf jeden fall schon mal näher dran als deins weil sicher ob er ins paradies ist kommt oder nicht ist es nicht sicherheit hast du nur wenn du tatsächlich wirklich in den krieg ist und fällt und dann kriegst du auch die 72 jungfrauen für alle anderen gläubigen ist es nicht sicher ob sie ins paradies kommen haben die denn auch viagra bei sich da steht alles dort zur verfügung sagen wir es mal so den wie eine palme den kriegst im paradies als grundausstattung dann kommen dann noch die 70 jährigen orgasmen zu dann noch kriegst also das sind alles grundausstattung die kriegst im paradies dann von allah gestellt ist hier jemand eigentlich moslem wo man oder habt ihr das irgendwie irgendwo also könnt ihr das irgendwie so nachweisen irgendwie so als bild rein machen was da drin so steht moritz noch mal näher an der mikro so sorry was die hadith angeht wegen den ausrüstungsversen die habe ich mir mal alle aufgeschrieben ich kann euch gleich mal alle vorlesen also das sind hier vier hat diese wenn du die miteinander kombiniert dann hast du halt diese ausrüstungsverse und yahudi guck mal wenn er das gleich zeigt oder vorliest dann schreibt ihr bitte und auch an alle die hier zuhören und auch eine bitte an alle muslime bevor ihr sagt das stimmt nicht das ist bullshit oder irgendetwas schreibt euch einfach diese hadith auch mal auf und schlag die selber in eurer lieblingsquelle oder in eurem lieblingsmedium nach ja weil uns wird ja auch immer gesagt hier hier die greifen noch sunat.com zu und weiß sie okay dann akzeptiert das nicht dann schlagt eure quelle auf eure seite wo ihr eure sachen habt oder aber am besten vielleicht habt ihr sogar die bücher als 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 richtige gläubige was sagen muslims buchhari sind richtige buchbände und die kann man sich erwerben die kann man sich hinstellen als sammlung zu hause wie das eigentlich jeder gläubige machen sollte der sunnit ist ja dann schlagt vielleicht diese diese werke auf das hat zum beispiel letztens fahmi gemacht das muss ich ihm lassen ja wir haben ein hadith gebracht und hat gesagt er schaut erstmal in seinen büchern nach ob er den da findet und ob das ein 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 hadith ist der sahih ist und er hat dann tatsächlich er hat das aufgeschlagen eine stunde später hat uns das gezeigt und hat gesagt ja dieser dieser hadith ist sahih und er ist eindeutig und er ist 100 prozent authentisch also er hat auch tatsächlich die bücher dafür zu hause dann macht es so wie er aber wenn moritz das vorliest dann hört euch das einfach auch mal an schreibt euch diese nummern auf bevor ihr immer sagt wir lügen also einmal in sunnan anasai steht also ich habe das mal zusammengefasst diejenigen die im jihad besseren platz im diesseits und im jenseits und kommen garantiert ins paradies ausgenommen sind verletzte blinde und behinderte das ist aus sunnan anasai es wurde überliefert dass sal bin sat sagte ich sah marwan al haqam sitzen und ich kam und setzte mich zu ihm er erzählte uns dass seit bin tabid ihm berichtete dass der gesandte alas folgendes offenbart wurde nicht gleich sind diejenigen unter den gläubigen die zu hause sitzen und diejenigen die sich anstrengen und fissa belila kämpfen dann kam eben um maktun als er es mir zeit diktierte und sagte o gesandter alas wenn ich in den jihad ziehen könnte würde ich in den jihad ziehen da offenbarte allah der allmächtige und da haben ihm während seiner schenkel gegen den meinen stieß und so schwer wurde dass ich dachte mein schenkel würde brechen außer denen die behindert sind durch verletzungen blind oder lahm also die sind ausgeschlossen wenn du verletzt bist blind oder lahm dann musst du nicht in den jihad ziehen aber diejenigen die können müssen so das ist das eine wie gesagt sunnan anasai 3099 einmal dann gibt es noch einen da steht ganz klar drin dass der jihadist um 100 stufen im paradies erhöht wird wenn er fissa belila auf dem weg allahs kämpft und stirbt moritz wiederholen bitte noch mal den hadith weil manchmal ich versuche das auch mal mitzuschreiben bei einigen dinger die ich neu höre dann sucht man schnell irgendwas wo man es reinschreiben kann und hat dann eben schnell die zahl hinten vergessen also sagt noch mal sunnan anasai 3099 also sunnan anasai 3099 ok danke so ach ja das also das war das damit so einem dschihadisten garantiert allah das paradies oder eine rückkehr in seine heimat mit seinem lohn und kriegsbeute das steht in sunnan anasai 3122 es wurde von abu huraira überliefert dass der gesandte alas sagte allah der mächtige und erhabene hat die dem hat demjenigen der für seine sache kämpft nur zum dschihad in seiner sache auszieht und an seinen wortlaub garantiert dass er ins paradies dass er ihn ins paradies einlässt oder ihm in seiner heimat zurückbringt aus der gekommen ist mit dem was er an lohn oder kriegsbeute verdient hat das heißt so und diejenigen dschihadisten und das kommt dazu wenn ein dschihadist auf seine kriegsbeute verzichtet bekommt er den ganzen lohn im jenseits somit gewann mohammed kriegsbeute für sich das ist in sunnan anasai 3125 das ist von abdullah bin amr ich hörte den gesandten alas sagen es gibt keine räuberbande die für allahsache auszieht und etwas kriegsbeute erlangt aber sie haben zwei drittel ihres lohns in dies seit statt im jenseits erhalten und ein drittel bleibt im jenseits und wenn sie keine kriegsbeute erwerben dann kommt ihr ganzer lohn im jenseits also der hat den auch noch vorgebau gaukelt ja hier wenn ihr die kriegsbeute die vom ganzen wenn ihr die nicht den also nicht für euch selber nehmt sondern sie uns zu spricht der sache dann bekommt ihr den lohn im jenseits und sogar sklaven konnten für mohammed kämpfen und kriegsbeute für ihn sklaven konnten auch kriegsbeute bekommen da steht in sunnan anasai 3126 es wurde von ibn umar vom propheten überliefert was er von seinem herrn und dem mächtigen unterhabenden berichtete und wer von meinen sklaven als mut schaid auszieht um für die sache allah zu kämpfen und mein wohlgefallen zu suchen dem garantiere ich dass ich ihn mit dem zurückbringen werde was er als lohn und als kriegsbeute verdient hat und wenn ich ihm seine seele nehme werde ich ihm vergeben und mich seine erbarmen da geht es hier um die sklaven so das mit den 100 stu ach ja der jihad selber es gibt keine andere handlung die dem jihad gleich kommt es wird in mehreren in sahib bukhari 2785 von abu huraira überliefert wo mohammed gefragt worden ist unterrichte mich über eine tat die dem jihad ein lohn gleich kommt er antwortete ich finde eine solche tat nicht und hier in sunnan anasai 3131 steht es wurde von abu seyd al-kutri überliefert dass der gesandte allahs sagte o abu seyd wer auch immer mit dem allah als herrn dem islam und seiner religion und mohammed als propheten zufrieden ist dem ist das paradies garantiert abu seyd fand dies erstaunlich und sagte sagt mir noch einmal o gesandte allahs dann tat er das und dann sagte der gesandte allahs und es gibt noch etwas durch das eine person im paradies um 100 stufen erhöht werden kann von denen jede wie wie das ist was zwischen den himmel und erde ist er sagte was ist es o gesandte allahs er sagte der jihad für allahs sache der jihad für allahs sache also fissa belilah auf dem weg allahs kämpfen das heißt jeder jihadist bekommt 100 stufen und diese 100 stufen werden für jeden salafisten noch mal multipliziert weil er diese taten ja auch noch zusätzlich gut geschrieben bekommt so ja das mit den bogenschützen hört ihr noch oder ja da steht in sunnan anasai 3143 für jeden fall der für allahs sache abgeschossen wird erhält der jihadist eine weitere stufe im paradies das ist der gleiche lohn wie bei einer sklaven befreiung wie gesagt sunnan anasai 3143 ich hörte den gesandten allahs sagen wer auch immer einen pfeil für die sache allahs abschießt und er trifft das ziel wird dadurch eine stufe im paradies aufsteigen an diesem tag schoss er 16 pfeile die ihr ziel trafen er sagte und ich hörte den gesandten allahs sagen wer auch immer einen pfeil für allahs sache abschießt er ist gleich dem lohn für die befreiung eines sklaven also das muss man sich mal vorstellen ein pfeil abschießen und einen menschen töten ist auf derselben stufe wie die befreiung eines sklaven und drei menschen kommen für diesen pfeil ins paradies das ist in sunnan anasai 3146 überliefert allah der allmächtige und erhabene wird drei menschen für einen pfeil ins paradies einlassen derjenige der ihn herstellt in der absicht ihn für eine gute sache zu verwenden derjenige der ihn abschießt und derjenige der ihn weitergibt und das zu den dschihadisten so das ist zu sunnan anasai 3154 es wurde überliefert dass andere sagte ich hörte jabir sagen ein mann sagte am tag von ud wenn ich für allahs sache getötet werde was glaubst du wo ich dann sein werde er antwortete im paradies er warf einige daten hinunter bis er die die er in der hand hielt und kämpfte bis er getötet wurde übrigens die fiesa billi la auf dem weg allahs kämpfen die sind am vollkommensten im glauben das wird in sunnan abidawud 2485 gesagt abu said al kutri berichtete dass der prophet gefragt wurde welche gläubigen sind am vollkommensten in bezug auf den glauben er antwortete ein mann der auf dem weg allahs mit seinem leben und seinem besitz kämpft und ein mann der allah in einem bergteil anbetet wo er die menschen vor seinem übel schützt übrigens wer für die breite verbreitung des islam kämpft kämpft für allah das ist auch noch in sunnan anasai 3138 derjenige der kämpft damit allahs wort die oberhand gewinnt ist derjenige der für allah den mächtigen und erhabenen kämpft also ich habe von diesen hier hadisen habe ich insgesamt zwölf seiten in kleiner schrift zusammengetragen also ich könnte jetzt hier noch eine stunde solche hadise vorlesen die gibt es leider massenweise in den schriften und wir müssen dazu sagen also sunnan anasai ist sahih okay das heißt das ist 100 prozent authentisch das wird auch nicht angezweifelt oder angeprangert oder sonst irgendwas die gleichen stellen finden wir auch in sahih bukhari und sahih muslim da sind ja sehr sehr viele sachen die übereinstimmen und und an anderer stelle auch wiederholt werden und akzeptiert und aufgezeigt werden ja also bevor jetzt hier die leute sagen das ist nicht sahih das ist daif oder keine ahnung was und sonstiges auch noch mal hier die kleine erklärung okay also hadise werden eingestuft nach sahih hassan und daif das ist dann sahih ist hundertprozentig authentisch dann kommt das weniger also hassan und daif heißt dass es nicht so authentisch ist ich glaube das ist bis zum grad von 30 prozent 35 für 40 prozent authentisch dass der unterschied ist als gläubiger darfst du all diese drei einstufungen nehmen um nach dem glauben also nach dem nach dem vorbild des propheten dein leben auszurichten wo du die hassan und daif nicht verwenden darfst ist für die islamische rechtsprechung da darfst du nur hadise nehmen die sahih sind okay aber für dich als gläubigen muslim darfst du auch hassan und daif nehmen um das für dich auszulegen und zu sagen das hat der prophet gesagt also ist das so das hat der prophet gemacht also ist das so ja aber wir sind hier wenigstens respektvoll und damit uns keiner angreifen kann hier an dieser stelle wir gehen auf diese hassan und daif quellen gar nicht ein okay auf diese hadise wir nehmen wirklich nur die authentischen quellen damit uns auch keiner hier vorwerfen kann dass wir irgendwo hier sachen bringen die unauthentisch sind angeblich und sahi ist sahi das ist 100 prozent authentisch wenn es so eingestuft worden ist gibt es da nichts mehr dran zu rütteln habe ich mal was ganz kurz fragen denkt ihr nicht dass es vielleicht auch eventuell nur die geschichte vom koran ist weil bei uns in der torah steht ja auch dass wir wohl gegen die griechen gekämpft haben musste auf jeden fall ein jude 30 griechen mitnehmen ja guck mal das ist der unterschied danke dass du so ein beispiel kann ich gerne darauf antworten ja dann machst du mir gerne ja dies aus sunnan abidawud 2532 da steht nämlich drin dass der jihad von der ernennung mohammeds bis zum jüngsten tag gilt und seitdem wurde er niemals beendet und kann auch nicht beendet werden genau und yahudi guck mal um auf deine frage jetzt einzugehen also guck mal das was wir hier lesen ist allgemein gültig bis heute immer noch du sollst das so machen das was du jetzt gerade gebracht hast das ist eine geschichte die erzählt wird also ein von einem krieg der berichtet wird gegen die griechen und was in diesem krieg passiert ist auch mit den ala makita zum beispiel ja was immer wieder vorgeworfen wird und sehr da kommen im alten testament hier kinder gegen weiß ich nicht was schmettern und so das ist ein krieg gegen ein volk gewesen der ist abgeschlossen das ist weg da steht nicht du sollst das noch weiterhin machen das ist der unterschied wenn jetzt im koran zum beispiel stehen würde das war im krieg gegen die und nur für das und fertig aber er steht ja immer noch zeitlos allgemein gültig wer ungläubig ist was du machen sollst du sollst erst aufhören wenn die wenn die allah wenn die religion ganz bei allah auf dieser welt ist also ist dieser krieg noch lange nicht vorbei eindeutig sagt doch allah dass erst alle gläubigen aufhören sollen wenn der islam herrscht was denkst du denn warum viele in den kommentaren immer schreiben islam wird siegen wie oft hast du das gelesen islam wird siegen islam wird übernehmen islam wird siegen das ist die eindeutige forderung von allah dass der islam über die ganze welt kommen soll und solange das nicht geschehen ist yahudi ich habe diesen begriff schon zigmal gesagt befinden wir uns immer noch laut islam im krieg und alle länder sind nach zwei kategorien eingestuft dar al-harb dar al-islam okay fertig also haus des krieges haus des islams fertig und alle länder die nicht im haus des islams sind eingestuft sind sind dar al-harb haus des krieges deutschland ist für den islam ein kriegsland das ist noch zu erobern gilt genau wie schweden frankreich die usa und erst wird aufgehört wenn der islam über die ganze welt herrscht also ist es noch gültig es ist allgemeingültig diese kriegsverse zählen für jeden gläubigen ich bin ich habe hier gerade noch eine ergänzung also zudem das ist aus jamie atirmedi ja man hört dich wieder schlecht moritz besser aus atirmedi aber abu eyser sagte dass dieser hadith hassan sahih ist also er ist in darussalam also im kalifat gültig ja da steht da steht es drin überliefert von al-migdam bin madi karib dass der gesandte allahs sagte es gibt sechs dinge bei allah für den märtyrer ihm wird mit dem ersten blutfluss den er leidet vergeben ihm wird sein platz im paradies gezeigt er wird vor der bestrafung im grab geschützt er wird vor den größten schrecken bewahrt die krone der würde wird auf sein haupt gesetzt und ihre edelsteine sind besser als die welt was in ihr ist er wird mit 72 jungfrauen entlang der al huril ein das paradies verheiratet und er darf für 70 seiner nahen verwandten für sprache einlegen aber nur im kampf wenn er steht ja nur im kampf deswegen steht der erste blutfluss und das ist in jamia tirmidi 1663 ja ganz genau und guck mal das ist genau das das ist ja das was ich vorhin sagte viele sagen immer hahaha du kriegst 72 jungfrauen nein die kriegst du nur wenn du im kampf für allah gegen die ungläubigen kämpfst und stirbst nur dann und nur dann kommst du safe ins paradies was denkst du denn warum die das alle machen warum man leute kriegt die hier keine perspektive mehr haben gläubig sind und sowieso an gott glauben und an das jenseits und wenn ich dem sage kollege schnirschu wenn du im kampf stirbst du bist safe im paradies mit 72 jungfrauen jallah let's go ja und da gibt es ja eben den hat dies den ich vorgelesen habe dass die es gar nicht erwarten können zu sterben mohammed selber hat gesagt wenn er die wahl hätte er würde als märtyrer sterben und wiederkommen als märtyrer sterben und wiederkommen als märtyrer sterben und wiederkommen immer wieder märtyrium der kampf für allahs sache und als märtyrer sterben im kampf gegen die ungläubigen wird an wie vielen dutzenden stellen in denen in der hadith literatur glorifiziert moritz warte mal so kara murat kannst du mir bitte erklären warum du da in den kommentaren so ein scheiß von dir gibst was schreibt er ich lese das gar nicht was habt ihr denn dagegen dass ein muslim sterben will für seine religion was habt ihr denn dagegen du wenn er aufgefordert wird juden und christen und anders gläubige warte mal kreuzberger warte ich bin jetzt erst mal mit murat murat danke dass du erst mal hier hochgekommen bist und nach 10.000 anfragen kannst du mir bitte erklären warum du in meinen namen da irgendeinen scheiß redest ich höre dich nicht murat geht bitte ans mikrofon kommentare geschrieben wie bitte wir haben viel in kommentare geschrieben was war denn genau das problem genau du hast gesagt dass dir dass die alle bieten keine muslime sind da stimmt gestern hast du doch gesagt nach koran sind die kein muslims hast du doch gestern gesagt zudem nein das habe ich nicht zu dem gesagt doch nein das habe ich nicht gesagt du hast gesagt dass die selbst gesagt dass sie kein muslime sind nein das wo habe ich das bitte gesagt bei anti alles nein wir machen das jetzt an das wir holen noch jemanden hier rein devrim schick mal bitte anfrage komm rein du warst ja auch da dann kannst du ja bestätigen was ich gesagt habe ich habe sowas gestern nicht gesagt wer sagt dass alle bieten keine muslime sind ist ein großer kuffer alle bieten sind selber kuffer ihr muschereg alle bieten sind keine muslime sei mal du hast einen vor dir ich sage muss dann was machst du jetzt was dann guck mal guck mal gestern ist dann schon wieder mit einem alle bieten auf tiktok geredet direkt du sagst alle bieten sind die größten kuffare sagst du und ich sage zu dir ich bin moslem was ist jetzt zu jeder alle biete sagt immer zu mir der alle hier bin ein alle biete sagt das muslim der ist kein muslim der ist alle biete ja wie viele gruppen habt ihr von euch alle bieten ja wie viel gruppen hast du denn unter euch moslems wie moslems was für gruppen unter wohnen und habe ich eben war pardon wie viel gruppen hast du denn unter euch sunniten das ist egal das egal aber warum ist das bei euch egal aber bei uns ließen seine abschweifung warum ist es bei euch egal bei uns nicht ich habe eine frage an ich glaube an den koran ich glaube an den koran ja ich glaube nicht an den koran wie du ihn interpretiert oder wie deine gelehrten ist machen sondern wir alle bieten haben unsere eigene wir haben unsere eigenen gelehrten und wir interpretieren den koran das ist jetzt das ist gar nicht das steht hier gar nicht zur debatte ich sage zu dir ich bin muslim was machst du jetzt ist das ein problem für ich will wissen ich will wissen was du eine hat was war ein ich bin ja nicht hier hochgekommen um mit ihr darüber zu debattieren und ja dann kommen wir dann komme ich zu mir und ich sage zu dir wenn ein wenn ein alevite die schahada ausspricht an den propheten glaubt an den koran glaubt an allah glaubt wer bist du das stimmt nicht das stimmt nicht was was stimmt nicht okay du bist du bist ein kuffar du bist ein kuffar guck mal erst noch mal zu lass mich doch einmal ausreden nicht du bist ein kuffar kuffar ist eine mehrzahl okay ja okay so okay und zweitens ich spreche jetzt reden nur die beiden ich will ich nur kurz ausreden nur guck mal oder ist sie was krass ist ich doch mal ausreden ein sunnit ja schon mal ich schau raus jetzt schon mal ein sunnit der im osmanischen reich mit einer fad war hunderttausend aleviten getötet hat will einem aleviten sagen dass du keinen dass das wir keine muslime sind seit ihr erstens oder erstens und haben die leute was passiert ist und zwei lachen und ich einmal ausreden er hat mich ausreden junger lasst mich ausreden hau den mal raus du kleiner kaffel habe ich dafür unglaublich unglaublich was ist bei euch schief gelaufen darf ich reden wir haben halt leider das problem dass muhammad gesagt hat wenn jemand kommt und etwas bringt was mit der religion nichts zu tun hat dann wird es abgelehnt die frage ist ist im recht soll ich dir was sagen moritz schon mal diese 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 es gibt ja sunniten die glauben warte mal warte mal wer hat ihn jetzt wieder hochgeholt warum lässt du mich nicht ausreden lass mich ausreden du kaffel habe ich hab dich nicht ausreden du kaffel du für dich für dich sind auch die für dich sind auch die eltern des kaffel der hölle junge was wirst du für ein kaffel kreuzberger ist recognised oh das stimmt nicht wird sehr gerne die zuvor jederzeit noch einer kleine geroll Dopft ihr habt armenier verfolgt aufgrund ihrer aufgeräte wir werden nicht mehr verfolgt aufgrund der hallo weil sie denn heute ist zurück vertraut mir einfach so hallo du redest nicht du verstehst gerade nicht wie es hier funktioniert ich sage wie es funktioniert nicht du so bitteschön ich bin hier nicht ich bin hier nicht oben um mich recht zu fertigen ich wollte von anfang an mit diesem murat reden was was es auf sich hat damit dass er so eine scheiße im chat schreibt auf einmal kommt kreuzberger an und kommt mir an mit irgendwas von alhamdulillah dass es passiert ist mit den alewiten jane was bist du für ein kaffir dass du sowas auch noch feierst alter du gottloser du bist ein gottloser und ich hoffe ich hoffe auf allah dass du in die hölle kommst ich liebe es in die tiefste stufe der hölle ich hoffe dass du von schätan in den arsch gefickt wirst junge hallo 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 bitte bitte nicht so beleidigen willst du mit dem reden oder solchen rausschmeißen ich rede nicht mit jemandem der sagt alhamdulillah dass sowas passiert ist ich rede nicht mit ihm raus so jetzt ist er weg so das haben wir jetzt auch geklärt sagen hallo ich sage und ich sage es noch einmal ich sage ich sage es noch einmal bitte jeder christ und jeder jude ist mir an meinem herzen näher dran als jeder sunnite ich sage es euch auch und es gibt hier zu mieten die ich wirklich mag ich sage es aber direkt als jeder sunnite der so ist wie er da bin ich ganz kurz was sagen guck mal ich bin zu 100 prozent mit dir also das was er jetzt hier gerade gemacht hat ist er bestätigt eigentlich im grunde genommen genau das was man denen vorwirft er bestätigt es das war wenigstens ehrlich aber diese beleidigungen und 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 tote und dies und das so respektlos gegenüber zu sein zu sagen dass das gut war und dies und jenes ich weiß dass uns das weh tut und ich bin ja auch betroffen davon ja ich weiß dass uns das weh tut so etwas zu hören aber ich finde es gut dass genau diese menschen hier rauskommen genau das zeigen weil das bestätigt genau eins zu eins das was wir jedes mal sagen auch wenn uns das weh tut ich weiß ganz genau das hatte ich gerade sehr sehr geschmerzt sonst wärst du nicht jetzt in diese in diese sache reingesprungen die ist mir letztens auch passiert weil mich das auch verletzt so was also wenn man jeden tag beleidigungen hört mutter beleidigt wird ahnen beleidigt werden völkermörde versucht werden zu gerechtfertigen oder zu sagen ist gut dass das passiert ist das tut einem weh ich weiß das und ich kann mich davon nicht freisprechen aber es ist gut dass diese leute hochkommen und genau das zeigen weil das zeigt dass wir keine lügner sind das zeigt dass die alle bieten keine lügner sind die aramäer nicht die pontus griechen die armenia deutsche christen egal welche christen egal welche welcher glaube ob juden die jedes mal auch das gleiche wiederholen und dass die juden auch im recht sind mit dem was sie sagen er ist genau das beispiel dafür er macht werbung für seinen sunnitischen islam es tut mir leid er macht die beste werbung dafür okay auch doch darf ich zu wort kommen so danke grüße an euch alle erste mal und zweitens in der die sache ist kannst du mich mal bitte aufklären was heißt käfer der käfer ist jemand der ungläubig ist okay bist du jetzt laut meine glaube ein ungläubiger oder ein muslim waschen glauben hast du denn ich bin ein muslim bist du ein sunnit oder nicht ich bin ein muslim halbiger aber was ja dann bin ich dann dann bin ich laut deinen laut deinen quellen die 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 es sie vorschreiben daran dass du ja daran glauben sollst ich bin ein ich bin ein kaffir okay jetzt habe ich ein paar fragen betest du ich bete handel der fünfmal am tag fünfmal am tag genau okay erzähl mir wie willst du ich bete nicht wie du ich bete wie schieten wie wie betest du dann die späte ich warte ich bitte noch nicht einmal wie schiiten wir alle wieten wir haben eine ganz in andere interpretation was ich bin doch in diesem hallo was du sagst gerade zu mir nicht ein bisschen ist mit der wichtigste ein guck mal diese art von gebet interpretieren wir alle bieten ganz anders als als ihr sunniten oder als schiiten das interpretieren wir haben eine wir haben eine interpretation von gebeten die sind die ist nicht so wie bei euch ja nie wir machen wir versammeln uns in gemäß an beispielsweise wir machen so aber das ist im koran selbst selbst über allah zu reden ist bei uns über allah zu reden ist eine art von gebet verständnis ich weiß ich weiß ich habe ja alle wirtschaft freunde aber sagt im koran in kundum zuhubbun allah fattabirunii habibkum allah für locken dünn obakum wann ihr allah liebt dann so tut ihm ich folgen so wird euch allah lieben eure sind vergeben allah sagt im koran sind gemäß vision muhammad alaihi sattel salam folgen und der prophet alaihi sattel salam hat gebetet und er hat gesagt betet so wie ihr mich beten gesehen habt und du sagst gerade wir gehen wo sagt er das sagte ich bitte zu ende reden gesagt danke und du sagst wir gehen in häuser fangen an mit jim zu spielen das ist unser was für spielen war aber was für spielen also wie macht ihr das wie geht den häuser wie macht es wir machen wir schon mal erst schon mal erstens mal sind gem häuser für dich gottes häuser sind sie nicht oder nicht gibt es einen woran gibt es gibt schreibt ihr der koran vor wie ein gotteshaus aussehen muss ich hab doch gesagt muhammad alaihi sattel salam sagte betet so wie er mich gesehen hat wie ich bete hat der prophet so gebetet wie du gerade betest wir werfen uns nieder ja wir werfen uns nieder wie denn aber 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 die art und weise wie ihr betet das zieht ihr aus euren hadiths quellen okay er hat sie gerade mal gekommen ob jetzt hast du mich noch hochgelockt obwohl ich erkältet bin aber egal so antworten bitte mehr auf die frage haben was ich alles schaffe hat so gebetet wie du oder deines gleichen beten wie beten wir denn so ihr betet doch du sagst doch gerade ja wir gehen die beiden häuser wir gehen noch ein jamm häuser jamm häuser und was macht ihr dann gibt schreibt der koran vor wie 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 die wie die liefer wie die niederwerfung aussehen muss also gibt es ja gibt es ja genau 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 du 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 wirfst dich nieder oder nicht du gehst doch auf die knie und betest an den wie machst du das bei ein gebet wie wie machst du es beim gebet wie machte wisst ihr alle wäten wir machen das beiden gebet wir werfen uns nieder auf unsere kinder geben wir werden uns nieder auf unsere knie und wir beten alle an und wie wir sagt ihr dann wir machen das auf türkisch immer sagt ich bin ich bin ich bin ich bin kein praktizierender das sagt seine glaubwürdigkeit er hat mehrmals gelogen jetzt aber ich habe eine frage habe ich sage die neunen das ist eine interpretation vom unsere interpretation ist dieselbe wie du waren sind die fünf säulen das islam die fünf säulen sind sekt zu beten die fünf hat du sollst und fasten was noch hat sekt fasten die fünf säulen des islam die das glaubens bekenntnis und fünfmal am tag beten wie soll man beten das siehst du aus den hadithquellen okay wie bist du sagst du bist ja muslim fünf säulen des islam ich rede jetzt was ist das hier für ein verhör was soll das sein ich habe ihn nicht runtergeschmissen ich sage du verteidigst die falschen leute ich verteidige hier gar nichts was ist das hier für ein verhör wer islam feind ist der ist bei dir warum warum ist der falsche mann den sie hier verteidigt das würde ich gerne mal verstehen warum verhör ich überhaupt in seiner religion der größte der weiß schon mal ich guck mal das ist keine beleidigung der ist einfach unwissend ja guck mal aber ich sage dir eine sache guck mal ich sage ich bin kein praktizierender muslim aber immer sagt du praktisch hier ist dann hast du sagst du bittes wie schieb ich habe gesagt er hat mich gefragt wie beten alle bieten und ich habe gesagt alle bieten beten so aber ich bin kein praktizierender muslim gut kein problem warte mal an weil ich möchte jetzt verstehen ja ich möchte jetzt verstehen warum sagt ihr ja dass kein moslem ist ich möchte es jetzt verstehen ich sagte ich sagte aus welchem grund er sagt dass wir keine muslime sind weil wir guck mal weil wir eine andere ich habe ich habe die oft genug gesagt da kannst du auch herum also ein jubes fragen soll ich dir sagen warum man für sie nein eine ganz kurz ganz kurz hier ist jemand der die gucken der haupt macht immer ganz kurz und ganz anders interpretiert der den koran ganz anders interpretiert als sie was sind doch einmal sind alle anderen kam es ist mal war eine alevite da und er hat gesagt leute leute hört mir mal zu das ist mein live meine spielregel eine er redet so lassen doch schwätzen das ist ein schwätzer der redet doch immer zu lassen aussprechen und dann kannst du deine erklärung erklären ok gar kein problem aber doch mal allein dass ich die hadithquellen ablehne für sie bin ich ein kaffir und noch dazu kommt dass ich den koran ganz anders also nicht ich sondern die aleviten interpretieren den koran ganz anders als als der anwar oder als kreuzberger das tun verstehst du allein deswegen bin ich schon vom glauben abgefallen gerne ihre interpretation ist so schon mal du hast du hast im chat auch gerade selber gelesen dieser kreuzberger sagt ich bin ein muttert fragt die man seine mutter dann muss ich habe es nicht kreuzberger noch machen nicht so viel welle jetzt mal das ist das bedeutet er hat ihn gerade hier gesagt ihn um die ecke zu bringen tiktok sportlich ist erlaubt das war jetzt gerade die aussage von wem kreuzberger was du das hast du ja noch mal was sagen ich bin auch alevite nein ich möchte jetzt den anwar hören ich möchte jetzt von anwar nur anwar redet ich möchte jetzt eine erklärung warum der debrim in deinen augen kein moslem ist jetzt möchte ich eine erklärung weil aleviten gleich den christen sind und letztes martin christ gesagt jesus hat mich am kreuz gesagt oh gott warum hast du mich verlassen sondern oali warum hast du mich verlassen wer das ist ein christ oder ein alevit hat das gesagt okay aber ich sage sowas nicht ihr alle witen erstens ihr betet wie die christen im herzen anwar nur weil ein alevite irgend so ein scheiß erzählt heißt dass das alle aleviten gleich sind das ist einfach logik es gibt eine die ausgeschlossen wird und das ist nicht wie amadier die amadier werden ausgeschlossen weil sie nicht an mohammed als siegel der profil darf ich mal ausreden oder nicht verdammt ich werde von jedem hier unterbrochen ja die bieten am herzen die bieten nicht wie wir fünf mal am tag niederwerfung alles drum und dran und was hat prophet soll gesagt der unterschied zwischen koffer und muslime soll ich bin bisschen erkältet ist das gebet das unterscheidet uns ganz einfach kann man will ich noch mal fragen kannst du mir sagen der prophet ali war welcher ali war kein prophet oder ali war kein ali war für alle vierter für die sache wie ali umgekommen ist ali ist in der moschee gestorben und jetzt okay in der moschee gestorben wir haben sie geköpft wer war ali das auch in der moschee gestorben und nein sagt mir wer ali war kannst du mir bitte mal sagen wer ali war junge wenn du nicht weiß doch der null wissen so viel nicht so viel ehrlich ist das tut mir so wie war der neffe des projekten recht wirklich an gehen war der neffe des projekten was macht er und alle war der vierte rallye war das jetzt nicht stimmt ok ali war kein profiter darf ich mal kurz was sagen kurz was aufklären bevor wir hierbei das reden ich bin auch gleich wieder weg also es gibt ja ein spruch von uns so ich habe noch nicht mal eine minute geredet ich habe eine frage gibt es die gibt es bei euch den spruch mehr ein tropfen blut vom aleviten trinkt kommt in den himmel gibt es diesen spruch oder nicht das gibt es nicht das gibt es nicht das gibt es gibt das weiß jeder alle bieten jeder an meine besten freunde zwei besten freunde sind alle wieder alle wieder sind wie so wir wie sunniten jetzt geworden das was du so da machst das ist genau die gehen in die moschee nicht wie ich sagte jetzt mal was über 50 jahre in diesem land mit islam gar nichts zu tun ich habe gesagt gesagt da unter sich zwischen marien und moslem ist das gebet nein weißt du was ich habe noch nie in diesem land gar nichts zu tun außer von deiner sitte ist das was du machst du bist genau das beste beispiel warum es diesen stream gibt genau das genau das aus was für einen grund aus was weil du spaltest weil du spaltest weil du spaltest gar nicht hier seid doch du kommst gerade welle sagen einfach seine unruhe wird doch selber gesagt es gibt unterschiede zwischen einem muslim und einem gläubigen muslim 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 kann jeder werden aber ein gläubiger muslim das ist noch mal was anderes sein wenn du betest betest du nicht bist du kein muslim ganz einfach was machen wir dann mit den ganzen muslim hier in deutschland die nicht beten zum beispiel sind die jetzt keine muslimen warte warte was machen wir mit denen es gibt es nicht meine auszahlen der prophet salam hat gesagt der unterschied zwischen uns und den kuffar ist das gebet wenn du betet wo sagt er das ich habe ich habe ganz kurz eine frage ich würde vorher weil er hat gerade gebet angesprochen wo sagt er das denn im hadith das steht im hadith man ja ich lehne doch deine hadith ab ich lege das bist du bist doch schon oberkäfer was wirst du nicht kämpfen ich sehen ja okay schon mal schon mal das ding ist deine hadith sind die rechtfertigen die rechtfertigung dafür dass millionen von menschen geköpft wurden warum so nicht von menschen das haben die christen gemacht was ich verdammt also die christen war natürlich aber betest du fünfmal am tag man haben die ausnahmswohls jeden tag betest du fünf auf deinem profeten dass du das machst ich will auf profeten zu schwören die schristen werden wieder was ist nämlich der einzige auf profeten darf man nicht schwören das ist der einzige glaubwürdige schwung dadurch weigerst mein freund du betest keine ich darf nur auf allah schwören dann machst du das denn dann machst du das ich schwöre auf allah ich bin doch gebetsklamotten ja ja gerade noch gebeten macht man kameran ja manchmal kameran und zeigt das sind oder du musst doch kein beweisen aber du musst du musst doch mal hier ich habe gerade geschworen und ich lerne mit den leuten hier auch koran wir zeigen denen wie die beten das a für anwalt ich will noch mal wissen was wurde gerade gesagt das a für anwalt steht für okay also nehmen bitte runter ich habe mit allen geredet aber ich habe mit allen wieten gearbeitet die hatten auf der arbeit immer eine große klappe gegen per vogel und der vogel war mit uns in der moschee habe ich das große große klappe als alle wird ja gut kommen wir kurz mit in die moschee dann sagt macht ihr vogel das ins gesicht keiner von denen hat sich getraut sagt nur ich seit morgen und wird groß ich sage jetzt mit der vogel natürlich zu tun hat er sagt stets und da selber das nennt er sich der so ein vogel gewesen meinst du nicht sagen nur diejenigen die bei uns der vogel ist okay guck mal der chillt mit der vogel mit einem haupt zu uns und verlangt respekt ich habe vorher das oder ich bin ja der vogel überhaupt was ging der vogel aber es ging der vogel der wird immer menschen und so kommen die hotties geschehen greifen doch gar nicht mal ganz rein was was hier ist die schieten morgen aus syrien greifen israel an die alle witen sind das aus syrien was jetzt labern hier ist oder die was redest du da aber hotties und wer hier von syrien israel angreift schon mal du musst du musst den unterschied zwischen einem syrischen aller witen und einem türkischen alle witen verstehen es diese es gibt dort unterschiede und wenn sie menschen töten dann verurteile ich das auch und an war zu einer sache guck mal wenn ein alle witte dich beleidigt dann verurteile ich es genauso wie wenn ein sunnite einen alle witen beleidigt verstehst du mich ich habe ich habe kein problem damit jetzt aber wie schon mal beleidigen schau mal aber dann muss ich den form hier beleidigen und nicht hier auf dick doch man wenn du mal kurz was sagen guck mal den anderen was heute ist wenn du wenn die alles ja ich war gerade mit ihm ja der der wir machen ich wollte nur eine frage stellen danach gehe ich wieder raus weil ich mich sonst wieder aufregel ich wollte nur wissen ob er an war ein sunnite ist wenn ja ich kommentiere freiwillig zum christentum wenn ich so eine scheiße höre so bist sowieso in der hölle ob du kriegst wirst oder nicht wie im juck dass man das ist ein scheitbreck an weil der unterschied zwischen mir und dir ist dass ich im jahre 2003 und 15 jahrhundert in einer berghöhle ohne mich vorzunehmen kommt irgendwann der todesengel zu dir das ist ich glaube an ein buch nicht ich glaube an ein buch für mich du kommst sowieso in die hölle man der radikaler vogel passt mal auf du hast hier gar keinen menschen die religion abzusprechen und zu erzählen wer wirst du eigentlich du bist komplett und nein da bist du eigentlich das ist ein anti werbeschild für den islam bist du ein anti werbeschild juckt mich nicht der schlechteste und kannst du mal sie gerade mit deiner mit deiner umgekehrten zwischen kann sie erst mal beleidigen du kommst gerade mit einer umgekehrten psychologie an und denkst den leuten es ist keine umgekehrte psychologie es ist es gerade auf eine umgekehrte psychologie du bist du bist du bist du bist atheist was hast du überhaupt hier verloren ist das schlechteste was geht ich auch ein scheißdreck an wo ich abhänge ja weil du machst gerade umgekehrte psychologie versuch das woanders an die wollen bist du so er spricht die religion habe es ist nicht das erste mal dass ich diesen typen hier sehr ja aber das problem der leute leute ganz kurz an war der schiebe sagt du bist kein moslem und wer sagt das jetzt die buben ja pass mal auf hier ich höre mir die scheiße gerade an hört mal zu hört mal zu hat dir das gerade gefallen dass ich dich nicht als moslem bezeichne wie kannst du menschen die nicht beten oder nicht beten können oder so sagen die sind keine moslime richtig sieben richtig sieben was ist los mit ihr gesagt du bist du bist ich kämpfe seit monaten dafür dass unsere religion mal richtig dargestellt wird und dann kommt so vogel wie du und red gar nicht über pierre vogel weil du wirst noch nicht mal der trick in sein unter seinen fingernägeln was du hier verbreitest du schießt hast du schießt hast du schießt hast du nicht absprechen ja bist du ich habe es doch gemacht ich mache das gleiche wie du muslime und nicht muslime ist das gebet du dreckiger und höre richtig zu machen das stimmt nicht guck mal der typ ist ein grüß ich nehme das gerade hier auf das zeigt du bist kein muslim wenn du so redest dazu das ist ein dreckiger ich weiß nicht was du überhaupt bis normal kommst du hoch und stellst dich wenigstens vor was für natürlich muss man sich vorstellen wir haben wir wissen was man muss guck mal weißt du wie ich den islam kennengelernt habe dass kein mensch sich das recht nehmen kann dem anderen die religion abzusprechen das darf sich kein moslem das recht so ich habe gesagt der unterschied zwischen muslim und nicht muslim ist das gebet und wenn du scheiße in deinen ohren hast du hast dir erstmal und dann das heißt die 98 prozent der menschen von denen vielleicht nur die hälfte betet in der türkei die sind alle kuffahrt für dich ich habe gesagt der unterwoll sieht er obwohl sie wirklich an den gebeten glauben wenn das ist eine eigene schuld die bobe er hat er hat was gesagt weil das in euren schriften steht das stimmt stimmt nicht im koran steht so was da kann man das wird als sünde wenn du deiner pflicht nicht nachkommst afd soll bei euch rein die alle schreiben redet so ein moslem redet so ein moslem du wirst du guck mal ich bin sauer weil du uns so in schlechte licht rückst deswegen bin ich sauer weil ich genauso eingereiht werde wie du du musst doch mal ein bisschen mal normal sein in deiner birne und mit den leuten normal reden du bist nur ein mensch wie ich auch wie jeder andere ich würde niemals auf die idee kommen jemanden seine religion abzusprechen ich habe das eben bei dir gemacht weil du das auch gemacht hast und um dir mal zu zeigen wie das wie das sich anfühlt sorry sein mikrofon ist aus reiner okay du dreckiger ja also eben wie dreckiger und hast mich angegriffen ja ja weil du uns in schlechte licht du hast gerade mich als käfer bezeichnet und vor ja weil du es gemacht hast an war weil du es gemacht hast wer stummt bitte auch wenn er mich beleidigt lass ihn mal reden aber vielleicht versteht er immer auf was ich hinaus will der macht hier werbung für für genau die dinge die andere triggern die uns so intolerant machen ich bin ein kleiner wurm als mensch und ich kann niemanden die glauben absprechen da jetzt ist es umgekehrt jetzt habe ich mich umsonst ich war ja stumm also eine sache ich habe das gesagt der unterricht zwischen nicht muslime ist das gebet der ist hochgekommen und hat mich direkt als käfer bezeichnet hat gesagt ich will den anderen seine religion absprechen erst mal wer anderen als käfer bezeichnet vor allah wird er selber so dastehen und das was ich gesagt habe ist auch die wahrheit man sieht dass diejenigen die nicht beten ja die die sind ganz anders die machen sachen die nicht islamisch sind ja und ich rede nicht von sünden sünden und so hat jeder aber diese leute die 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 schlagen bei anderen und machen so tun so sachen die als nichts mit dem islam zu tun haben und du kannst an dem nicht mal die religion sehen subhan oder geschweige dann riechen oder so und ich weiß nicht warum du den hochgeholt hast dass du mich direkt angreift er hat das in den kommentaren die ganze zeit geschrieben permanent dass du kein moslem bist du kannst mich doch schon du weißt wie ich bin oder ich weiß nicht ob du mich kennst oder nicht islamisch gesehen würdest du mich als muslimm sehen oder nicht wenn du daran glaubst was da steht in deinen büchern glaube ich daran oder nicht für dich jetzt also du hast mich schon öfter gesehen hat noch nie die ehre darüber zu sprechen weil du immer unten bist und nicht hochkommt ja ich bin schon öfter oben aber ja nein wir haben dich nicht runtergeschmissen doch doch da war bei der das war bei panisch panischer glaube ich war das wenn du das alles annimmst was in deinen büchern steht bist du ein moslem handel linde so sagt es ja ich habe keinen den glauben abgesprochen ich habe nur gesagt der unterschied zwischen muslim und nicht muslim ist das gebet ich weiß nicht warum ich drück die ganze zeit auf dein mikro es funktioniert nicht ich verstehe nicht warum ich das nicht freischalten kann leute keine stürzen geht es jetzt ja jetzt jetzt zu tun also an war du bist da guck mal an war aber aber an war ganz kurz ganz kurz guck mal diese aussage jetzt bedeutet ja dass du den menschen den muslimen die nicht beten den glauben abspricht das ist das gleiche muss ich glaube man spätest du überhaupt betest du überhaupt ich habe jetzt angefangen ja ja also was zögert dich denn oder hast du angst oder was weiß ich oder keine es gibt genug es gibt genug menschen die den glauben in sich tragen habe ich jetzt persönlich gesagt dass kämpfe des kämpfers geht nicht um mich es geht nie um mich ich nehme das auch nicht persönlich es geht hochgekommen hat mich angegriffen in schlechte licht sommer warum ich dann sagt mir womit sagt mir womit okay damit du mich verstehst ja wenn du diesen spruch sagst dann bedeutet das für mich die vor allem ich glaube korrigiere mich der dann gewinnt gar nichts guckt schon wieder das recht vor gott so was gibt es nicht in unserer religion dass ein mensch glaubst du eine ameise glaubst du ich kann guck mal diese hadise müssen studiert sein du kannst nicht ja glaubt ein handel ist dann für dich nicht an alle nicht an alle leute leute nicht an alle was bist du denn für eine richtung also was hast du eine richtung ich bin sunnitisch geboren aber für mich ist in erster stelle der koran also bist du koranit oder was nein ich bin moslem fertig eure staltung scheiße könnt ihr euch sonst wo ich bin ich habe ich bin moslem und der koran hat an erster stelle und die hadise die überlieferungen die kann man studieren da kannst du und ich gar nicht mitreden ja aber ein wo drin steht der unterschied zwischen muslim und nicht muss ich werde ich nicht mehr wer stimmt die ganze zeit das regt mich richtig auf wer stimmt die ich nehme jetzt gleich alle modirechte weg also machen wir gucken mal immer die modirechte bitte weg ganz kurz einmal und dann schau bitte dass du das jetzt nur noch leuten gibst die du wirklich auch nur drei stück deswegen ist das denn also einmal ich aber ich kann nicht stumm ich kann nur rauf und runter stunden kann ich gar nicht warte 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 ich warte ich mache jetzt weiter warte ich mache dich jetzt auch frei und dann wird wieder gestimmt verstehst du ok das ist das ding ich in stumme dass sie reden könnte und dann wird es wieder gestimmt ok wir machen das ich mache jetzt diesen schau mal showtime aus ja ich mach das weg so und sie benötigt euch sowas lassen wir mal ganz kurz bitte ok gott sei dank macht das weg schon mal dass sie bekommen war mit dem klar leute ja ich lass dich auch nicht sieben du verstehst eine sache nicht schon mal anwar sagt er glaubt an hat diese und das bedeutet er nimmt jedes einzelne buch was nach dem koran als wichtigste wichtigste als zweitwichtigste stelle genommen wird ist zum beispiel muslim sahib buchhari ok und er sagt dass alles was da drin steht hier ist und das kannst du jetzt nicht verstehen wenn er sagt dass in seinen hadithquellen drin steht dass der unterschied zwischen einem muslim und einem kaffee das gebet ist dann glaubt er daran und du sagst nein ich glaube nicht daran verschießt was ich meine und das macht dich ist es geht nicht um glauben guck mal an erster stelle steht im islam der koran und wenn es dort nicht heißt dass jemand kaffee kuffar ist weil er nicht betet dann hat das für mich oberrecht das kann der man kann sich das nicht rausnehmen verstehst du ist egal man muss die hat das darf man eigentlich nicht also kein muslim darf einem anderen muslim nicht aberkennen muslim zu sein die gläubigkeit unterscheidet danke danke das war doch gut das war genau das was ich sage darf ich ganz kurz das kann man hier nur reden wenn man den koran gelesen hat im koran steht hat er war der rasul und rasul und das unterscheid zwischen einem käfer und muslim ist das gebet ja und wenn ich bete das ist das ist natürlich jetzt damit möchte ich jetzt von dir einmal wissen guck mal ich rede respektvoll mit ich habe dich auch nicht beleidigt vorhin also falls du das dachtest ich war nicht derjenige wenn du mich nicht beleidigt das natürlich ich hab dich nicht beleidigt ich bin ich bin sowieso eigentlich ich bin generell jemand der der beleidigt schon mal wenn du sagst dass unser prophet gesagt hat der einzige unterschied zwischen einem muslim und einem käfer ist der einzige unterschied der unterschied hatte ja okay der unterschied das bedeutet dann ist für dich ein alevite der nicht so betet wie du oder wie ein schiite ein kaffee oder er muss nicht jede sein kann auch sunnite sein es kann auch sunnite sein und ich selber ich selber habe eine ganze zeit lang nicht gebetet und war auch nicht im islam ja okay aber aber die frage war ja wenn ich sag das ja auch zu mir selber auch hier aber die frage war ja wenn ich jetzt nicht so bete wie du dann nehme ich ein kaffee bruder das ist eine ermahnung möge allah dich recht leiten dass du betest wir muslime unterscheiden uns von den anderen mit dem wir unterscheiden doch die apostasie gesetze anwar wir kennen doch die apostasie gesetze wer die religion verlässt den tötet moritz warte doch mal bitte ganz kurz soll ich dir zeigen dass in der bibel ein abtrünniger getötet wurde direkt ja aber warte mal der will auf was hinaus guck mal wenn wir jetzt alle ungläubige sind anwar warum sage ich ungläubige ich sage man möge allah euch recht leiten und betet man was soll das ja aber wenn ich nicht bete kriegst du mich sozusagen aus dem islam mit dieser hadith okay oder wenn ich bete du nimmst einfach so nicht betet der ist kein muslim der kann kein muslim was passiert denn mit den leuten die gar nicht glauben oder was man laut christen kommt ja auch in die hölle also sei leise laut juden kommt ja auch so gemacht wie du redest mehr gefällt mir die juden haben keine hölle ja dann was was habt ihr denn ich weiß es nicht sprich mal sprich mal erstens normal ja du brauchst nicht mit einer radikalen warum bist du so aggressiv gegen mir über was bin ich angst du fängst dem thema an und du kannst wenn du nicht weiterkommst du schlagen oder so ich meine außerhalb kannst du gerne versuchen aber das ist ja den kürzeren guck mal guck mal wie du redest für mich bist du ein eierkopf der mit religion meiner meinung nach überhaupt nichts zu tun hat du hast doch mit religion nicht mal ansatzweise was genau richtig was willst du hier mit muslim oder christen reden die auch das entscheidende problem das entscheidende problem ist wenn jeder dem anderen aber kennen kann muslim zu sein da und deswegen haben wir doch die ganzen kriege da unten in den gebieten weil sie sich gegenseitig aber nicht interessiert als alle wie okay übernimm du kein problem der verdünftige reden will ich mich ihr versteht doch eine sache aus weil mädchen haben nichts zu suchen das gespräch hat doch angefangen indem es mich betrifft und da war vorhin einer oben der gesagt hat elhamdulillah dass das passiert ist im osmanischen reich dass alle bieten jeder der alle bieten unrecht getan hat ich habe selber zwei alle bieten beste freunde von mir ich kann das absolut nicht nachvollziehen was er geplappert hat vielen dank vielen dank das war das einzige was ich ebenfalls um das angesprochen hat aber wenn ich weiß ich habe ja aber ich habe ja mal ich meine ich habe manche selbst zu spüren sein aber kann alle welche kuffanwalt was schau mal du hast ihn du hast ehmals alle bieten das muss ich seinem werk also kann sich meinen eigenen bruder wenn der nicht Ja, aber wie kannst du dann mit denen befreundet sein? Wie kannst du mit denen dann befreundet sein? Ich habe Freunde, die sind auch Gefahr. Und wo ist das Problem? Schau mal, wenn du dir die Christen, die den Moslems am nächsten sind, die Juden am fernsten mit den Götzendienern und den Muschrigs, dann das ist doch genau das Problem, dann darfst du die doch gar nicht zu Freunden nehmen. Warum sagst du denn nicht, ich bin ja geboren. Glaubst du, ich habe keine christlichen Freunde? Schau mal, ich spreche dir doch gar nicht ab, dass du das als Mensch machen sollst. Wenn du das aber rein auf die Schriften, auf den theologischen Aspekt beziehst, darfst du es aus rein theologischer Sicht... Wir dürfen die nicht als Beschützer nehmen. Ich darf zum Beispiel nicht die Polizei rufen, wenn ich Probleme habe oder so. Ach, du Scheiße. Ich kläre das alleine, wo ist das Problem? Ganz kurz, Leute, ganz kurz an alle Modis. Ich hole jetzt nur noch hoch. Keiner wird hochgerufen. Nehmt euch nicht die Kufat als Beschützer. Das ist erstens peinlich. Ich will ganz kurz was sagen, bitte. Ich will ganz kurz was sagen, bitte. Also, Anwar, guck mal, bei allem Respekt. Ich habe auch keinen Bock, mich mehr mit dir zu fetzen oder sonst irgendetwas. Was für zu fetzen? Du willst dich gegen mich fetzen? Gibt es doch nicht. Allahu Akbar, wenn du dich gegen mich fetzen, ich schwöre bei Gott, ich verwende meine Augen nicht. Nein, nein, warte, ich war gerade dran. Ich war gerade dran. Guck mal, die Leute. Ich bin die ganze... Nein, ich war gerade dran. Guck mal, wenn du den Begriff von ich will mich nicht mit dir fetzen, ich meine das hier verbal, okay? Also, guck mal, du münzt alles auf einen körperlichen Angriff. Das zeigt dein Geist, dass... Ja, weil du hast mich letztes Mal auch so herausgefordert. Kann ich reden, kann ich reden. Du redest hier ununterbrochen. Ich bin die ganze Zeit leise, okay? Dann machen wir eine Rede. Alles klar, danke schön. Stumm dich mal bitte, damit ich nicht Gefahr laufe, dass du hier wieder reingrätscht. Dankeschön. Okay, guck mal, ich habe noch gerade gesagt, bei allem Respekt, so habe ich meinen Satz angefangen. Ich weiß nicht, was du da dran nicht verstehst, aber du verdrehst hier wirklich Tatsachen in deine eigene Philosophie. Ich würde dich bitten, wenn du Fragen über den Islam hast, frag nicht uns, dann geh aber bitte zu deinem Bruder Fahmi, dann frag ihn, er kann dir das, glaube ich, erklären. Lern erst mal ein bisschen und bevor du hier wirklich hochkommst und so einen Blödsinn verzapfst und von dir gibst, ist wirklich kaum zu ertragen, okay? Zu sagen, obwohl, nee, ich lasse das Thema. Wenn der Lex das nächste Mal da ist, wenn du... Wobei, wobei, habe ich gelogen, dann sag mir das jetzt. Warte ganz kurz. Warte, stumm dich. Stumm dich. Ich bin ruhig, ich rede. Stumm dich. Ich rede ruhig, ich stumm mich nicht rede. Ja, aber ich habe keinen Bock, alle zwei Worte, drei Worte, die ich bringe, unterbrochen zu werden. Tamam, tamam, ich stumm mich. Anwar, hör mir mal zu. Entweder du stummst dich oder du bist leise. Bis er fertig ist und dann kannst du reden, okay? Ja, guck mal, das ist Taktik. Ich weiß jetzt auch schon wieder nicht mehr, was ich sagen wollte. Es funktioniert nicht, wenn mir zwei oder drei Personen geht. Ich verstehe gar nichts. Ich verstehe nichts. Und deswegen bin ich auch die ganze Zeit leise und nochmal, also ganz kurz hier an dieser Stelle. Anwar, alles, was du immer redest, ist wirklich immer ohne Quelle. Dann bring bitte eine Quelle oder bring bitte deinen Bruder. Mit dem kann man ganz normal diskutieren. Der kann auch Quellen zeigen, aber du schaffst das nicht ein einziges Mal. Also halte dich bitte aus Sachen raus, von denen du keine Ahnung hast. Und ich muss dir in einer Sache recht geben. Ja, ich muss jetzt hier einmal ganz kurz attestieren, okay? Also, wenn Anwar sagt, dass du raus bist aus dem Glauben, wenn du nicht aus dieser und dieser Sicht das so und so machst, hat er recht. Es steht in der Sonne des Propheten. Es steht einfach so drin. Das können wir nicht verschweigen. Jetzt müssen wir aber dazu sagen, Anwar ist ein Sunnit. Okay, er glaubt an die sunnitischen Quellen. Sibum akzeptiert diese Quellen teilweise, teilweise nicht. Okay, und für Devrim sind die sunnitischen Quellen einfach nicht bindend, ja? Und natürlich sieht er sich als Muslim und menschlich betrachtet, wenn wir jetzt hingehen und wenn wir jetzt anfangen, wir beziehen das jetzt mal nur auf euch drei, ja? Was heißt auf euch drei? Sibum hat Devrim das nicht abgesprochen, Devrim hat das auch nicht, Sibum oder Anwar abgesprochen, sondern der Sunni kommt hier hin und spricht anderen, die koranit sind oder die Schia sind oder die Aleviten sind oder Koraniten sind. Also du sprichst allen ihr Muslimsein ab. Ja, und das ist das Problem so. Ich kann verstehen, dass die Jungs sind. Wir hatten doch früher einen vergleichbaren Fall. Wir hatten doch damals zu Zeiten von Mohammed das Beduinenvolk und die Beduinen, die haben das nur gemacht, um mehr Rechte zu bekommen, Beute zu bekommen und so. Aber die wurden niemals als Gläubige anerkannt. Sie waren Muslime, ja, aber sie waren niemals Gläubige. Und das ist der Unterschied. Du kannst Muslim sein, aber du musst kein gläubiger Muslim somit sein. Ein gläubiger Muslim ist der, der das alles praktiziert, der es anwendet und der nach Koran und Sunna lebt. Aber er ist trotzdem immer noch Muslim, sobald er die Schahada ausspricht. Ja, und guck mal, wir sind uns doch an einem einig. Ich warte ganz kurz bitte. Wir sind doch an einem einig. Schia, Sunniten, Koraniten, Aleviten, ist egal wer. Ihr lest doch alle den einen Koran, okay? Und wenn es doch nur diesen einen Koran gibt, wie ihr das ja auch immer wieder sagt, dann seid ihr doch alle vor Gott gleich, weil ihr das gleiche Buch lest, okay? Und wenn du dann als Sunni sagst, oh, du glaubst, du akzeptierst die Sunna des Propheten nicht, du bist kein Moslem. Der Alevit kommt und sagt, ja, ich akzeptiere das nicht, aber du machst auch nicht weh. Du bist kein Moslem. Der Koranit kommt. Aber ganz kurz, ganz kurz, kann ich kurz intervenieren? Nein. Ein Satz noch, bitte? Ein Satz noch. Ich will noch einen Satz noch sagen. Okay, ich würde gerne nicht, aber nehme ich was dazu sagen. Hallo Leute, ganz kurz, guck mal. Wenn wir uns immer ständig unterbrechen, funktioniert das auch nicht und dann reden wir White Style durcheinander. Rob, kannst du mich bitte ganz kurz groß machen? Ich will nur einen Satz sagen. Ich will nur noch einen Satz sagen. Guck mal, und der Koranit kommt, der Koranit kommt dann auch um die Ecke oder Schiak hält oder so. Ihr seid keine Muslime. Das funktioniert so nicht. Kann das mal einer bitte vorlesen? Was hat dich in die Hölle gebracht? Sie werden antworten, wir gehörten, äh... Ja, wir gehörten nicht zu denen, die gebetet haben. Ja, aber das steht nicht. Ja, aber es muss eine Garantie dafür, dass man ins Paradies kommt. Ja, es muss eine Garantie dafür, dass man ins Paradies kommt. Ja, klar, ich kann ja auch als Moslem in die Hölle kommen. Das ist doch völlig normal. Ja, aber das steht doch jetzt mit den Gebeteten. Wir erwarten eine Entschuldigung von dir. Wer redet da? Guck mal. Es ist Zeit für deine Frage, Debrim, genau jetzt. Guck mal, Anwar, ganz kurz. Genau jetzt, das ist der Moment, wo du dich stellen musst, Bruder. Ich werde doch mit meinen Sünden und meinen guten Taten... Nein, nein, ich möchte schon mal... Leute, das habe ich euch aus dem heiligen Koran. Okay, aber das ist doch trotzdem nicht den Glauben abzusprechen. Ich werde doch mit meinen Sünden... Ich habe keinen den Glauben abgesprochen. Was hast du an den Ohren, Mann? Aber mit dem Satz sprichst du es aus. Du kapierst es doch nicht. Aber warte, wer sagt diesen Satz? Schau mal, ich würde... Wer sagt diesen Satz? Wo steht dieser Satz? Ich würde mal... Der steht im Hadith. Wo steht der? Im Hadith oder im Koran? Sahil Bukhari. Also dieser Satz hier, der ist aus dem Koran. Okay, wenn das im Koran steht, wer sagt es euch? Kein anderer sagt Anwar, sagt uns das nicht. Das steht doch gar nicht drin... Leute, könnt ihr nicht lesen? Da steht doch nicht drin, dass einer aus kein Moslem ist. Schau mal, hier im Chat steht, du sollst mal zwei Verse weiterlesen. Keine Ahnung, warum liest mal zwei Versen weiter. Das ist egal, hier steht drin, wenn ich betet... Wenn du nicht besser... Wenn du nicht besser... Wenn du nicht besserer Moslem fühlst, machst du das. Aber das juckt mich nicht, habe ich ein bisschen besserer Moslem. Vielleicht bin ich schlechter, aber ich sage nur... Warte doch mal, Bruder, kurz. Ich habe ihn noch gerade eine Frage gestellt. Schau mal, im Chat steht, im Chat steht, geh doch mal zwei Verse weiter. Kannst du mal bitte zwei Verse weitergehen? Einfach aus Interesse, weil ich weiß nicht, was da steht. Geh mal zwei Verse weiter. Ich habe hier nur ein Foto bekommen. Ich habe das... Ich kann das dann mal vorlesen. Ich habe es vorliegen. Sie werden der einst in die Gärten der Wonne sein und sich gegenseitig fragen, was aus den Sündern geworden ist. Sie entdecken sie dann unten in der Hölle und fragten... Sekunde mal. Ich habe das gerade vorliegen, dann kann ich euch das gerade mal... Hope, ich schicke dir mal gerade einen Screenshot, dann kannst du das... Ja, schicke ich. Ich mache es rein. Ey, alles neu. Ja, nee, das Ding ist, schau mal, dieser Vers, ne? Ich meine, du, du, Anwar, hörst du mich? Ich habe eigentlich kurz groß gemacht, ne? Anwar. Ja, ich bin wieder zurück. Schau mal, du sagst ja, schau mal, du sagst ja, dieser Vers, diesen Vers verstehe ich. Schau mal, ich bin nicht blöd. Ja, nee, äh... Das hat nichts zu tun, das ist Gottesfurcht. Es ist ja okay, aber guck mal, du kommst hier hoch und sagst, die Aleviten sind Kuffar. Habe ich nicht direkt gesagt, dass Aleviten Kuffar sind, Mann. Ja, okay, aber schon mal, wenn ein Alevite doch betet, aber er nicht betet wie ein Sunniter betet. Bete wie ein... Wie Prophet. Das ist ein Aleviten-Kuffar. Wenn du nicht betest wie der Prophet, ist sogar, wenn mein Bruder so nicht betet, ist der Käfer, okay? So, warte mal, warte mal, was will uns hier der Kizil oder wie du heißt... Okay, also ich würde sagen, natürlich, also hier wollte ich das Gelände füllen, ich habe die Hürde gebracht. Ich bin. Das mit dem Beten steht hier, aber es ist auch gesagt, wir haben auch nicht die Dienste gefüttert, dann wird das ja auch unterstrichen, dann wird auch hier... Unterstrichen. Nee, auch hier, das ja auch. And deny the day of judgment. Bringen wir es doch auf Deutsch, Mann. Das geht nicht auf Deutsch. Aber was willst du uns jetzt gerade damit sagen, habe ich nicht verstanden. Damit will ich sagen, dass nicht nur das Beten das Wichtige hier ist, sondern auch, dass man zum Beispiel armen Menschen füttern soll, dass man auch an den Tag des jüngsten Gerichts glauben soll. Es wird nicht nur... Okay, wenn du keinen armen füttert, kommst du dafür in die Hölle? Es wird so in dem Test gesagt. Für das Gebet. Das erste Frage, die erste Frage im Grab ist das Gebet. Was? Die erste Frage, die du befragt wirst im Grab, ist das Gebet. Die allererste Frage. Ey, schau mal, Kassel, Bruder, guck mal. Kassel, warte mal kurz. Wir können uns drehen und winden, wie wir wollen. Schau mal, wenn ein Alevite oder ein Schiite die Sunna, also die sunnitische Sunna des Propheten ablehnt, dann sind wir sowieso für euch Kaffirs. Und das bedeutet, wir brauchen hier nicht weiter zu... Okay, dann habe ich eine andere Frage. Was sind wir für euch? Schau mal ehrlich. Was sind wir für euch? Moritz, Moritz, bitte einmal die Quelle, Saibu... Ich warte mal. ...530 öffnen. André hält sich ja an Bukhari und an Saibuslam und er sagt, und er sagt, wenn ein Moslem, er sagt, wenn ein Moslem nicht betet, kommt er in die Hölle. Öffne mal bitte Saibu Kari 530, denn das... Saibu Kari 530, Moritz. Jetzt kommen natürlich alle und greifen an. Ah nein, wir nennen Quellen. Ich greife niemanden an, aber ich schau mal, soll ich dir was sagen? Jetzt gebe ich dir aus deinen Quellen etwas, was hier ist und dann erklär uns das mal, wie kann ein Gebet verloren gehen? Was für ein Gebet verloren man muss jetzt sagen. Das heißt also, nach deiner Aussage, ja, sind alles Kafer. Jeder, jeder Muslim, der sogar betet, müsste dann ein Kafer sein, der Sunni ist, ja, weil das Gebet ist verloren gegangen. Wenn du deine Quellen nicht kennst, können wir nichts dafür. Das Gebet ist nicht verloren gegangen. Wir lernen doch das Gebet von Hadithen. Warte mal, dass in Sahin hier zu Wort kommt. Was du mir genannt hast, als Assuri erzählte, dass er Anas bin Malik in Damaskus besuchte und ihn weinend vorfand und ihn fragte, warum er weinte. Er antwortete, ich weiß nichts mehr, was ich zu Lebzeiten des Gesandtenanlass gewusst habe, außer diesem Gebet, das verloren gegangen ist. Nicht so verrichtet wird, wie es sein sollte. Okay. Nicht so verrichtet wird, wie es sein sollte. Das ist doch was ganz anderes, Mann. Ja. Ich will dir aber mal eins sagen. Moritz, 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 Anwas Aussage, ganz kurz bitte. Nach Anwas Aussage, heißt es ja, wer nicht betet, kommt in die Hölle. Das heißt, wer falsch betet, kommt genauso in die Hölle. Also hast du gerade einfach alle Muslime in die Hölle gebracht, an Wort. Du weißt nicht, es gibt auch noch Sunder, 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 Wer die nicht betet, der ist in der Hölle. Ganz einfach. Guck mal, Anwalt, Anwalt, guck mal, ich habe diese Menschen, die, warte mal, ich habe die ganze Zeit jetzt nichts gesagt, warte doch mal kurz. Aber lass mal ab, wir bringen es. Gleich, einen Satz, einen Satz, einen Satz, dann gebe ich an Abdul weiter. Lass mal jetzt bitte den Sibun kurz reden. Guck mal, hier steht das doch eindeutig mit dem Gebet aus dem Koran. Anwalt, guck mal, diese Leute, die alle jetzt hier drin sind, gell, die meisten, die haben mich schon permanent rausgekickt, die sind überhaupt nicht auf meiner Seite oder teilen überhaupt nicht die Meinung, die ich teile, aber du hast es geschafft, dass ich als geborener Sunnite es nicht hinkriege, hinter den Aussagen von dir zu stehen. Also diese Menschen hier drum um uns herum, die sind alle gegen meine Meinung und haben mich jedes Mal auch rausgekickt. Aber du hast es geschafft, deren Ideologie teilweise zu befriedigen. Echt, ohne Witz, danke. Was für Ideologie. Du willst also, du willst die Leute so lassen, Ohne Scheiß, voll leid, nur weil du argumentativ nie, argumentativ nie etwas davon belegen konntest, was du gesagt hast. Könnte ich jetzt bitte was dazu sagen, oder ist das wieder hier? Also okay. Erstens zu Anwar, es gibt dort, was die Gelehrten angeht, was deine Aussage und diesbezüglich den Hadith angeht, gibt es Meinungsverschiedenheit. Weil in dem Kontext Kufr heißt untankbar, in dem Kontext heißt es verleugnen oder in dem Kontext heißt es auch nicht akzeptieren. Deswegen können wir hier nicht von einem Unglauben sprechen, der vom Islam den Austritt bedeutet. Da gibt es eindeutig Meinungsverschiedenheiten. Und zu Moritz, mein Lieber, deine Frage, warum, wenn wir alle den gleichen Buch haben, also Koran, Karim, wieso es so viele Spaltungen gibt, das ist das Gleiche auch wie bei dem Christentum. Wir haben Protestanten, wir haben Katholiken, wir haben Orthodoxen. Es ist immer die gleiche Situation, wenn manche Menschen anfangen Dinge... Lachen sich doch nicht alle ab, die bekämpfen sich doch nicht alle. Doch, doch, mein Lieber Moritz. Nein, aber alle... Schon wieder wird hier geschrien. Dürfen wir bitte... Ich habe nur eine Frage. Eine, ganz kurz. Nein, nein, weil du gerade was Falsches sagst. Im Endeffekt sind das alle Christen bei euch. Es ist anders. Wieso schon wieder fängt das... Es ist traurig. Ihr wollt... Das stimmt doch nicht. Ja, das ist wirklich traurig, dass ein Moslem ist, weil ein Moslem sagt, dass er kein Moslem ist. Soll ich dir Aussagen bringen, was Protestanten über Katholiken sagen, Katholiken über Protestanten, Orthodoxen über Protestanten zu Aussagen haben? Willst du jetzt Beweise haben, meine Liebe? Schreib doch mit dir nicht rum. Abduel, du darfst im Namen Jesus kein Krieg führen. Leute, was ist denn los? Ich dachte, wir unterhalten uns. Wir sind alle Moslem, aber streitet den anderen ab, dass er hofft der Welt. Das ist doch... Ey, Leute, einen Moment. Darf mal bitte Abduel, bitte seine, seinen Gedanken zu Ende bringen. Ich bin... Wunderbar, endlich. Vielen Dank, Devrim. Vielen Dank. Abduel und Devrim, wartet ganz kurz bitte. Ja, darf er sofort? Okay. Natürlich gibt es das... Warte, Abduel, warte ganz kurz. Guck mal, ich habe dich doch nicht unterbrochen, oder? Du darfst du verbringen. Ich stumm mich sofort. Ich stumm mich sofort. Ich stumm mich sofort. Okay, aber ich möchte etwas ergänzen, im Vorfeld schon mal, weil du mit etwas kommst, was kein Hand und Fuß hat. Es gibt das. Ich spreche das nicht ab. Es gibt Christen, die anderen Christen das Heil absprechen. Okay? Ganz genau. Ganz genau. Warte, 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 warte. Das gibt es natürlich. Die sind aber nicht richtig im Kopf erstmal aus einer Sache. Und zweitens sage ich dir eine Sache. Bei uns ist es nicht befohlen, einen anderen Christen aufgrund dessen, dass ich der Meinung bin, dass er kein Christ ist, ihn umzubringen. Im Islam ist dir erlaubt und befohlen, Kuffar zu töten. Das ist der Unterschied. Okay? Also ist es eine ganz andere Qualität. Wenn ein Muslim, einem anderen Muslim, sein Glauben abspricht, dann ist er vogelfrei. Ein Christ, der einem anderen Christen abspricht, ist nicht vogelfrei. Gott straft ihn. Fertig. Ich bin, du bist der grüßte Kackgelaberer, den ich gerade in meinem Leben gehört habe. Ey, Leute, schaut mal. Abbas, guck mal, du crashst hier gerade den Stream. Karamorat schreit die ganze Zeit, hallo, hallo, hört ihr mich? Kann mal vielleicht Abdul nur ganz kurz seinen Gedanken zu Ende bringen damit. Ich meine, der ist ja nicht umsonst hier oben als Deko, oder? Genau. Leute, ich bin mit euch. So, jetzt sind alle, alle, warte mal, wer soll jetzt reden, hast du gesagt, Debrim? Abdul. Okay, Abdul, du redest jetzt, wenn der... Ganz kurz, warum ist bei dir ein Alevit Modi eigentlich? Wie bitte? Wie bitte? Warte mal, ein Alevit ist bei dir Modi, oder? Wie bitte? Was ist das für eine Unterstellung? Oder nicht? Schreib mal was rein, Devin. Er provoziert. Warte mal, warte mal. Darf ja kein Modi sein bei mir? Anwar, außer Sunniten sind alle zusammen, merkst du das nicht? Außer Sunniten? Was ist das hier für eine Aussage? Dass wir am besten zusammenhalten, Alhamdulillah. So, jetzt sind wir ab. Und Artem Sebum ist ein richtiger Heuschler. Schau mal, ich warte mal, warte mal, warte mal. Anwar, guck mal, du sagst jetzt, warum ist ein Alevite bei dir Modi? Soll ich was sagen? Du weißt, dass wir hier Allah unseren Propheten beleidigen, oder? Schau mal, ich sag dir eine Sache, wenn es um Religion geht, wenn es um Religion geht, dann bin ich der Letzte, der oben mitredet. Ich enthalte mich bei allem. Ich war sogar derjenige, guck mal, frag jeden hier in dieser Runde, ich war derjenige, der als Muslim hochgegangen ist und die ganze islamische Gemeinschaft versucht hat zu verteidigen, bis ich... Warte, 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 warte. Nein, 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 nein. Wir haben die Religion. Nein, nein, nein. Hat er gemacht? Warte kurz. Ich war oben und habe versucht, für jeden zu reden, dass das, was das... Ja, man rettet dich selber vor dem Höllenfeuer. Hör auf den Islam und Islam. Sei mal leise, wer redet. Sei mal alle leise. Ammar, ich bitte dich schon mal. Ich war oben und habe gesagt, hört doch auf mit dieser Hetz-Sache, okay? Bis ich unten von Muslimen, weil ich bin ja ein Kafir für sie... Von mir, von mir, von mir. Mein Bruder, mein Bruder, mein Bruder. Mein Bruder, ganz kurz, Habibi. Ich bin Moritz, hört ihr mich beide? Ich würde euch gerne zu einer Debatte herausfordern, und zwar bei Bensing oder jemand, dass wir das auf einem neutralen Boden machen. Ihr bringt eure Argumente, ich bringe meine Argumente und wir machen das ganz sachlich. Haupt, ganz kurz, bitte. Nein, 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 das kannst du vergessen. Wir hatten dich hier schon und du lügst nur rum, ja? Wunderbar, wunderbar. Ich bin, ich bin... Dann kannst du das vergessen. Wir werden mit den ganzen Dingen keine Debatte machen, ja? Moritz, sachlich, komm, ich fordere dich heraus, sachlich, auf neutralem Boden, dass wir uns unterhalten. Nein. Jeder mit einer gesetzten Zeit, jeder fragt, was er fragen will. Wo ist das Problem, Hugo? Ich möchte ihm das gerne beantworten. Ich sage dir ein sehr respektvolles Nein. Ich bin niemand, der debattiert. Okay, wunderbar. Guck mal, ganz kurz, willst du eine Antwort oder willst du keine? Guck mal, dann willst du ja anfangen zu debattieren, wenn du mir jetzt eine Antwort geben willst. Dann fängt doch die Debatte an. Nein, ich debattiere nicht mit dir. Ich habe hier keine Debatte. Warum? Wieso können wir uns... Ich habe eine Frage, bitte. Guck mal, ich habe dir gerade höflich Nein gesagt. Ich debattiere nicht auf irgendeiner anderen Plattform oder irgendwie irgendwo anders. Das können andere viel, viel besser als ich. Weil ich auch nicht zu 100% wissend bin, habe ich auch noch nie von mir behauptet. Ich bin auch ehrlich, um sowas zuzugeben. Aber weißt du was? Ich sage die eigene Sache, ich kenne den Islam besser als du. Okay, dann fordere ich dich heraus, in dem Bezug, dass wir uns unterhalten, auf neutralem Boden. Leute, mit Abdul, ich werde nicht reden, weil er keine Ahnung hat. Schau dir aus. Moritz, ich fordere dich zu einer Debatte heraus. Auf neutralem Boden, Moritz. Du und ich. Nein, Abdul. Warum? Dann fordere ich dich heraus, Hob, auf neutralem Boden. Hob, hört man mich? Hört man mich überhaupt? Das ist doch unglaublich. Was ist denn los? Ich sage euch... Halt doch mal, ich sage mal leise. Abdul, ich hatte dich... Nein, nein, nein. Hob, 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 schrei nicht rum. Ich sage doch sachlich. Was habt ihr zu befürchten? Hör mir mal zu, Abdul. Du warst hier schon mal oben und wir haben miteinander geredet und von dir kam nur Scheiße raus. Nicht reden, vernünftig, respektvoll, ohne beleidigend. Deine Hadithe haben dir nicht gepasst, gar nichts hat dir gepasst und wo du gesehen hast, dass wir Ahnung haben, bist du schnell für Jesus gerannt und hast über Jesus geredet. Wo liegt das Problem? Ich werde Bibelferse zitiert. So ein Abdul, mit so einer Person werde ich ganz bestimmt nicht Zeit verschwenden, okay? Du kannst jetzt gerade froh sein, dass du hier oben bist und normalerweise bist du unten, okay? Und ich will auch mal was dazu sagen, bitte, Hob. Ich möchte auch bitte nicht unterbrochen werden. Ich will auch was dazu sagen. Also guck mal, jemand, der hier einen Vergleich zieht zwischen Christentum und dem Islam, der sagt, dass es das im Christentum auch gibt, aber der verschweigt, dass das Christentum nicht befiehlt, den anderen dann zu töten oder er vogelfrei ist. Hör, verstehst du? Warte doch ganz kurz. Guck mal, ich habe gerade gesagt, du bist leise. Er redet, du bist leise. Er kann wieder hoch. Nein, nein, er wird nicht mehr hoch. Aber darf ich auch mal ganz kurz was dazu sagen? Ich bin gerade dabei. Ich bin gerade dabei zu reden. Also entweder stummst du dich jetzt, Abdul? Entweder stummst du dich jetzt. Nein, nein, du stummst dich, denn ich werde jetzt auch sagen, aus dem Ruf. Du stummst dich, du stummst dich jetzt oder du bist runter. Sag mal leise, Abdul, ich rede jetzt. Du bist leise, wenn er redet. Hast du mich verstanden? Sonst fliegst du mir. Bist leise, halt deinen Mund. Halt deinen Mund hoch. Du bist unten. Jetzt bist du unten. Jetzt kannst du mit dir selber reden. Siehst du, Schwester, warte ganz kurz. Deswegen wird keiner mit dir debattieren wollen, weil du nicht normal bist. Ganz genau. Und guck mal, noch eine Sache. Noch mal. Also, ich kann nicht mit jemandem debattieren. Darf ich mal bitte ausreden? Aber ich bin jetzt fünfmal unterbrochen worden. Ganz kurz, bitte. Ja, und wenn der Lachs redet, dann redet er. Ja, ganz kurz, Lachs. Ich will dir auch gleich noch was sagen, bitte, Bruder. Aber ich will jetzt noch mal was zu diesem Abdul sagen. Okay, Abdul, hör mal zu. Jemand, der mit so einer billigen Taktik hier hinkommt und sagt, ja, aber die Christen haben das doch auch. Ja, es gibt, ich habe doch gerade zugegeben, es gibt Christen, die anderen Christen das Heil absprechen. Ja, aber zeigt mir dann bitte auch im Anschluss die Stelle, die dann besagt, dass derjenige dann den anderen, ich versuche das zu beschreiben, vogelfrei macht und jeder diesen Vogel einfangen darf und dann knickknack mit dem Genick machen darf. Okay, das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied. Also guck mal, mit jemandem, der sowas noch nicht mal drauf hat, debattiere ich nicht, diskutiere ich nicht und ich bin auch niemand, der debattiert. Ich habe mir das auch nicht vorgenommen, mich irgendwo auf YouTube hinzustellen und mit irgendwem zu debattieren. Ich kläre über deine Religion auf. Wenn du keine Ahnung von deiner Religion hast, dann tut es mir wirklich herzlich leid, aber du bist jeden Tag herzlich eingeladen, in den Kommentaren unten zuzuhören, während wir dir deinen Islam beibringen. Mein Gott, kannst du lange reden. Darf ich jetzt auch was dazu sagen? Warum brauchen denn Christen immer so Atheisten als Hilfe? Anwar, 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 guck mal. Jeder Christ hat in seinem Stream immer Atheisten. Ist der mit ihm jetzt ein Muslim oder nicht? Warte ganz kurz, ich möchte auf das eingehen, was Anwar gerade gesagt hat. Anwar, ganz kurz, guck mal. Es ist ein Unterschied, lange zu reden mit Sinn. Es ist ein Unterschied, lange zu reden mit Sinn. Warte, warte, warte. Ich bin, warte. Was hat Anwar gerade gesagt, dass Devrim kein Muslim ist? Habe ich das richtig gehört? Natürlich, sagt er doch die ganze Zeit. Warte mal, warte mal. Gerade eben hast du doch gesagt, das machst du gar nicht. Nein, nein, ich habe gesagt, dass es ungerecht war, Aleviten zu töten. Für mich ist derjenige, der nicht spätet. Du hast gesagt, es ist alles hier aufgenommen, nur so. Du hast gesagt. Ich nehme das gerade auch auf. Ja, sehr schön. Ich schicke dir auch eine Kopie. Du hast gesagt, dass du das gar nicht gesagt hast, dass er kein Muslim ist. Jetzt gerade hast du es wiederholt. Ich habe gesagt, dass er kein Muslim ist. Aber ist doch noch nicht, der sagt, warte, ich will jetzt noch immer eine Antwort. Warum ist er kein Muslim? Habe ich doch gerade gesagt. Aleviten sagen selber, dass sie keine Muslim sind. Ich habe sogar auch die Freunde, die sagen, ich bin kein Muslim. Bei denen ist die Religion im Herzen, wie bei euch. Ja, das stimmt so nicht. Doch, ihr betet im Herzen, Mann. Nein, wir werfen uns auch nieder. Du hast doch eben dich widersprochen. Einmal wie Schiet und dann einmal nicht. Ja, guck mal, ich sage ja, ich schau mal. Aber ich sage, möge Allah, dich recht leiden. Ich habe dir jetzt nicht irgendwie eine Beleidigung zu dir gesagt. Ich bin nicht der belesenste Mensch, okay? Wenn ich dir erst gesagt habe. Der, dem komm einfach zu der Religion zurück. Nein, nein, nein. Ich komm, ich weiß, ey, ganz ehrlich, was ist denn los mit dir, Alter? Ich komme zu gar keiner. Ich wollte nur wissen, warum Christen immer Hilfe von Atheisten und so brauchen. Du sagst, kann ich dir gleich mal? Wir brauchen kein Buch, um selbstständig zu arbeiten und kein Buch, um selbstständig zu leben. Weil es ist ja kein Unterschied. Aber du bist doch sowieso gar nichts da unten. Was ich bin, und was ich nicht bin, geht ich an Scheißdrecker. Aber das Essen, was Gott dir jemand isst, du gerne. Amar, darf ich sagen? Dort hat mir die Natur gegeben und die Arbeit der Menschen, die das geerntet haben. Darf ich ganz kurz mit dir? Warum unterstützen die Atheisten immer Christen? Weil die wissen, dass die sowieso nicht gläubig sind. Ganz kurz, Moritz, Moritz, ich habe eine Beschränkung bekommen und der Widerspruch ist nicht gelaufen. Was muss ich jetzt machen? Kann ich das so stehen lassen? Der will raus schmeißen, dann ist alles gut. Sei mal leise, bevor er rausgeschmissen wird, werden hier alle rausgeschmissen. Anwar, ey, ich würde mal sagen, Hoppe, wegen wem hast du eine Beschränkung bekommen? Sie selber hat. Anwar, schau mal, wenn das Osmanische Reich Leitsichtbarkeit eingeschränkt. Ja, es kommt drauf an, weswegen. Hoppe, es kommt drauf an, weswegen, wegen Bild oder so, da steht immer eine Begründung drunter. Anwar, ich mach das hier mal kurz weg, vielleicht wegen das. Anwar, wenn das Osmanische Reich eine Fatwa ausschreibt, okay, die von einem Mufti, die von einem Mufti gemacht wird, diese Fatwa, und es alevitische Tote gibt, die, die egal in welchem Alter sind, und diese, diese Muftis, sich auf ihre Quellen berufen, also auf Sahih Muslim, Sahih Bukhari und was weiß ich, wie viele Sahih-Quellen ihr Sunniten habt, wenn sie sich darauf berufen, warum soll ich, warum soll ich dann Sunnite werden, Bruder? Erklär mir das mal. Dann sind doch diese Quellen dafür verantwortlich, dass 100.000 jetzt wirst du deine Seele retten, dann musst du Sunnit werden, okay, und weil ich auch mal das selbe hat, du hast mir auch meine Frage geantwortet, du, das bedeutet, dann legitimierst du, du wirst auch beten, wie der Prophet, alles andere juckt uns nicht. Ja, aber, mal, deine Quellen, ich sage ja, deine Quellen legitimieren die Morde an den Aleviten, an den Jesiden, die damals im Osmanischen Reich verübt wurden, sie wurden von einem Mufti, diese Fatwa wurde von einem Mufti gemacht, es hat vollkommen was mit Gebet zu tun, es hat vollkommen eine Legitimation, er hat keinen Sinn hier drin zu tun, und die Christen haben nichts mit euch gemacht, oder was? Ich wurde von einem Christen nicht ermordet, die Christen haben Gott sei Dank. So, anscheinend funktioniert das nicht, wenn einer hier sprechen möchte. So, erstmal lasse ich mir in einem demokratischen Land wie Deutschland nicht von irgendeinem Anwalt das Rederecht nehmen, und ich lasse es auch nicht zu, dass er mir sagt, was ich bin und was ich nicht bin, ja, wenn ein Land voller in seinen Augen Kaffi ist, ja so schlimm ist, und ein Land voller Sünden, dann möge er bitte gehen, weil es wird niemals so sein, dass er hier glücklich sein wird, und dass er mit seiner Religionsauslegung im Einklang steht, ja, ihr wollt, ihr habt 1,9 Milliarden Muslime auf der Welt, aber ihr habt 20 Milliarden verschiedene Auslegungen und Meinungen über eure eigene Religion. Statt ihr euch darum kümmert, dass eure Religion in einem vernünftigen Licht steht, seid ihr euch untereinander am Bekriegen und untereinander die Religion am Absprechen. Ja, das ist sowieso schon mal das lächerlichste überhaupt, und ich kann euch nur sagen, die Leute, die das sehen, ja, ich hoffe nur, dass sie aufgrund von solchen Leuten wie diesen anderen ihre Religion niederlegen und sagen, ich bleibe lieber gar nichts, bevor ich in einem Chaos ende. Ihr seid euch untereinander einig. Und da wundert ihr euch, dass jegliches Land und jeglicher normal denkende Mensch gegen den Islam schießt. Ihr seid doch das beste Beispiel dafür, dass ihr euch in eurer eigenen Umwand nicht mal einig seid. Ihr habt nicht mal untereinander einen Frieden. Und dann sollen Nichtgläubige oder Christen oder Juden eure Religion akzeptieren, wenn ihr euch untereinander am Fetzen seid und dann auch noch mit unterster Schublade. Das ist absolut, es ist ein Armutszeugnis, ja, und deswegen, wenn ihr das Bild lesen könnt, Religionen sind für mich toxisch, weil ihr untereinander Krieg macht. Wenn das einen Gott geben würde, der würde euch alle an den Ohren langziehen und euch bestrafen. Aber da es den anscheinend nicht gibt, können solche Leute immer noch weiter frei reden und ihren Blödsinn in der Welt rumrülpsen und Leute schikanieren, Leute töten und Ethnien auslöschen. Und das ist nun mal Fakt und das könnt ihr nicht bestreiten. Und wenn ihr mir sagt, das hat nichts mit dem Koran zu tun, dann packt mal in eure eigene Nase, dass ihr den Koran endlich mal versteht, weil anscheinend liegt der Fehler entweder bei euch oder an dem geschriebenen Gesetz im Buch. Aber ihr habt es anscheinend nicht begriffen. Macht jetzt weiter, blamiert euch weiter, bis auf geht nicht mehr. Ihr seid eine Schande. Dankeschön. Das kommt daraus, wenn ein Gottloser redet. Bei den Christen ist er doch auch in der Hölle. Christen streiten sich aus auch und im Islam... Hast du nichts anderes gerade zu sagen? Im Islam gibt es 73 Spaltungen, hat Prophet Sallallahu alaihi wa sallam gesagt. Schöne ist auch, guck mal, guck mal an eine Aussage, der ist bei der Christen auch in der Hölle. Nein, er ist erstmal auf deinem Kopf. Er ist erstmal auf deinem Kopf, egal was passiert. Immer auf deinem Kopf wird er sein. Egal was passiert. Was ist auf mein Kopf? Anti, alles ist erstmal auf deinem Kopf und dann reden wir über den Gott. Alles, guck mal, Conte Punisher, du bist der größte Feigling, der die größte Klappe hat. Wallahi. Wenn du nach Deutschland kommst, geh mal auf deinem Kopf. Anti, wir sind uns mit uns drauf. Warte, warte, willst du mich jetzt auch wieder besuchen? Willst du mich besuchen? Willst du mich auch suchen? Oder was? Wie die ganzen anderen Wowows? Ich weiß, dass ich nicht... Wie die ganzen Wowows, die hier umrennen? Wollt ihr mich jetzt alle jagen? Ja, dann kommt doch... Nein, 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 nein. Wenn du hier hinkommst, vor allen Leuten, hast du die Eier, du hast ja noch nicht mal aus Deutschland raus, du hast ja noch nicht mal Papier, du hast ja noch nicht mal richtig passt. Hast du die Eier, dich mit mir anzulegen, vor 155 Leuten? Hast du die Eier, dich gegen mich anzulegen? Hast du die? Hat er natürlich nicht. Die sind doch gerade auf deinem Kopf platziert. Merkst du das nicht? Hast du das, gegen mich anzulegen? Lass deine Beleidigung machen. Hier bin ich, hier bin ich, hier bin ich. Hast du, wenn du hier hinkommst, sag das kurz vor deinen Leuten. Anna, geht dein religiöses Verständnis gerade in Gewalt über? Hast du gerade keine Argumente mehr? Nein, sag mal ruhig, das ist jetzt menschlich. Das hat nichts mit Religion zu tun. Sag mal ruhig. Wollen wir einmal Leckerli gehen? Ich will hören, ich will hören, die Eier dich mit mir anzulegen. Digga, ich habe die dicksten Eier, die hier rumlaufen, aber jetzt hör zu, mit einem Triebtäter, mit einem Triebtäter werde ich mich definitiv nicht an einen Platz begeben. Ja? Dann bist du ein Feigling. Ganz einfache Geschichte. Hallo, jetzt sind wir Feiglinge. Ist das das, was deine Religion dir beibringt? Gewalt anwenden? Ist das das, was deine Religion dir beibringt? Gewalt? Gewalt? Deine Religion ist das? Gewalt an anderen Menschen? Das zeigt alles, ja? Anti alles auf deinem Kopf, ob du willst oder nicht. Erzähl dich, im Christentum kommst du auch in die Hölle, da kommst du auch in die Hölle. Bleib mal schön in deinem Gebiet. Bleib mal schön in deiner Überzeugung. Ja? Und anti alles, deine Schuhe auf deinem Kopf. Du redest wie ein Mann, aber bist wie eine Frau. Du redest wie ein Mann, Kleines Kind. Leute, ich habe lediglich gesagt, ich habe weder eine Religion beleidigt, ich habe lediglich gesagt, wenn ihr euch untereinander so benimmt, müsst ihr euch nicht wundern. Ja, und ich kann das als Außenstehender, warte ganz kurz. ich kann das als Außenstehender, ich kann das als Außenstehender wohl am besten sagen, weil ich mit Religion nicht betroffen bin. Aber dann musst du das zu den Christen auch sagen, weil du bist nicht ehrlich. Die Christen greifen mich gerade nicht an. Die Christen schreiben mir gerade, die Christen greifen mich gerade nicht an. Die Christen haben nicht das innere Bedürfnis, jedes Mal ihre Religion zu verteidigen. Bei mir hat es gerade geredet wie ein Rambo, deshalb habe ich ihn gesagt, hast du die Eier nicht mitbekommen. Ja, ganz kurz an, du hast gerade gesagt, Alex soll mal die Christen fragen, ich würde mal Alex gerne darauf antworten, stimmt euch mal bitte. Also, guck mal, du hast doch gerade gesagt, sag das den Christen auch, ich bin eigentlich, ich habe eben noch Sympathie für dich gemacht. Guck mal, ganz ehrlich, du hast doch gerade gesagt, fragt die Christen und ich möchte hier sympathisch für dich, weil mein Bruder dich mag, aus diesem Grund. Guck mal, ich mag deinen Bruder auch. Dein Bruder mag mich auch an, weil das ist der komische Unterschied. Mein Bruder kann so ein Stück Scheiße wie dich da unten gar nicht mögen. Ja, dann frag dein Bruder mal, wann wir uns treffen, um ein paar Freunde zu kaufen. Nein, 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 keiner wird hier rausgeschnitten. Die einzige Scheiße, die es hier gibt, landet in deinem Mund, Anwar. Rede nicht so mit Anti-Alles. Wenn du dich ums zu treffen willst, rede nicht so mit ihm. Ich schwöre bei Gott, ich sage euch, dieser Freundin muss ich nie mit ihm so renatschtern hör mir mal zu, Anwar, guck mal, keiner beleidigt dich, bitte beleidige auch nicht. Der hat doch gestern so groß geredet, ich werde dies machen, ich werde das machen. Wer denn? Frag ihn doch, du bist doch auch, du bist weiblich, hast aber mehr Ehre als der Punisher. Frag mal, ob der sich mit mir trifft, Dianne, frag ihn mal, wenn der hier... Ich mache aus dir einen kriechenden Hans Wurst. Das Einzige, was du aus mir machst, ist vielleicht, dass du mich irgendwann mal bei der Linie nennst. Ja, dann treff dich doch mit mir, wenn du so eine große Klappe hast. Ich bin vielleicht auch ein Lutscher. Lachs, ich würde dir gerne später darauf antworten, der mir über den Weg gelaufen will. Lachs, ich würde mir jetzt, die Sommer, kannst du jetzt mal ganz kurz leise sein, der 18, 11 war da. Wallah, Gott bewahre, dieser Typ wird niemals Anwar begegnen, der wird sich von Anwar Ich habe ihn doch nicht beleidigt. Ich würde jetzt Antti alles gerne darauf antworten. Haupt, das war doch nur eine unter Männern... Ich will Antti alles auch antworten. Ganz kurz bitte. Ich will Antti alles ganz kurz darauf antworten. Anwar, bitte sei mal so respektvoll und stumm dich und lass mich bitte einmal ausreden, ohne zu unterbrechen. Wenn du mich nicht beleidigst, ja, klar. Ich beleidige dich doch nicht. Also bitte, guck mal, du hast gerade gesagt und das geht jetzt in Lex seine Richtung, okay, der soll das mal einem Christen sagen, dass du in die Hölle kommst und sonstiges. Guck mal, also erst mal Punkt 1 ist, Antti alles glaubt an gar nichts, also an keine Religion. Wenn ich jetzt in meinem Buch drinne stehen habe, dass derjenige in die Hölle kommt, der nicht glaubt, an den Herrn Jesus Christus, an Gott, okay, dann steht das in meiner Bibel so drinne, ich bin ein Gläubiger, ich glaube das, aber, aber, Antti alles ist kein Gläubiger. Das heißt, ihm kann völlig egal sein, was in meiner Bibel steht, ob er in die Hölle kommt oder nicht, weil er glaubt nicht da dran. Der wichtige Punkt hier an dieser Stelle ist nämlich folgender, weiter steht da nicht, dass derjenige, der nicht an den Sohn glaubt, da steht nicht, da steht, er kommt in die Hölle, aber da steht nicht weiter, der ist jetzt vogelfrei und jetzt darfst du auf ihn losgehen, darfst ihm alles absprechen, seine Menschlichkeit, er ist ein Mensch zweiter Klasse, dritter Klasse, du darfst das und das mit ihm machen, so und so. Das ist der Unterschied, okay? Es tangiert ihn nicht und braucht ihn nicht tangieren, was in meinem Buch über ihn drin steht, solange kein Befehl daraus erfolgt, was ich mit ihm machen soll. Und noch ferner, steht da ja nicht, dass das ein schlechter Mensch ist oder sonst irgendetwas, weiter wissen wir, Nächstenliebe, Feindesliebe, sonstige Liebe, alle Liebe zwischen Menschen. Das ist der Unterschied, okay? Also, guck mal, ich sag jetzt eine ganz kleine Sache noch und danach stumme ich mich, weil ich esse dann und ich höre euch dann weiter zu. Lachs ist, also Anti-Alles ist ein Atheist, Devrim ist ein Alevit, ich bin ein Orthodox, Hob ist eine Jüdin und jetzt stoppe ich jetzt mal hier ganz kurz. Alle, die uns immer besuchen und mit uns reden, sind unterschiedlichen Glaubens. Wir können alle normal miteinander reden, jeder respektiert den anderen. Und merkst du nicht selber, dass immer wieder, wenn es zu Nieten kommen, wir immer wieder diese Streitdinger haben, diese Gespräche haben. Warum? Weil bei euch eindeutig genau das drin steht. Ganz einfach. Und ihr kommt jedes Mal an, ihr sprecht euch selber das Heil ab und wenn du einem anderen Muslim, das Muslimsein absprichst, dann ist er ein Ungläubiger, ja, dann ist er genau das. Ich bin da, wir haben doch nicht ihm aufgemacht, damit wir doch hochkommen. Ich bin sofort fertig. Dann ist, dann ist jeder bei euch im Glauben, also Devrim ist ein Ungläubiger, nach deinem Glauben, der Sibom ist ein Ungläubiger, ein Schiet ist ein Ungläubiger und wir wissen, was du mit einem Ungläubigen dann machen sollst. Das ist der Unterschied. Mehr nicht. So, und ich habe keine Religion beleidigt. Wir reden ja, wenn wir über das Christentum reden würden und die Antwort wäre genauso gewesen, wie vor anderen, dann würde ich das Gleiche sagen. Das ist der Unterschied. Ich glaube an keine Religion, wie gerade ich bin schon gesagt hat. Ich denke mir nur, jedem Gläubigen sollte doch als Aufgabe sein, seine Religion in einem perfekten nicht zu präsentieren, damit eventuell Leute, die eine andere Religion haben oder gar nicht glauben, eine Religion eventuell attraktiv finden, so dass sie sie annehmen. Wenn ich das sehe, weiß ich, weshalb ich Atheist bin. Wenn ich diese Unterhaltungen hier sehe... Anti, Alice, du hast direkt was gegen mich gehabt, als du hier reingekommen bist. Nein, habe ich überhaupt nicht. Nein, du hast was gegen ihn gehabt, weil er unteubig ist, weil er hat sich jetzt vorabgenommen, weil ich Atheist bin, hast du mich direkt unterbrochen. Kannst du die Religion am Menschen abmessen? Nur eine Frage. Bitte? Kannst du die Religion an einem Menschen messen? Guck mal, wenn einer nicht an Religion glaubt und keine Ahnung hat, ich rede zum Beispiel nicht über Koranverse, weil ich das nicht gelesen habe. Wenn ich jetzt ein paar Sachen gesagt habe, die dir nicht gefallen, heißt das dann, ich habe für den ganzen Islam gesprochen? Ander, nochmal, du bist nicht der Einzige. Weißt du, wie oft mir Leute das Wort nehmen wollen? Allein aus dem Grund, weil ich an eh nichts glaube, habe ich kein Mitspracherecht. Das ist nämlich der feine Unterschied. Ich kann als Einziger von allen, die hier drin sind, sagen, dass ich das objektiv betrachten kann. Und es ist nun mal so, dass wenn es ein Streitthema Religion gibt, sind es Sunniten, die als erstes auf die Barrikaden gehen. Ihr habt immer das Gefühl, ihr müsstet euch mit Händen und Füßen wehren, obwohl ihr nicht mal angegriffen werdet. Nein, nein, das stimmt nicht. Das Einzige, hör mal kurz zu. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich dir irgendwas tun müsste, aber The Punisher schon. Ander, ganz einfach, guck mal, einfache Sage. Punisher, du hast eine Verwarnung. Du hast gerade zu mir gesagt, ich glaube nicht, dass dein Bruder mit so einem Stück bla 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 abhängen würde. Ja, weißt du warum? Weil du kamst hier rein und hast mich direkt angegriffen. du hast mir das Wort abgenommen, was macht der Atheist hier? Guck mal, ich bin nicht taub. Ich bin auch da am Ende rausgegangen. Ist aber nicht schlimm. Ist egal. Guck mal, ich bin nicht nachtragend. Ist der im jetzt ein Moslem oder ein Schwestern? Wenn mein Bruder in dir was Gutes sieht, was soll ich denn dann sagen? Anwalt, ich brauche keine Religion, um Sachen auch einfach mal fünfe gerade sein zu lassen. Nein, aber du bist mehr gegen Muslime als gegen Christen, obwohl du auch bei denen in der Hölle bist. Guck mal, ich glaube nicht an die Hölle und wenn du mir sagst, ich gehe in die Hölle, kein Problem. Aber nicht nur ich sage das, auch die Christen sagen. Okay, soll nicht. Ich nehme ein paar Würstchen mit und grille, okay? Das ist meine Antwort darauf. Junge, rette deine Seele, Mann, ich schwöre dir, was für unten gehst du, du wirst ewig brennender unten. Bevor die Naturtonado kommt und dich mitnimmt, Antti. Okay, auch das kann passieren, ja, ich glaube an die Natur, das könnte die Wahrscheinlichkeit... Aber du bist direkt aggressiv gegen Milch über reingekommen, deshalb habe ich so mit dir gehalten. Es ist doch gar nicht schlimm, sei nicht nachtragend. Ich bin es auch nicht. Hör zu. Das Ding ist einfach nur, 1,9 Milliarden Muslime stand 2023 und es gibt so viel Streit alleine innerhalb der Muslime. Es gibt alleine innerhalb... Ja, wir haben doch so viele... Dann wäre der Islam falsch, weil... Antti, Antti, warte mal, warte mal kurz da drauf ankommen. Ich weiß, warum das kommt. Antti, weißt du, warum das kommt? Aber warum 73 Spaltungen? Ich bin doch keiner, dann fällt doch schon mal eine weg. Was heißt, du bist keiner? Was heißt, du bist keiner? Ja, ich bin doch, guck mal. Jetzt habe ich eine ganz normale Aufmerksamkeit. Lass mich mal bitte kurz was sagen, bitte. Warte mal kurz. Antti, weißt du, warum das kommt? Weil irgendwelche wie Derim den Gebet wie Breakdance machen. Verstehst du? Guck dir das an. Guck dir das an. Schau dir das an. Sema ist erstens mal kein Gebet, aber okay, warte. Ambar, schau mal, du sagst ja 73 Gruppierungen. Karavalla, du bist so ein lustiger Mensch, du haust einfach irgendetwas raus, hast wahrscheinlich vielleicht gerade mal einen Wikipedia-Artikel über Aleviten gelesen und denkst, du kennst dich jetzt aus. Wenn ich selber... Ich habe dir gesagt, ich bin mit Aleviten aufgewachsen, oder ich habe mit dir kein Problem, Ambar, schau mal. Aber du sagst ja selber, guck, oder die Leute, die deinesgleichen sind, die kommen hier hoch und sagen, Aleviten sind keine Muslime. Und wenn jetzt so jemand für den ganzen Islam spricht, weil sie sagen ja selber, es gibt nur Sunniten, also es sind nur Sunniten, diejenigen, die wirklich den Glauben richtig ausleben und alle anderen sind Kafir. Das sagen die ja. Dann macht es ja gar keinen Sinn, an diese 72 Gruppierungen zu glauben, die du gerade erwähnt hast. Dann fallen ja alle anderen 71 weg und nur eine gibt es und das sind die Sunniten. Ebrim, noch ein Punkt. Guck mal, Anwar, du sagst doch, wenn einer sich nicht benimmt oder gar keine Religion hat, der hört sich am Ende zu verantworten. Entweder mit der Hölle oder ein Muslim, der sich nicht richtig verhalten hat, muss sich vor Allah rechtfertigen. Richtig? Auch ein Muslim, der betet, kann in die Hölle kommen, aber er kommt wieder raus. Okay, hör zu. Wenn die sich doch alle rechtfertigen müssen für ihre Taten, die sie in Lebzeiten haben, warum ist das deine Aufgabe oder andere Leuts Aufgabe, den Leuten zu sagen, wie sie leben sollen? Wenn es am Ende eher einen Gott gibt in euren Augen, der das Recht leitet, der das... Guck mal, du hast den Sinn und Lebenszweck von einem Muslim vergessen. Wir werden Warner genannt. Wir warnen vor dem Höllenfeuer. Oh. Wir warnen vor dem ewigen Höllenfeuer. Nimm dir das Anti-Alles. Ich weiß nicht, warum du so eine Antipathie gegen den Islam hast, aber das ist das Einzige, was dich retten wird. Guck mal, du bist der einzige Mensch, der mir sagt, dass ich eine Antipathie gegen den Islam habe. Ja, weil du so feindselig gegenüber direkt reingekommen bist. Du bist reingekommen da? Nein, weil du unterbrichst und du hast dich gestern auch schon daneben genommen in dem Stream. Guck mal, das Ding ist, ich kann mit Sunniten ausgezeichnet reden. Du bist gerade ein Paradebeispiel, dass es mit dir nicht geht. Guck mal, mir sind die Sunniten gerade egal. Ich rede nur mit dir. Du redest in einer radikalen Form. Du hast ein Problem gegen mich. Nein, hab ich nicht. Immer noch nicht. Immer noch nicht. Ich habe ein Problem mit radikalem Gedankengut, weil aus diesem Grund gibt es Leute, die diese Islamaufklärung machen im politischen Islam. Die Würde ist, wenn es Leute geben würde, die sich gemäßigter ausdrücken würden und nicht direkt, lass mal treffen, ich hau dir einen in die Schnauze und das passiert. Ja, aber doch nicht mit jedem, Mann. Es ist eine radikale... Wir bestimmten Leuten schon. Es ist eine radikale... Wenn jemand sagt, ich pisse dir auf den Kopf, dann bist du doch männlich, oder? Dann trau dich doch mal, wenn ich vor dir stehe. So, also... Ja, nicht jetzt du gemeint. Ich habe dich jetzt nicht gerade gemeint. Guck mal. Wenn jemand das zu mir sagt, dann heißt das, er ist männlicher als ich, trifft er sich mit mir, dann scheißt er sich vor mir in die Hose. Das ist schon öfter passiert. Aber ich denke... Leute, trauen sich nicht mal, die Faust hochzuheben. Ich dachte, Gott entscheidet, wer männlich ist. Also ich dachte, guck mal, wenn du in deine Hose reinguckst und da ist was, dann bist du ein Mann. Was willst du dich jetzt mit einem so hinnehmen, wenn ich ein männlicher ist? Ich rede gerade, das hier ist nicht religiös. Das ist... Man kann dir alles gar nicht dir mit etwas recht geben? Was denn? Ich möchte dir mit einer Sache auf jeden Fall recht geben. Wenn man heute ein Repräsentant einer Ideologie ist oder eines Glaubens, dann kann man die anderen Menschen nur mit bestem Benehmen davon überzeugen, dass das, was er tut, richtig ist und nicht durch Hass... Aber nicht, wenn einer sagt, ich bist dir auf den Kopf, Mann. Was soll das? Ganz kurz, Anwar, 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 komm mal zu. Komm mal, ganz ehrlich. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Was ich meine... 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 Nein, aber warum hast du so sehr Angst vor dem, was ich sage? Ey, ich habe keine Angst vor dir. Stopp, dann lass mich doch bitte ausreden. Guck mal, ich sag dir doch, lass mich doch bitte ausreden. Entschuldigst für das, was du davor gemacht hast. Ja, das sind mal leise. Was für kleiner Junge, ey. Guck mal, lass mich doch ausreden. Jetzt halt mal die Schnauze im Chat. Ja, dann lass mich doch ausreden. Ich verstehe nicht. Guck mal, hab doch keine Angst, ich tue dir doch nicht weh. Das sind doch... Du bist ein halber Meter, Alter. Was für Angst vor dir? Ein halber Meter? Nein, ich bin ein Meter und 80. Was für ein halber Meter? Abdul, ich glaube... Ich glaube, sie meint, sie sagt... Abdul ist eigentlich ein Vernünftiger. Also ich... Guck mal ganz kurz, weil du gesagt hast, halt dein Maul. Also... Nein, nein, ich habe gesagt, halt deinen Mund, nicht Maul. Ja, okay. Halt deinen Mund. Leute, der Abdu wollte gerade sagen, ja, dass er nachvollziehen kann, wenn man sich so benimmt, dass eine Religion verunglimpft wird. Das ist das, was ich die ganze Zeit sage. Abdul, sag mal, bin ich Anti-Islam? Sag mal, bin ich Anti-Islam? Nein, Bruder, ich möchte... Guck mal, Haupt lässt mich nicht ausreden. Darf ich bitte einmal kurz ausreden? Erstens, Antti, du hast recht. Heute als Repräsentant einer Religion oder einer Konfession oder einer Ideologie ziemt es sich und man sollte sich dementsprechend verhalten von bester Art und Weise, damit man die Menschen davon überzeugen kann. Aber durch Hasspredigten und ein missglücktes Verhalten kann man niemanden davon überzeugen. Und Hope, es war mein Recht, dir zu sagen, halt deinen Mund, weil du mich angeschrien hast. Du hast keine Rechte. Du hast keine Rechte. Wieso habe ich keine Rechte? Ich bin nicht bei dir, okay? Das spielt doch keine Rolle. Das ist doch nicht dein Zuhause. Nein, du kannst mir doch auch nicht sagen, was ich... Nein, du kannst mir das doch auch nicht sagen. Wenn ich rede, dann bist du leise und ich muss dich durch die ganze Zeit dummen. Ah, siehst du, wie du umgehst? Hope, es geht doch hier doch nicht um dich. Es geht doch hier nicht um dich. Schon wieder lässt du mich hier gar nicht ausreden. Hope, kannst du mir Modi geben? Du redest die ganze Zeit. Das ist doch unglaublich. Warum bist du so fanat in mich? Weil du mit mir redest, Antti. Aber Hope, ich habe doch gar nicht mit dir geredet. Ich rede doch gerade mit Antti. Schon wieder unterbrichst du mich. Ist das freundlich? Du hast gerade mit mir geredet. Du hast über mich geredet. Ist das Erziehung? Also nochmal, Antti, du hast recht. Ich zeige dir gleich Erziehung. Ich zeige dir ganz genau, was deine Mutter meint. Oh, Masha Allah, Masha. Wow, 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 wow. Hope, 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 hope. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was du für ein Problem hast. Ich wünsche dir, scha Allah, alles Gute. Noch eins. Man sollte sich dementsprechend verhalten. Man sollte dementsprechend sich benehmen. Oh, bist du nicht verheiratet? Guck mal, jetzt scheiß der rein. Hast du alles? Was ist dein Problem? verheiratet. Lass ihn doch mal ausreden. Noch eins. Noch eins. Wie gesagt, diese Aussage, was zum Beispiel gerade auch Anwar gesagt hat, die Gelehrten sind sich wegen dieser Aussage sind sich uneinig, weil es kommt auf diese Interpretation an, was man jetzt mit Kufr oder Kafr meint in diesbezüglich. Wir wissen, dass der Begriff Kafr viele Bedeutungen hat. Und unter anderem gibt es eine Sura, wo ein Kafr als ein Bauer beschrieben wird, wo damit gemeint ist, dass er ein Bauer ist, ein Gräber. Und deswegen ist es immer wichtig, dass wir nicht schnell verurteilen, sowohl nicht für die Bibel, weil wir wissen auch, in der Bibel gibt es metaphorische und eindeutige Verse und auch, das ist die semitische Sprache so aufgebaut. Und dementsprechend gibt es auch die Aussagen der Gelehrten, der jungen Christis, das und jenes. Und wenn ich jetzt etwas Fehlerhaftes finden möchte oder eine Sache so interpretieren möchte, wie ich es will, um eine Religion zu attackieren, dann werde ich es schaffen. Aber dann nehme ich diese Sache komplett aus dem Kontext und man merkt, was dann die wahre Intention dahinter ist. Leute, ich sage noch eine Sache. Ich habe hier gegen keinen von euch etwas. Wir können uns gerne unterhalten, auf vernünftige Art und Weise. Wir können vernünftig debattieren. Wir können uns vernünftig unterhalten, auf Sachverhalt und alles ist okay. Keiner sollte sich von mir bedroht fühlen oder angegriffen führen. Wenn ihr wirklich Aufklärung... Keiner hat von dir... Keiner hat vor dir Angst. Okay, ernsthaft. Haupt, Haupt. Keiner hat vor dir Angst. Wieso unterbrichst du mich denn, Haupt, Haupt? Ja, Walter, du machst dir ein... Wie lange willst du noch reden? Nein, wieso? Kann ich nicht meinen Gedanken... Willst du hier einen Monolog führen? Warte mal, willst du einen Monolog? Soll ich alle rausschmeißen und dann redest du hier? Nein, Haupt, Haupt. Stell dich doch wieder nicht im Mittelpunkt, nur weil du nicht fähig bist zu argumentieren oder kein Wissen hast. Das ist mein Problem, das ist... Aber Haupt, ich glaube... Guck mal bitte oben links, siehst du meinen Namen? Ja, aber Haupt, du hast gar keine Ahnung. Du hast von der Religion, du hast von nichts Ahnung. Warum redest du? Lass doch ich mir reden. Lass doch Moritz reden. Ja, genau, du hast ja so viel Ahnung und willst uns jetzt was erraten erzählen? Ja, lass mich doch mit den Leuten hier reden, die etwas wissen haben. Du hast doch gar keinen Plan. Du bist gerade ein Monolog. Guck mal, wie du dich gerade verhältst. Du bist ein Monolog. Haupt, du hast keine Ahnung. Bitte rede nicht mit mir. Bitte, wenn du mit mir redest... Äh, Haupt... Hör mir mal zu, Haupt, du sagst mir nicht, was ich zu machen habe, verstehst du das nicht? Ich wollte gerade fragen, ob ich ihn runterschmeißen soll. Natürlich schmeiß ich ihn runter. Was hat er sich gedacht? Kommt er in mein Live und will mir sagen, was ich zu machen habe? Sag mal, geht's dir noch gut? Darf ich dir ganz kurz was sagen, Schwester? Er kommt nicht nur in deinen... Also guck mal, er sagt dir vorhin... Seid ihr jetzt Schwester, Geschwister oder was? Ja, wir sind Geschwister. Ja, guck mal an, wenn du die Geschichte der Aramäer und der Juden nicht kennst, dass das Brüder und Schwestern sind, also dann tut es mir wirklich leid. Dann frag mal bitte nochmal deinen Bruder. Er erklärt dir das gerne. Also nochmal, ganz kurz. Also, sie ist hier der Host. Sie ist hier der Host, okay? Ja, wie mir das... Entschuldigung, wenn jemand hier respektlos hochkommt zu ihr und mit ihr als Host respektlos redet, stell dir mal vor, du lädst mich zu dir ein, also du stellst eine Anfrage, ich sage ja, Yallah, komm zu mir zu Besuch, kein Problem. Jetzt kommst du hier rein und redest mit mir wie Dreck. Und dann soll ich mit dir reden? In meinem eigenen Haus, in meiner eigenen Wohnung? Also sorry, Abdul, wirklich. Lern erstmal Umgangsformen wirklich und wie man sich als Gast benimmt. gegenüber jemandem, der einen einlädt und reinlässt in seine Wohnung. Und dann kommst du bitte nochmal und sprichst wahrhaftiger. Und ganz kurz bitte. Mit Schlagring auf Anwar. Ja, versuch's doch mal hier. Seine Darstellung. Ganz kurz hier an den Chat, an die Modis. Wirklich, also wenn hier einer Anwar beleidigt, dann bitte genauso stumm. Weil das auch nicht okay. Alle, die beleidigen, egal, wer... Er hat gesagt, er will sich in die Fresse schlagen. Die haben nur geschrieben mit Schlagring, bitte. Das ist ja keine Beleidigung. Okay, das ist keine Beleidigung. Warte, ich wollte nochmal ganz kurz anmerken... Der Panischer hat wieder seinen Mund aufgemacht. Ich bin, ich bin... Wenn der kommt, ich will sehen, Wallah. Ich will sehen. Ich bin genauso schlau wie vorher, äh, sorry. Ich verspann das. Ich bin genauso schlau wie vorher. Leute, ich sag euch eine Sache. Ich lass mir von jemandem unterstellen, dass ich gegen den Islam schieße. Ich schieße gegen alle Religionen. Wenn überhaupt... Dann schieß mal erst gegen das Christentum, komm. Ich will sehen. Nein, 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 der soll mal gegen den Juden... Nein, Anti, alles schieß mal gegen Judentum. Kein Problem, ich hör's mir an. Gar kein Problem. Was, nicht Jüdin oder so, bis jetzt Christin? Ja, nein, 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 ich bin Jüdin und ich hab kein Problem. Das trickert mich nicht, wenn er da... Aber du hast gerade einen Christen, dein Bruder genannt. Wenn dich die Juden hören, dann exekutieren die dich dort... Wie bitte? Wie bitte? Ja klar, Jüdin, wir müssen keine Kurzfassdruck. So wie in deiner krankhaften islamischen Welt, ja? Also Gott sei Dank sind nicht alle Muslime so wie... Ach du Scheiße. Der soll mal ganz schön groß sein, ich... So Leute, ich sag euch ganz klar, wenn es ein Problem gibt in der Öffentlichkeit mit Religionsdebaten... Ja, mit deinen komischen Leuten... Ähm, kauf mal noch ein bisschen Internet, bitte. Also, wenn es in der Öffentlichkeit immer wieder... Dein richtigen... Problem ist, ich werde gerade von meinen Leuten gewarnt, hier runter zu gehen, sonst werde ich fleischlich hier gleich noch. Nein, nein, bitte, nein, nein, du darfst mich nicht verlassen, nein. Da kommst du schon hoch, ja? Dann findest du deine Eier, hochzukommen. Ja, ich hab welche, willst du kontrollieren? Jetzt musst du gehen, weil deine Freunde, die das sagen... Nein, nicht meine Freunde, weil das Problem ist, Jani... Du hast gerade gesagt, deine Freunde sagen das. Warte mal, machst du das, was deine Freunde sagen, oder machst du das, was du willst? Ich werde sonst gehatet. Du wirst doch gehatet! Wir haben doch gerade gesagt, jeder, der dich beleidigt, unten in den Kommentaren soll gesperrt... Nein, danke, das war respektvoll. Ich weiß nicht, warum du gerade respektvoll zu mir bist. Nein, aber Leute, seine Freunde haben das gesagt, und bevor seine Freunde irgendwie in Stress schieben, muss er leider gehen. Gar kein Problem. Ich will ja nicht, dass du Probleme mit deinen Freunden bekommst. Nein, die haben Angst um meinen Account, ja? Die warnen mich, weil ich wurde schon zu oft gesperrt. Und wenn ich jetzt... Du hast bei mir keine Verwarnung bekommen. So, nochmal bitte. Also, ich sage, wenn ich was mitbekomme in der Öffentlichkeit, wo Religionen miteinander in einem Konflikt stehen, habe ich noch nie Evangelien und Katholiken gesehen. Ich habe auch noch keine Streams gesehen, wo Juden gegen den Christentum schießen oder das Christentum gegen das Jugendtum schießt. Es ist grundsätzlich so, dass wenn man das Thema Religion, und ich habe das gestern Abend am einem Leib gespürt, nur anspricht... Guck mal, ich habe nicht mal einen provokanten... Da musst du ehrlich sein jetzt. Anwar, hör zu. Da haben Christen gegen sich geschossen. Ja, so. Ja, der kann ja auch nicht alle Streams sehen, okay? Er sagt das, was er gesehen hat. Es wäre auch was anderes, wenn ich sage, ich bin Ungläubiger, aber ich hasse den Islam. Ich hasse gar keinen, ich hasse gar nichts. Mir tun, wenn ich sowas sehe, die Menschen eigentlich nur leid, weil ich von vornherein immer sage, dass seit 3000 Jahren es Religionskriege gibt und Konflikte zwischen innerhalb einer Religion, ob es bei den Christen ist, ob es auf dem afrikanischen Kontinent sind, wo Christen regelrecht ausgeblutet werden. Ich sage einfach nur, wenn wir nur einfach sagen würden, wie machen wir Religion zwischen man selbst und Gott und lässt den ganzen Konflikt draußen sein, dann haben wir eine viel einfachere Welt zu verstehen. Aber ich habe das Gefühl, dass gerade im Islam, und das hat nichts gegen den Islam zu tun, dass gerade im Islam immer das Bedürfnis herrscht, seine Religion mit Händen und Füßen und Taten zu verteidigen und Leute davon zu überzeugen, dass das die einzig wahre Religion ist. Es reicht doch, Amber, wenn du mir sagst, deine Religion ist die wahre Religion. Guck mal, das juckt mich nicht mal. Wenn du das einem Christen sagst und der würde darauf antworten, nein, meine Religion ist die wahre Religion, dann möchte ich gerne sehen, wie das endet. Weil du wirst ihn nicht überzeugen, er wird dich nicht überzeugen. Und was wollt ihr am Ende machen? Euch auf die Fresse hauen. Anti, alles, nein, wegen sowas nicht. Aber wenn jemand sagt, ich mache das und das mit dir, dann machst du eine Tür auf. Niemand macht das und das mit dir. Fakt ist... Ja, manche schon behaupten, die könnten das, aber dann werden sie sich nie mit dir treffen, niemals. Ja, ist doch scheißegal, man muss es doch behaupten. Amber, ich will dir nur was sagen. Amber, ganz kurz, gib mir ein Beispiel. Hast du mal unsere Streams gesehen? Hast du gesehen, wie viele Leute da konvertieren bei uns? Hast du das mal gesehen? Ich habe das noch nie bei Christen gesehen. Was ist das eigentlich für eine lächerliche Methodik, über eine Haram-Plattform wie TikTok eine Konvertierung durchzuziehen? Ja, es ist eine Haram-Plattform, das gebe ich zu. Aber nicht jeder, der hier ist, ist Haram. Oder seid ihr Haram? Amber, hör mal zu. Findest du für deine... Du unterstützt China damit und die unterdrücken Uiguren in den Lagern. Also ist das schon auf einer gewissen Seite auch Haram oder nicht? Uiguren sind aber muslimisch. Ja, genau. Und wenn du TikTok benutzt, unterstützt du China indirekt damit. Amber, nochmal ganz kurz. Ja, aber dann unterstützt du auch China. Amber. Ja, aber ich bin ja auch kein Muslime. Außerdem finde ich es trotzdem nicht gut, ja. Ja, das ist menschlich. Das hat nichts mit Muslime zu tun. Aber kann ich jetzt meinen Satz kurz zu Ende bringen? Pass auf. Wir leben in einer Welt, wo Leute sich so krass radikalisieren, dass eine geschmacklose, guck mal, was ich sage, geschmacklose Mohammed-Karikatur dafür sorgt, dass Leute geköpft und getötet werden. Findest du, es ist zeitgemäß, sich so heftig da reinzusteigern, dass man Leute, die einen Joke über eine Religion machen, auch wenn ich selber sage, das ist geschmacklos, weil die Konsequenz daraus ist immer, dass Leute sich auf dem Schliff... Du kannst doch sehen, wie krank die sind. Ich muss, ich muss, ich muss niemanden provozieren, es sei denn, ich persönlich habe ein Problem mit ihm. Wenn ich dich jetzt provozieren wollen würde, ja, dann würde ich anfangen, persönlich zu werden. Ich würde mich beispielsweise geschmacklos über dein Aussehen äußern, was auch ebenfalls genauso geschmacklos ist. Ich sehe das nicht aus der religiösen Aspekte. Das würde mich nicht jucken, aber würdest du vor mir den Koran zerreißen... Ja, was dann? Dann geh lieber laufen, Mann. So, siehst du, hat er dir deine... Warte mal, was passiert, wenn der Koran zerrissen wird? Erzähl mir mal, was passiert dann? Erhob, lass mal den Abschluss gleich hoch. Komm, 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 nee, ich glaube, dasselbe wie in Frankreich passiert ist mit Charlie Hebdo. Nein, nein, der andere soll antworten, was passiert dann? Der kriegt Schläge von mir, ganz anders. Der kriegt Schläge, okay. Was passiert mit dir, wenn du das siehst? Du siehst jetzt, dass jemand den Koran zerreißt. Was passiert mit dir? Was soll mit mir passieren? Ich gehe hin und gebe dir zwei Ohrfeigen erst mal. Nein, was passiert mit dir? Ist dann irgendwie Allah nicht mehr da, wenn dieser Buch zerreißt wird? Nein, aber das ist ein Angriff. Das machen wir doch auch nicht mit der Bibel. Ist dann Mohammed auch nicht mehr da? Ist dann Islam nicht mehr da, wenn dieser Buch zerreißt wird? Darum geht es doch nicht. Nein, ich will dich fragen, warum willst du dann jemanden schlagen? Das ist, wer vor mir meinen Propheten beleidigt, kriegt Schläge. Aber guck mal, wenn jemand einen Buch jetzt vor mir zerreißt, der von meiner Religion, da passiert bei mir gar nichts. Ich werde den nicht schlagen. Ich werde den nicht verfolgen. Ich werde gar nichts mit ihm machen. Hob, ich weiß nicht, wie religiös du bist. Keine Ahnung. Aber das hat gerade nichts damit zu tun. Anwar, eine andere Frage. Es ist ein Buch. Wer vor mir den Koran zerreißt, der kriegt Schläge. So, ganz einfach. Da könnt ihr was hier folgen. Anwar. Und ich hoffe, der ist stärker, aber das ist Gott sei Dank noch nie passiert. Alhamdulillah. Anwar, hör zu. Dann machst du das, ja? Dann haust du denen ein paar Backpfeifen rein. Ja, zwei Ohrfeigen gebe ich denen auf jeden Fall. So, zwei Ohrfeigen. So, pass auf. Du bist in der Innenstadt. Hast du meine Hand mal gesehen? Also, wenn der bei der eine noch stehen bleibt, dann kriegt er die zweite. Anwar, du bist in der Innenstadt von Mönchengladbach, ja? Und irgendeiner macht das. Sag doch nicht, woher ich komme, Mann. Ich habe Angst um mein Leben. Beispiel, du hast das jetzt gerade verraten, aber macht nichts. Du bist in der Innenstadt von... Jeden, der mir auf die Fresse hauen, will ich kaum aus Mönchengladbach. Versucht das mal. Ey, Leute. Ich fange jetzt das achte Mal an, okay? Okay. Du machst das in der Innenstadt von Mönchengladbach und du gibst den zwei Backpfeifen und alle haben das gesehen. So, was meinst du, was diese Leute, die das gesehen haben, von deiner Religion denken? Siehst du? Und das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Du hast die ganze Religion in dem Augenblick bei den Leuten, die eh keine Ahnung haben von deiner Religion, noch weiter beschissen, in ein ganz beschissensgericht, nicht gerückt. Die Menschen, die das in Frankreich gemacht haben, mit dem Lehrer und mit Charlie Hebdo, und ich sage, das war geschmacklos, ich sage, das war geschmacklos, ja? Was die gemacht haben. Aber einen hinzugehen und zu töten, hat eine ganze Religion zerstört. Die ganzen Kriege, ja? Guck mal, warum fragt man sich denn immer? Ja, warum redet denn keiner über die Amerikaner mit den False Flag-Angriffen auf Muslime? Ihr wart euch da nicht mal einig. Da war nicht mal eine Einigkeit zu sehen. Anti alles. Palästina steht alleine da. Palästina steht alleine da. So. Ihr habt es nicht mal untereinander, weil ihr untereinander nicht einig seid. Habt ihr euch untereinander nicht mal supportet? Ihr werdet euch auch weiterhin nicht supporten, weil es immer wieder Leute gibt, die irgendeinem anderen die Religion abstreiten, absprechen, beziehungsweise unterstellen, dass ihr sie nicht richtig lebt. Statt ihr alle euer eigenes Ding macht, um vor Gott, wenn es einen gibt, in euren Augen gibt es ihn, der bestmögliche Moslem zu sein, sagt ihr, zeigt ihr lieber, seid ihr mehr damit beschäftigt, anderen Leuten zu zeigen, was richtig und was falsch ist. Und diese Taten, und ich sage nicht, dass du das gemacht hast, ja? Ich sage nur, dass wenn du das in einer westlichen Welt machst, hast du noch mehr Schuld auf deinen Schultern, als der Typ, der das Buch zerrissen hat. In den Augen der Ungläubigen, in den Augen der Christen ist es nur ein Buch. Für dich ist es ein heiliges Buch. Und das ist der feine Unterschied. Wenn du das dann machst, hast du deine ganze Religionsgemeinschaft und deine ganze Arbeit, die du vielleicht da reinlegst, ja, zerstört. Nichts auf diesem Planeten kann so wertvoll für einen sein, dass derjenige einen anderen Menschen das Leben nimmt. Bruder, darf ich dir was sagen? Ich muss dir ins Wort fallen, aber ich glaube, guck mal, das interessiert die allerwenigsten, die so denken wie Anwar. Weil Anwar sagt ja selber, wenn ich es mache, dann mache ich es, weil es ein Angriff auf den Islam ist. Und ich denke nicht, dass du ihn jetzt davon überzeugen wirst. Und das meine ich dir sogar ernst, Bruder. Ich will ihn gar nicht überzeugen. Ich will nur, dass er nicht diese Gedanken, ich mag das nicht, wenn einer mich um mir unterstellt, ich bin Islamhasser. Guck mal, ganz kurz, Anti-Alles, dann lass mich auch mal kurz was darauf reden. Also, du nimmst jetzt den heiligen Koran, der für die Muslime heilig ist. Wo Worte Gottes drinstehen. Du hast also die Eier, den Koran zu nehmen und den draußen zu zerreißen. Also, mit hoffentlich gesagt. Hast du auch die Eier, dich gegen einen Muslim anzulegen, oder? Oder nicht? Oder macht er das einfach so aus Gelüste? Anwar. Guck mal. Anwar, du verstehst es nicht. Ja, du verstehst es nicht. Ja, irgendwie, ich verstehe, aber ich würde nicht die Eier, dass irgendwelche Leute da mit Waffen reinstehen und die abschlafen. Aber bei den anderen gibt es so eine Auslösung wie bei dir nicht, ja? Ich würde... Genauso bei den anderen nicht, wenn da so... Das ist noch immer nur ein Buch. Allah ist noch immer da. Ja, natürlich, Allah ist immer noch da. Aber der greift gerade... Der will gerade die Muslime... Oh, guck mal. Der hat doch gerade die Eier rauszugehen. Ich meine, wenn der jetzt nicht... Nicht ich. Du meinst eine Person. Ich würde das niemals machen. Ich meine nicht dich. Okay, Anwar, was passiert, wenn es jemand hier im Internet macht? Der lädt einen... Ja, dann bleibt das im Internet. Der ist ein Lutzer. Ah, dann passiert gar nichts mit dir. Aber ich würde gar nichts. Wenn der draußen ist, dann kriegt der Probleme. Du hast doch auch Licht auf der Straße. Anwar, darf ich dich etwas fragen? Guck mal, Anwar. Schau mal, rein von der Logik gesehen. Was bringt es dir, diesen Typen zu schlagen, wenn du einfach... Guck mal. Wenn man logisch betrachtet, mach doch eine Gründe, doch eine Lobby, okay? Und lass doch einfach diesen Gesetzesunwurf durchgehen, dass der Koran eben nicht verbrannt oder zerrissen wird. Ja, ist das nicht rein vom Dings her, vom Verstand her logischer, als dass du zu demjenigen, der auf die Straße geht, den Koran verbrennt oder zerreißt, ihm auf die Fresse zu schlagen, weil dadurch wird sich nichts ändern. Guck mal, der steht danach auf, nach dieser... Genau, er wird das nochmal machen. Dann steht er wieder auf und dann nimmt er den neuen Koran, den er gekauft hat oder hat und dann zerreißt er ihn wieder. Vielleicht verbrennt er ihn noch. Wenn er das ein zweites Mal macht, dann kriegt er einen Kopfkick und mit Kopfkick landet er garantiert drei Monate im Koma. Ja, aber guck mal, das ist das, was ich versucht zu erklären. Warte mal, nach den drei Monaten an, dann steht er wieder auf. Hör auf, du überzeugst ihn gerade davon, dass er ihn direkt töten muss. Hör mir mal zu, nach den drei Monaten steht er wieder auf und dann macht er noch was ganz anderes. Ich will gar nicht wissen, was er da macht. Dann geht er nicht mit euren Büchern, dann geht er direkt zur Moschee. Und so Leute, so was passiert, ja, weil es einfach Leute gibt, die denken, die müssen wie auf die Seite gehen. Kann ich den Kontext, kann ich den Kontext machen? Guck mal, Anbar. Bei uns in der Moschee sind die schon mit Schwert reingegangen, mit Waffe reingegangen, aber die haben sich die falsche Moschee ausgesucht. Ja, dann sucht er sich die richtige Moschee. Anbar, guck mal. Wenn er sich die richtige, also, wenn er bei Leuten hingehen, die nichts drauf haben, dann hat er Glück, ja. Anbar, bei Leuten kommen, die nichts drauf haben. Wenn die Moschee zu ist, wenn es dunkel ist, ich strahle von den Namen, so auf wie ich ihn sage. Ja, und dann kann er andere Sachen mit der Moschee machen. Ich will dir einfach erklären, dass das nicht die Lösung ist. Gewalt ist einfach nicht die Lösung. Anbar, Anbar, hör mir bitte kurz zu. Warte mal kurz, guck mal. Das Problem, was du hast oder was du haben wirst, ist, dass in diesem Land die Religion nicht die Gesetze macht, sondern die Demokratie. Ich rieere gegen die Religion, aber wenn du einfach den Koran nimmst, ey, ich würde doch nicht mal die Bibel nehmen und sowas machen. Ich sage nicht, dass du, boah, lass mich mal ausreden. Ja, du würdest nicht die Bibel nehmen, du würdest direkt den Menschen nehmen, ja? Du würdest direkt den Menschen nehmen, nicht die Bibel. Guck mal, du wünschst es doch für dich, es wäre doch schön, ich unterstelle dir das jetzt, ich weiß das nicht, was du mir antwortest, ne? Ich geh mal davon aus. Es wäre doch schön, wenn wir in deiner Scharia leben würden, oder? Du bist nicht normal, Alter. Ey, kann ich mal zu Ende reden, ich scheiß auf die Bogen gerade. Guck mal, du würdest doch wünschen, dass du in deiner Scharia lebst, ne? Du hast ja einen Einfurt, ja. So, pass auf, wird in Deutschland niemals passieren und es macht keinen Sinn, ein fünsches Land in eine Scharia umzuwandeln. Es wird in ganz Europa passieren, was wir in Deutschland machen. Nein, nein, in ganze Welt. Aber lass mich mal bitte kurz... Ja, wird es. Es wird, guck mal, Anwar, wenn du das möchtest, dann hast du definitiv ein Problem in Europa, weil das wird nicht mal funktionieren. Es schafft es, die schaffen es nicht mal in muslimischen Ländern, eine Scharia zu machen und du willst es in Europa machen. So, alleine mit dieser Aussage, ja, und ich wünsche dir wirklich alles Gute, bleib gesund, deine Familie soll alle gesund bleiben, mach dein Ding. Ich sage dir nur von meiner Seite aus, hast du mit diesem Satz für mich gerade einen Cut gemacht. Es macht wirklich keinen Sinn, mit dir zu reden. Ich gehe nicht und streite mit dir auseinander, mach dein Ding weiter. Warum, warum? Ich sage dir nur... Du hast mich doch nach meiner Meinung gefragt. Soll ich dich anlegen? Genau, richtig. Ich habe mich nach deiner Meinung gefragt, ich habe die Antwort bekommen, aber das war für mich jetzt der Cut, wo ich sage, es ist hoffnungslos, mit dir darüber zu sprechen, weil ein Moslem, der sagt, dass in Europa die ganze Scharia kommen wird, der ist absolut nicht mehr Diskussion, keiner mehr Diskussion mehr hat. Anwar, darf ich dich etwas fragen? Guck mal, rein, ich habe dir ja eben gesagt, rein vom Menschenverstand her, wäre es doch logischer, diese Gesetzeslage durchzubringen, den Koran nicht, dass da auf eine, dass eine Strafe darauf kommt, wenn jemand den Koran zerreißt. Ist das nicht logischer? Dann musst du doch nicht jedes Mal mit irgendwelchen Menschenkämpfen auf der Straße, ihnen Backpfeifen verteilen müssen. Jeder hat seine eigenen Eier. Ich bin einfach so, Mann. Ich bin mir sicher, du hast deine eigenen Eier, du stehst deinen eigenen Mann, ist alles cool, okay? Ist ja alles cool. Aber warum willst du, schau mal, das habe ich nicht gesagt. Das habe ich nicht gesagt, aber ich spreche rein vom Menschenverstand. Warum willst du dich jedes Mal mit irgendjemandem... Weil jedes Mal verbrennt einer jedes Mal draußen den Koran. Wenn ich das sehe, dann gibt es Backpfeifen. Ja, aber deswegen frage ich dich, ist es nicht logischer, einfach ein Gesetz, schau mal, dass die Muslime sich zusammentun und ein Gesetz rausbringen oder eine Gesetzeslage... Was für ein Gesetz, Mann? So etwas wird nicht kommen. Nein, Devrim, er braucht doch kein Gesetz. Er sagt doch, dass die Scharia kommt. Es hat doch keiner versucht. Der Scharia wird dann schon die gerechte Strafe ihm geschehen. du brauchst doch kein Gesetz, wenn er sagt, dass die Scharia kommt. Dann kann man direkt mit der Person was anderes machen. Direkt, zack, Kopf, ab, fertig. Also ich sage dir ganz ehrlich, schau mal, also ich muss Antti bei diesem Punkt recht geben. Es gibt kein islamisches Land, was die Scharia zu 100% wirklich durchsetzt. Natürlich für manche Muslime... Es gibt Muslime, die drehen sich um und machen gar nichts. Aber ich bin einer, der bei sowas nicht wegguckt. Das ist dann deine Sache. Du könntest ihn ja auch darauf ansprechen, dass wir ja auch nicht weggucken. Ich habe echt Angst zu fragen, ob du die Taten einer IS auch noch als religiös bezeichnest. Wie kommst du jetzt auf so eine Scheiße? Ich frage, ja guck mal, sind laut Islam keine Muslime? Nein, willst du die Scharia mit Worten durch Europa setzen? Willst du die Leute mit Worten überzeugen, dass sie den Islam annehmen und die Scharia gesetzen? Ja, natürlich. Erst mal in den Herzen rein. So, erst mal in den Herzen? Erst mal. Und wenn das nicht funktioniert, wenn das nicht funktioniert, ich bin kein Khalif oder so. Aber es gibt Gelehrte. Du weißt ganz genau, was passieren würde, wenn das nicht funktioniert. genau, es gibt in Deutschland wirklich Gelehrte, die sagen, ich weiß gar nichts. Es gibt in Deutschland Gelehrte, die sagen, dass die Taliban zum Beispiel muslimisch ist. Ja, es gibt auch Gelehrte. Anwar, wer ist die Hamas? Was weiß ich, wer die Hamas ist? Sind die keine Muslime? In der Tata von der Hamas steht doch ein Vers von euch, ein Hadith. Was steht denn da in dem Hadith? Das mit den Juden? Und wenn hinter dem Stein ein Jude ist, dann macht das und das. Genau, die sagen, warte mal, die sagen, in der Bibel steht sowas ähnliches, Mann. Nein, wir reden nicht über die Bibel gerade. Die zitieren in der Tata von der Hamas diesen Hadith. Haupt, guck mal, weißt du, ich habe hier drei Freunde, die waren Juden, die sind Muslime geworden. Sie haben das doch auch schon oft gelesen, warum sind die immer noch Moslem? Aber ich frage mich gerade, nein, ich rede jetzt gerade darüber, dass du sagst, dass die Hamas auch keine Muslime sind. Aber die basieren sich doch auf dieser Hadithe. Die machen doch ganz genau, was in euren Schriften steht. Aber er hat doch gar nicht gesagt, dass die Hamas keine Muslime sind. Guck mal, was hat Dings gesagt, wenn ich mich nicht irre, der hat das zu Scholz gesagt, lass uns 1. Samuel 15.3 durchführen. Ja, nee, was sagst du denn dazu, Rob? Warte mal, warum springst du denn dazu? Ich springe nicht dazu. Du bist dazu gesprungen. Weil er ablenken will. Du bist auch da drauf gesprungen. Warte doch mal, ich rede mit ihm. Ich springe jetzt nicht von der Hamas zu irgendwo anders. Nathanjau hat gesagt, lass uns 1. Samuel, lies mir das mal vor. Nathanjau ist nicht mein Gott. Ja. Der benutzt aber Worte dann nicht Gottes. Hamas ist ja auch nicht dein Gott. Also, jetzt will ich verstehen, sind diese Terroristen, diese Hamas, sind das Muslim oder nicht? Terroristen sind in allerlei in erster Linie keine Muslime. Warum? Die machen doch ganz genau, was der Islam sagt. Die machen doch 1 zu 1. Die machen das, was der Islam sagt. Du weißt genau, dass der Mossad die gegründet hat. Was hat es gerade? Nein. Doch, Amerika sagt auch, wir haben Hamas gegründet. Nein, das stimmt nicht. Nein, das ist so. Die sagen, wir haben Hamas gegründet. Seid mal alle leise. Er versucht hier zu flüchten. Ich will nicht, es ist scheißegal. Ich flüchte nicht mal. Aber du bringst mich jetzt in ein anderes Thema. Was hat das jetzt damit zu tun? Nein, du hast gerade gesagt, ISIS sind keine Muslimen. Die sind keine Muslimen. wer hat denn ISIS zerstört? Das waren Moslemmen. Die haben gegen die gekämpft. Aber es ist doch gerade scheißegal. Das sind Leute, die sagen, das sind die wahren Moslems. Die basieren sich auf eine Hadithe oder mehrere und die machen das, was der Islam sagt. Warum sind die keine Muslime? Warum sind die nicht? Es gibt Leute, die zum Beispiel nur etwas aus dem Kontext holen. Aber ich rede nicht von anderen Leuten. Ich rede jetzt von der Hamas. Kannst du mir erklären, warum die keine Muslime sind? Ich will eine Erklärung. Naja Leute, ich bin mal raus. Ich mache mal Platz für jemand anderen. Ich habe einen Anruf bekommen. Ich höre mich doppelt jetzt. Ich habe einen Anruf. Ich höre mich doppelt. Leute, das ist das Problem. Die Leute treten irgendwelchen Religionsgemeinschaften bei, die meiner Meinung nach eine Lehre verbreiten, eine Lehre verbreiten, um die Leute mit dem Ziel zu religiifizieren. Also Leute, ihr konntet jetzt gerade sehen, er kann das nicht beantworten. Leute, den Anuar muss hier halt immer Quellen zeigen, weil das ist ein Heuschler, ein Lügner und der hat gerade keine Ahnung von seiner Religion. Ihr musst ihm immer eine Quelle zeigen, wo er sein kann. Nein, er hat keine Ahnung. Hätte er eine Ahnung. Hör mal zu, wer redet denn gerade? Ich rede. Ja, Klobus, ja, Klobus, bist du das? Hör mal zu, erst mal grüße, du kloböste, du. Und ich grüße Anuar nicht. Ich grüße dich. Du grüße dich nicht. Erstens. Hör mal zu, ich grüße jetzt. Du warst sowieso ein ganz dreckiger. Hör mal zu, du bist der größte Kloböste, du bist der größte Kloböste, guck mal, der sieht an die Kloböste aus. Ruhe, scherz. Sag nicht Ruhe, du bist der größte Kloböste, du bist der größte Kloböste. Du bist der größte Kloböste. du bist der größte Kloböste. Ich lese dir was vor. Ich lese dir mal was vor. Du dreckiger Ibn al-Haram, du kommst hier ran und sagst, du bist ein Lütener, das heißt, du hast ein Problem mit mir, oder? Ich habe ein Problem, weil du eine Heuschka bist, weil du kommst immer hoch in jeden Stream, bis du, hör mal, du kommst in jeden Stream hoch, du zeigst keine Quelle, du spielst immer die Arme, du spielst immer den armseligen Menschen, aber du bist unter meine Schuhe. Hör mal, du, warum kommst du zu christlichen Kanäle, warum kommst du zu uns im Frieden, wenn du ein Problem hast mit mir, dann Wallahi, zeig doch deine Männlichkeit oder ein Stück Scheiße von euch, ich zeig dir mal nicht nur auf deinen Kopf, wo deine Leine herkommt. Guck mal, ich zeig eine Frage, hallo, Alter Frey, Jakobus, bitte ganz kurz eine Frage, eine Frage jetzt, guck mal, immer wenn die Muslime da sind, ja, gerade die, die zu deiner ganzen Sekte gehören, aber ich rede nicht von allen Muslimen, ich rede von deiner Sektenmuslime, warum möchtet ihr immer die Männlichkeit anderer Leute sehen, habt ihr etwa keine Schwanz in der Hose oder woran liegt das, ja, möchtet ihr immer die Männlichkeit von anderen sehen, ja, gehst du, gehst du auf der Straße auch immer zu den Leuten, reißt die Hose runter und sagst, zeig mal deine Männlichkeit, du hast, ihr macht immer so, SIP-Kontrolle, wenn die Leute in den Gemeinde eintreten wollen, ich lese was vor, guck mal, wo deine Leere herkommt, wo dein, wo dein Gedanke herkommt, ich will dir was sagen, du bist selber ein Scheißer, mein Herr, wenn er beleidigt muss, abgekippt werden, dieser, wenn er weniger, weniger, wenn er eine Maus hat, warum, du bist in der Sprache, 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 wir sind hier nicht im Kindergarten, das halt nicht Kindergarten zu tun, der ist nur noch gegangen und hat gesagt, ich bin an der Sprache, Hör mal, benimm dich jetzt, sei mal ruhig, wer hat gerade gesprochen, wie so ein Handel, Alter, wie kann das sein, hör zu, der kommt hier hoch und schreibt, dieser Dreck, Eben Tamir, und die, hör mal zu, im Beginn des 14. Jahrhunderts bat der mächtige Sunnitenherrscher die Bühne, Eben Tamir, geboren, 1263, merkt ihr erstmal, was ich da lese, guck mal, was er gemacht hat, als die Mongolen alles eroberten, waren die noch bisschen lockerer, als der Eben Haram kam, Eben Tamir, er lernte die Mongolische, deine wahre Motive und deine Lehr, hör mal zu, langweilige Dürfst du mit mir und bist an, du drückst ein Stück Scheiße, Punktangaben sich der Eben Haram als Lehrkampf erklärte viele und viele Ungläubige, Egläubige und griff sie an, guck mal, andere, Muslime, Prinzip Muslime sind im Dschihad gegen, sehen den Glauben und den Islam und weißt du, der hat diese Lehre dann wen gegeben? Ich zeig dir mal weiter, mein Lieber, warte mal ab, ich zeig dir in der Bibel, wie David 22 Lass dir ein, lass, 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 ich zeig dir, wo deine Lehre, guck mal, Anweis, reihe ich jetzt, und du bist trotzdem da drin, auf derselbe Grund, wie Ebn Taymiyyah etablierte, führte Muhammad ibn, hör mal, die gleiche Grundlage führte dann Muhammad ibn Abid Al-Wahab 1700, das war der ägyptische Wahab, hör mal zu, du kannst dir den Namen einfach melden, da kannst du überlegen, nach ihm, hör mal zu, ich hab dir jetzt den Namen gezeigt, ich zeig dir die Jahrgang und du kannst dann selber gucken, wo dein Herrscher ist, er hat das natürlich von Ebn Taymiyyah, Lass uns mal weg, lass uns mal weg, lass uns reden, du bist hochgekommen, du hast mich direkt ein Lügner genannt erst mal, Herr Haupt bitte, bitte, lass mich das kurz mit dem klären, weil ich hab die Schnauze voll von dieser Halbaffenmännlichkeit, die da drin ist, ich war ein Lügner genannt, du siehst wie der hier aus, guck mal, du siehst wie der hier aus, er sieht es immer noch besser als du, Jakobus, Jakobus, so funktioniert das nicht, wir kommen hier nicht hier rein, um zu beleidigen, guck mal, der hat gerade einen schwarzen, ich hab den jetzt rausgeschmissen, so funktioniert das hier nicht, sorry, kann ich kurz was sagen, ich will nur ein Lass sagen, danach möchte ich weiter mein Essen kochen, ich will nur eine Sache sagen, ich möchte jetzt was sagen, kannst du gleich, Rinder, kannst du gleich, warte, ihr seid, wir denkt, ihr seid die Repräsentanten eurer Religion und wenn ihr das so macht, habt ihr reingeschissen, so. Der ist doch hochgekommen und hat mich glücker gemacht. der hat natürlich Religion, seid auch der Bessere, seid auch einfach der Bessere. Anwar, ihr habt euch beide gegeben, also sorry, ich bin, ganz kurz Anwar, nein, nein, du warst jetzt auch kein Kind von Unschuldigkeit. Wann, der ist hochgekommen und hat, hast du das nicht gehört oder was? Deswegen habe ich beide nicht rausgeschmissen, aber jetzt hat er was gezeigt, ja und so. ganz genau so, aber nochmal Anwar, guck mal, nochmal, ich sag das wirklich, also du bist hier kein Kind von Unschuldigkeit, der Jakobus hat recht. Wollai, hätte der nochmal geredet, ich hätte nochmal mit ihm geredet. Anwar, warum stellt ihr mich immer so dahin, deshalb wollte ich runtergehen. Was ich selber so dahingestellt, Bro. Anwar, wie oft hast du mich... Nein, der ist hier hochgekommen und hat mich als Lügner beleidigt, direkt. Anwar, wie oft hast du mich beleidigt oder mir gedroht? Ja, ab und zu mal, das tut mir leid bei dir, ich weiß nicht, aber guck mal, ich hab kein Problem mit dem. Ich will nicht drauf rumreiten, ich will nicht drauf rumreiten, ich hab nur ein Beispiel mit Anwar und das machst du, das machst du nicht nur mit mir, das machst du mit anderen auch. Das Problem ist... Anwar, ich will dir nur was sagen, guck mal, wenn du möchtest, dass wir normal... Bei dir, wenn ich dir was sage, hab ich ein Problem mit meinem Bruder. Anwar, guck mal, er kommt hoch, nein, guck mal, ich muss ganz ehrlich dazu sagen, eine Sache, er ist hochgekommen, Anwar hat ihn sofort, ja, Klobus genannt. Ja, weißt du warum? Weil der direkt Lügner gesagt hat, das ist ja, das ist ja, aber wenn du dein Bruder damit reinziehst, dein Bruder mag mich und rede mit dem einfach und dann wirst du deine Meinung vielleicht irgendwann mal anpassen und wir können uns vernünftig unterhalten. Okay, Leute, Leute, ich hab ihn jetzt runtergeschmissen, weil er so ein Bild gezeigt hat und es ging zu... Anishab, bist du gesperrt worden? Ich muss trotzdem, ich verliere sonst mein Account, ich will. Anwar, hörst du, Anwar, du hast mir meine... Du holst Leute hoch, die mich extra beleidigen und dann soll ich ruhig bleiben. Nein, ich hole keinen extra hoch. Der Jakobus ist immer hier mit uns, das ist nicht extra hoch. Der Jakobus ist immer hier, ist ein Bruder. Hallo, keiner meldet den. Keiner meldet den. Ach so, guck mal die Schwester, ach Anwar, guck mal, worauf der Jakobus hoch wollte ist, wegen diesem Ausspruch auch von Mohammed, Rosinenkopf. Deswegen hat er das Bild gezeigt, Hob, er wollte nicht beleidigen. Also nimm bitte wieder hoch. Ich weiß, dass das ein Glaubensbruder von dir ist oder so, aber trotzdem kam er hoch mit Beleidigung. Keiner kommt jetzt hoch. Ich will, dass der Anwar meine Frage beantwortet oder der Dinder. Einer von euch wird jetzt meine Frage hier beantworten. Und ich auch, ne? Ob die Hamas jetzt Moslems sind oder nicht? Guck mal, hier steht alle Anwar melden drauf. Ich schwöre dir, ich muss hier raus. Ja, kannst du dir dazu was sagen? Ich war sieben Tage gedingst. Keiner meldet den Anwar. Er meldet den nicht. Ich stumme jetzt alle, die das schreiben. Ist mir scheißegal. War die Frage an uns, Hob? Eigentlich an Anwar. Ich will eine Antwort. Wer sind diese Hamas? Du sagst, das sind keine Muslime. Ich will wissen, warum. Ich habe nicht gesagt, dass Hamas keine Muslime sind. Okay, dann frage ich dich jetzt noch mal. Alle Anwar melden. Alle Anwar melden. Jetzt wieder, ich schwöre dir. Ich schwöre euch diese, ey, was sind die gute Menschen. Nein, die Anwar wird nicht gemeldet. Unglaublich. Ich möchte jetzt wissen, sind die Muslime oder nicht? Hamas, Hamas, sind Muslime, ja. Ja, die sind Muslime. sind Juden, keine Juden? Du hast gerade gesagt, dass, warte mal, was ist, wer sind die? Außer die natürlich, die Anschlag oder so gemacht haben. Wer sind die Hezbollah? Sind das auch Muslime? Hezbollah ist Schiite, weißt du doch. Das sind keine Muslime? In seinen Augen nicht, nein. Hezbollah sind keine Muslime. Okay. Aber Hamas sind Muslime oder was? Hamas, also wenn die jetzt Anschlag gemacht haben, einen Anschlag, sind das nicht. Ja, aber der Hamas sind die Juden. Die haben das in Israel. Einer, der einen Anschlag macht, ist kein Muslim für mich. Ja, aber das steht doch in deren, das steht doch in deren, im Islam steht doch. Guck mal, da steht, tötet die Juden, aber das ist Kriegszeit. Das ist keine Kriegszeit. Das hat nichts mit dem Islam zu tun. dein Islam ist immer gültig, zeitlos gültig. Wurde mir gestern beigebracht, das ist nicht zeitlos. Das ist im Krieg, Mann. Das ist im Krieg, Mann. Oder habe ich falsche Informationen? Ist es zeitlos gültig? Der Koran ist zeitlos gültig, aber wenn ein Krieg stattgefunden hat, dann hat ein Krieg stattgefunden. Okay. Wenn im Moment kein Krieg ist, dann ist kein Krieg. Bricht Krieg aus, dann ist was anderes. Ja, da ist doch gerade Krieg. Da ist kein Krieg, hat Palästina eine Armee? Nein, Palästina hat keine, ihr schießt auf Unschuldigungen. Hamas ist deren Armee, ja. Was für Armee, du warst doch dort, die Hamas hat Hamas Panzer? Die brauchen doch kein, warte mal, wenn man Panzer hat, ist man dann Armee? Ja, wenn man Flugzeuge und Panzer hat, die haben aber nichts. Die haben andere Armee. Auch mit Worten ist man keine Armee. Warum darf Palästina keine Armee haben? Aber Palästina ist doch da ab, oder nicht? Die haben doch noch viel Besseres als die Armee, die haben doch die Hamas. Mann, was haben denn die Hamas, haben veraltete Schrottwaffen, Mann, die haben doch nichts. Warum? Nein. Die Israelis, die haben deutsche Panzer bekommen, die haben F-16, F-22, die haben alles. Was haben die denn? Warte mal. Viele Rassen kommen aus der Türkei übrigens. Warte, Anwar, willst du mir gerade sagen, dass das kein Kriegzustand ist? Was ist es dann? Das ist einfach nur eine Tötung von Palästinensern. ist das eine Diskussion oder was, was die da haben? Hopp, du siehst doch, wie die mit Panzer auf Gebäude schießen, wie die mit Raketen von Flugzeugen auf Gebäude schießen. Panzer auf Gebäude schießen? Nein, nein, die machen das von oben, die machen das nicht von unten. Mit Geopat. Die kommen nicht mit Panzer und schießen auf Gebäude, die machen das von oben. hast du nicht die Videos gesehen? Von oben machen die das. Nein, auch mit Panzer. Auch mit, sag mal, Anwar, Ich hab die Videos bei mir, die werden immer wieder gelöscht, Mann. Fliegende Potser. Anwar. Bei TikTok, deine Quellen bei TikTok werden natürlich gelöscht. Nicht Quellen. Gerade ist der Moment ein Kriegszustand, ja. Das heißt, deine Hadithen. Hopp, bist du ehrlich, wenn du redest? Nur eine Frage. Nein. Du bist in der Armee gewesen, habe ich gehört. Ich weiß es jetzt nicht, ich habe es nur gehört. Und das ist nur einseitig. Israel hat die Waffen, Israel hat alles. Wer hat am 7. angefangen? Ja, okay, am 7. Ja, warte mal, ist die Hamas ohne Waffen reingekommen oder was? Aber wer hat 18.000 bis jetzt getötet? 18.000. Aber warte mal, am 7. sind die doch da reingekommen, haben einen Massaker angefangen. Und das ist, die Hamas nicht zu sich. aber wer hat denn bis jetzt 18.000 getötet? Von wo hast du diese Zahl? Ja, aus dem Fernsehen. Okay, von wo hat Al Jazeera das? Von der Hamas. Ist das, glauben wir der Hamas oder nicht? Ich weiß nicht, ob die das von der Hamas haben, aber... Glauben wir der Hamas? Ja, die Hamas ist ja da. Das hat die Weltgesundheitsorganisation. Okay, von wem haben die das? Von der Hamas? Die WHO. Ja, die Hamas hat das von, die haben das von der Hamas. Also, glauben wir dem Terror oder nicht? Da kann man den ZDF glauben, die gesagt haben, glaubst du der Hamas? Ja oder nein? Da hat Hamas geredet? Da hat das Fernsehen geredet? die Sprecherin. die Hamas gibt die Zahlen weiter. Glauben wir hier der Hamas? Ich glaube nicht der Hamas. Glaubst du der Hamas? Also, wenn die die Zahlen weitergeben, das ist garantiert unter die, unter die Zahlen. Das sind noch mehr, die sind bestimmt über 25. Achso, die Hamas sagt noch weniger. Ja, also, bestimmt auch ein bisschen an den Zahlen. So ein bisschen. Dann distanzierst du dich ja gar nicht von der Hamas, sehe ich gerade. Ich distanzier mich von jeglicher Art von Terror. Du hast doch gesagt, dass es Muslime sind. Anwar, warte mal ganz kurz. Du hast gerade gesagt, einer, der geschmacklos, und ich wiederhole, geschmacklos vor deiner Augen ein Gottesbuch zerreißt, der kriegt zwei Backpfeifen. Du kannst dich von gar nicht distanzieren mit so einer Aussage. Warum? Warum kann ich mich distanzieren? Wenn jetzt, die, die das gemacht haben, diese Angriffe, ich distanzier mich komplett davon, aber die haben jetzt mittlerweile zehnmal mehr getötet, als dort getötet wurden. Warum können die nicht einfach aufhören? Warte mal, wer hat angefangen? Ja, Rob, es geht doch nicht, wer angefangen hat. Ich habe doch genug getötet. Hört doch auf damit. Warte mal, wenn ich, wenn ein, aber ich höre bei dir heraus, du bist ja nicht mehr für Waffen, warte mal, wenn jemand den Koran zerreißt, und du gehst und schlägst ihn, wer hat angefangen? Ja, er hat angefangen. Er hat angefangen. Im deutschen Gesetz hat der nicht für Frieden so. Warte mal, er hat angefangen. Ihr habt doch genug Leute getötet. Reicht das nicht? 18.000 Tote? Was hat er denn angefangen? Anwar, du brauchst, guck mal, nee. Nein. Nee. Du brauchst gar nicht, bis zu kommen. Nein, 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 ich höre ja immer in dem Stream, wo du bist. Dir macht das nichts aus, Jan, die 18.000 Tote. Haupt, wenn ihr fertig seid, kann ich gleich was dazu sagen. Warte mal, erwartest du jetzt, dass ich hier weine den ganzen Tag, oder was? Ja, aber ich verleine Ehrlichkeit von dir. Warte, weinst du, warte, weinst du, oder was? Dass du mir sagen kannst, ich muss hier trauern? Ja, natürlich traue ich um die Palästinensin. Du trauerst? Andere Frage, Andere, 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 wenn die Amerikaner, wenn die Amerikaner wieder, wenn die Amerikaner wieder muslimische Länder bombardieren, das ist ja in den letzten 40 Jahren relativ oft vorstauend. Warum trauen sie sich denn nicht einen Bodenkampf, Mann? Nein, haben sie übrigens auch. Was würden die verlieren? Beantworte mal die Frage, wo war denn der Mitgeführter? Wenn der Iran jetzt bombardiert wird als Schiiten, Ich habe für Irak, für Irak, ich habe bis jetzt noch... wenn ich sage zum Beispiel Iran, wäre dir scheißegal, weil ja... Iran ist, das Problem ist, einmal sind die mit denen, einmal sind die mit anderen. Nein, weil du hast doch gerade gesagt, Schiiten, und soweit ich weiß, sind die Iraner Schiiten, die Perser, dann hast du schon mal denen die Religion abgesprochen. Weißt du, wer das Schiitentum gegründet hat? Ein Jude. Abdullah ibn Sabah heißt das, der hat den Schiitentum gegründet. Das ist ein Jude. Ich lache jetzt, ab welchem Zeitpunkt? Das steht in den Büchern hoch. Das ist immer die Jude, Anwar, egal was es ist. Ich schwöre bei Gott, das hat ein Jude gegründet, der ist Abdullah ibn Sabah heißt das. Immer die Juden, das sind geheime Infos. Nicht immer die Juden, es gibt doch Juden, die sind für Palästina. Das sind keine richtigen Juden. Das sind aber Juden, die haben lange Locken. Warte mal, weißt du, welche Juden das sind? Das sind die Juden, die nicht in Israel leben, die sagen, wenn der Maschiach kommt, dann dürfen die wieder nach Israel. Weißt du, was dann passiert, wenn die in Israel wieder rein dürfen? Das sind die richtigen Juden, Mann. Du, du bist doch Elend. Dann will ich mal sehen, wir haben nämlich einen anderen Beweggrund, zurückzugehen. Diese drei Prozent, will ich mal sehen, wenn der Maschiach kommt, was passiert. Macht euch keine Sorgen, die Juden gibt es eh nicht. Oder Muslime, oder irgendjemand noch da ist. Warte ab, wenn der Maschiach kommt, was dann passiert. Was soll denn dann passieren? Die haben doch das Rechte auch zu leben. Bevor der Messias kommt, kommt das Finanzamt und zahlt euch 2000 Euro Steuern zurück, ohne Steuererklärung. Bevor das passiert, guck das. Du weißt, dass die Israelis, also die Israelis, warten auf den falschen Messias, ne? Du weißt, dass 70.000 mit denen mitgehen und die landen dann alle in der Hölle. Auf welchen Maschiach? Wer ist denn der Richtige? Der Richtige ist Isa, wenn der kommt, aber ihr wartet auf den Falschen. Ah, wir warten auf den Falschen, okay. Das heißt, du sollst lieber ein Moslem heiraten, dass du vielleicht ins Paradies kommst? Inshallah. Dass du dir ein bisschen Manieren beibringst, dass du nicht immer gegen den Islam sprichst. Ein bisschen Manieren, ich glaube, ich muss dir Manieren beibringen. Ich glaube, du musst hier irgendwas lernen, nicht ich. Ein Moslem wird dir schon, der wird dir schon den richtigen Weg zeigen. Ja, genau. Da kannst du nicht sagen, hör mal, Horst, sitz mal kurz. Wenn der Moslem vor dir steht, dann sitzt du automatisch. Stimmt, Ernva, weißt du was, du hast 100% recht, wenn ich so ein Moslem wie du bist, ja, heirate, dann habe ich gar nichts mehr zu sagen. Weißt du, was ich dann machen kann? Kinder, Küche, ja, kochen und mein Mund. 20 muslimische Kindermann, dass die Oma weg ist. Das kann ich machen, wenn ich mit so einem wie sie heiraten würde, dann habe ich keine Rechte mehr, dann kann ich einfach ganz leise sein, ja, dann darf ich nicht reden. Okay, das könntest du bei mir aber auch als ATS. War wohl nichts mit Sperren, nur mal so zu Info, ich habe einen TikTok-Manager, das dauert keine 10 Minuten und ich bin wieder frei, ja, also spart euch das, mehr sage ich euch nicht. Ich schicke mir die Nummer von dem, ein Account ist gerade gesperrt worden. Kann ich kurz was sagen, kann ich ganz kurz was sagen, also ich war selber jetzt auch, also ich war selber Muslim, ne, auch weil das so nie in Richtung Richtung. Warte, 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 Jonas, erst muss alle sagen, ob du ein Muslim bist, ja, weil er entscheidet das. Es reden zwei Leute gleichzeitig, ich warte, ich kriege gar nichts mit, warte mal, Hope bitte nochmal. Dann ist uns später wieder, ja. Der Anwar muss jetzt erstmal sagen, ob du wirklich ein Muslim bist, ja, was bist du denn für einer? Ja, also guck mal, ich sage dir ehrlich, also ganz kurz, Jonas bitte, ganz kurz, bevor ich gehe, Leute ab jetzt, ja ganz kurz Bruder, ich will noch kurz, ich gehe doch sofort raus, ab jetzt, wo ihr die seht, Leute, macht genauso wie die, meldet die die ganze Zeit wegen Belästigung. Das was die mit uns machen, man gibt denen zurück, die haben extra große. Sag, wenn die Scharia kommt, dann passiert mit dir was, also ich glaube, überleg dir nochmal, ob die Scharia kommen soll oder nicht. Mit mir? Ja. Glaubst du, ich hätte nur Hauch, einen Angst vor dem Tod? Ja, habt doch mal Angst, was nach dem Tod passiert. Was passiert danach? Was denken denn die Muslime, was mit dir nach dem Tod passiert? Ja, was denken denn die Muslime, ganz einfach, ja, ne? Erzähl mal bitte, erzähl mal bitte. Ich erzähle das nicht, also ich habe mega, Mögelahme vergeben. Weil du ganz genau weißt, dass diese Muslime, diese Muslime wissen ganz genau, wenn du einmal weg bist, dann bist du in der Hölle laut, diese Muslimen, weil die Muslime auch dir gegenüber den Teqvil sprechen. Aber du, Holzkopf, hast keine Ahnung davon. Du, Holzkopf, warum beleidigst du direkt mit Holzkopf? Ja, warum? Weil diese Argumentation von dir gar keinen Sinn ergibt. Also Anwar, ich lerne mich ja nicht mehr. Solche Leute wie der da unten sind das schuld, dass ich für ein paar Jahre in die Hölle muss, weil solchen Leuten gewinne ich auf jeden Fall erstmal ein Genick-Dings. Ja, merkt man, genau, das ist der Achlag und danach der Islam ist Frieden, der Islam ist Zusammenhalt, dies und das, ne? Und danach, ja, ich würde ihn gerne einen Genick machen. Halt zu, du bist erstmal ein unverschämtes Stück Scheiße, weil du hast gesagt, Danke, zeig weiter, dass ich dein Holzkopf wäre. Anwar, dann bist du wieder bei dem Web-Präsentation. Das sind Leute, das sind Leute, kommen und die mich beleidigen. Zeig weiter, wie der Islam ist. Komm, beleidige weiter, komm. Also Hope, sorry, jetzt wirklich, guck mal, der Jakobus ist dafür runtergegangen, also, ich streite mich heute nicht mit Anwar, aber das ist schon wieder eine beleidigende Richtung, da muss ich leider, da muss ich leider eine Mütlichkeit vorrufen. Anwar, schaffst du, Anwar, schaffst du es bitte nicht zu beleidigen, geht das? Ja, geht das? Ich entschuldige mich, Staffel, das ist gar kein Problem. Wenn du eine Entschuldigung möchtest, Entschuldigung, es tut mir leid, aber ich sage doch nicht, ich spreche deinen Genick, ich sage das doch nicht. Ja, weil so ein Latscher wie dir war ich eine Zeit lang ein Stück Scheiße, Mann. Glaub ich dir, dass du im Klassen hast? Glaub ich dir. Also, sorry, tut mir wirklich jetzt leid, guck mal, wir haben hier einen Mann oder willst du, dass man sich wie Ballett unterhält oder so? Oh, okay, wir sind Männer, wir sind Männer, wir machen das wie ein Mischleiter. du nennst mich Holzkopf und dann soll mit dir gar nichts passieren. Junos, wo bist du aufgewachsen? Du willst ihn töten, weil er dich Holzkopf nimmt, schau mal. Ich töte, das heißt, ich gebe es nicht. Mein Blut ist jetzt ja lauf, das passiert aber, wenn man einen Leidner das Knie kriegt. Weil wir sind wie Ungläubigen, wir Kuffare sind Schweine und Hunde und Affen. Das hat nichts mit Kuffaren zu tun. Es gibt doch Ungläubige, die nett sind, aber du bist einer. Ich bin nett. Trotzdem bin ich der Meinung, dass dich irgendein Punkt in deinem Leben radikalisiert hat. Und das ist meine Meinung. Das Ding ist, guck mal, man kann ja sagen, im Allgemeinen, das soll jetzt keine Provokation an die Muslime sagen. Mann, der nennt mich Holzkopf und dir sagt, ich darf dir nichts sagen. Was seid ihr für welche? Ich hab mich doch gerade eben bei dir entschuldigt. Scheiß auf deine Entschuldigung, Mann. Warum bist du nachtragend? Bevor du irgendwas, du denk drüber nach, Mann. Man kann sich entschuldigen dafür, du hast mich nicht entschuldigt. Anwalt, Jonas, Jonas, warte ganz kurz. Anwalt, wenn einer das Buch zerreißt, ich sag, guck mal, ich sag auch Respekt schon gar nicht, welches Buch. Das Buch zerreißt gibt es in den zwei Backpfeifen. Jetzt rastest du wegen dem Wort Holzkopf schon so krass aus. Ich glaub dir kein Wort, dass es Nutzerbezeiten sind. Holzkopf ist... Nein, das kostet mich jetzt mein Leben wegen diesem Wort. Seit dem Kindergarten oder rede ich überhaupt schon? Ruckter Palmen-Penis. Nein, das Ding ist ganz gut. Es soll ja keine Provokation an die ganzen Muslime sein. Es soll ja keine Provokation an die ganzen Muslime sein. Und Anwar, ich entschuldige mich bei dir, das ist gar kein Problem. Ich rede nicht mal mit so einem Kindergartenkind. Ja, alles gut, Anwar. Du bist ein erwachsener Mann mit Ero und Stolz. Okay, haben wir verstanden. Okay, guck mal, die ganzen Muslime, die ganzen Muslime, die ganzen Muslime, schau mal. Nenn einen draußen mal Holzkopf, mal gucken, was du mit dir machst. Guck mal, lass mich doch mal ausreden. Lass mich ausreden. Ich weiß, die Wahrheit tut weh, aber lass mich bitte ausreden. Guck mal, es gibt sehr, es gibt sehr, sehr viele Muslime und das ist das, was Menschen kritisieren an dem Islam. Es gibt viele Muslime, die eben gewalttätig sind, die gefährlich sind, die eben in Kulturen aufwachsen, wo es ganz gefährlich ist. Das gibt es in allen Religionen. Anwar, bitte lass mich ausreden. Ich weiß, die Wahrheit tut weh, aber bitte lass mich ausreden. Guck mal. Und diese Leute, Okay, du warst ein Muslim, sagst du. Ja, warst du ein Muslim? Ja, antworte ich dir, antworte ich dir. Bitte lass mich ausreden. Warte mal drei Fragen, ob du Muslim hast. Ich beantworte dir 1.000 Fragen. Lass mich ausreden. Sag mal, das ist das Schahud kurz. Mach mal das Schahud kurz. Ich weiß, die Wahrheit tut weh. Lass mich ausreden. Mach mal das Schahud kurz. Ey, brauchst du einen Nuckel? Mach einen Tschahud, ich will hören, ob du Muslim hast. Mach mal was in deinem Mund rein, damit du mal was sagen willst. Mach mal ein Tschahud. Mach ein Tschahud. Komm. Gucken, ob du Muslim hast. So, lass mich bitte ausreden. Mach den Tschahud oder du bist kein Muslim. Was warst kein Muslim? Was ist Tschahud? Mach das. Willst du, dass ich Turen rezitiere? Sag mir das auf Deutsch oder sag mir das auf Türkisch. Verstehe deine Agra. Das heißt so, da steht in jedem Hadithbuch drin, mach es. Komm. Ja, was heißt das denn? Du warst nie ein Muslim. Der sagt, mach es. Erklärt das nicht mal. Erklärt das nicht mal. Ich kann für dich die Schahada aussprechen. Ich kann für dich die Surah aussprechen. Immer diese Lüge, die die hier hinbringen. Das Schahada kann sogar ein Papagei aussprechen. Das ist nicht... Es gibt viele, die das nicht können. Der war nie ein Muslim. Woher holt ihr die? Bezahlt ihr die oder ich weiß es nicht mehr? Soll ich dir eine Tariatus-Sura aussprechen? Kommst du von ihr? Soll ich die Fatiha aussprechen? Fast jeder kennt das. Guck mal, seine Ausrede an. Guck mal, seine Ausrede an. Ey, Ammar. Obstallallahu alayhi wa sallam. Bro, guck mal, ich bin Türke. Ich bin Türke. 90% unserer Landsleute sind muslimisch. Also bitte, rede gar nicht. Yunus, ganz kurz. Bitte, rede nicht. Ganz kurz. Hört ihr mich beide? Ja. Okay, guck mal, ganz kurz jetzt. Ammar, bitte. Also, guck mal. Wir haben hier einen Bruder runtergenommen, der wirklich ein Bruder von mir ist, okay? Und das nagt gerade sehr an mir. Ich weiß, dass das Bruder von mir ist. Das als er. Und die ganze Warteanwache, bitte lass mich ausreden. Du darfst sofort wieder reden. Aber lass mich den Punkt bitte eben machen. Wir lassen dich hier oben, okay, damit du dich verteidigen kannst, damit du auch deinen Standpunkt klar machen kannst. Wir sind viele. Wenn einer von uns runtergeht, können wir das verkraften. Ist gar kein Problem. Wenn du runtergehst, dann ist niemand zum Reden da und keiner, der deinen Standpunkt vertritt. Wir lassen dir diese ganze Zeit, diese respektvoll, diese Möglichkeit. Und wir haben einen Bruder, der Jakobus ist wirklich ein, 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 ein. Ich liebe ihn, okay? Ich liebe Jakobus. Also, wenn du ihn, nochmal seinen Namen verunglimpst, ich setze mich über Hopen weg. Ich werde dich runternehmen. Ich sage dir das ganz ehrlich. Also, bitte lass das sein. Anwar, genau so sieht es aus. Okay, bitte, bitte benimm dich. Ich habe ihn extra runtergeschmissen, ja. Aber du machst hier weiter. Kann ich eine Frage stellen, Jonas? Bitte, bitte, Anwar. Ja, bitte, bitte. Ich würde den Anwar gerne was fragen. Guck mal, Anwar, guck mal. Ich will mit dir gar nicht streiten, weil ich habe dir vorhin was gesagt. Es macht keinen Sinn, dich zu überzeugen. Du hast eine so krasse Meinung. Da hilft nichts gegen. Ich kann dir nur eine Frage stellen. Anwar, du liegst zu Hause mit Grippe im Bett. Ich habe gerade Grippe. Okay, du nimmst auch Medizin zu dir, oder? Ja, gerade noch nicht bis morgen zum Arzt. So, du gehst zu einem Kuffar als Arzt, der dir... Mein Arzt ist kein Kefir. Mein Arzt ist ein Muslim. Die Medikamente, die er dir gibt. Elhamdulillah. Mashallah, achi, mashallah. Ey, die Medikamente, die er dir gibt, sind die auch allein? Die Medikamente, also ich frage ihn immer, ist da irgendwas drin, wenn er sagt... Es ist ein Paradoxum, was du vorhast. Es ist ein Paradoxum. Du lebst in einem christlich geprägten Land, wünschst dir die Scharia in Europa, profitierst von deren ungläubigen Institutionen, beziehungsweise von Produkten, die nicht durch muslimische Hand geflossen sind. Bruder... Wer hat euch denn gezeigt, Medizin und so, das kam vom Islam? Ja, guck mal, du weißt ganz genau, was ich meine und du weißt auch, dass ich recht habe. Du weißt ganz genau, dass ich recht habe. Du fährst wahrscheinlich ein Auto, was auch nicht aus einem arabischen Land kommt, weil ich nicht wüsste, ob es Araber jemals geschafft, bei meinem Auto herzustellen. Haben die nicht, weil du weißt genau, die haben alle Verträge mit Kofar, 120 Jahre dürfen die nicht vorstellen. Anwar, es ist ein so krasses Paradoxum, ohne Scheiß... Kennst du nicht den Versailler Vertrag? Nein, 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 nein. Fang jetzt nicht an, über die Türkei zu reden, guck mal. Warte, 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 wegen Versailler Vertrag, das ist die größte Lüge, die auf die Welt gesetzt wurde, dass man 100 Jahre lang nicht auf die türkische Ressourcen setzen kann. In Frankreich, in Tunesien... Anwar, warte, 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 schau mal, Anwar, ich lege es dir wirklich ans Herz, bitte liest dir den Versailler Vertrag durch, so einen Paragrafen wirst du da drin nicht finden, es ist die größte Lüge. Anwar, sag mir, warum Türkei nichts herstellen durfte. Erst jetzt fangen wir... Wer sagt denn, wer sagt denn, dass die Türkei nichts herstellen durfte, was redest du da eigentlich? Eigene Autos zum Beispiel. Hä, die stellen doch... Es gibt doch einige, es gibt doch eigene Autos, die hergestellt wurden. Ja, Morat und so, die sehen aus wie Fiat Regatta, man, das sind keine Türkei... Es wurden Autos hergestellt, es wurden Autos hergestellt, das ist zwischenarabisch... Also steht der Versailler Vertrag, wie die Autos aussehen sollen, die Türkei produziert hat, oder was? Warte, 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 zeig mir mal bitte, zeig mir mal bitte eine bekannte tunesische Automarke. Tunesien darf man jetzt noch nichts herstellen. Okay, alles klar, hör mal zu, es spielt aber keine Rolle, was die Türkei macht, ja, weil wenn wir über Türkei reden, da kann ich definitiv nicht sachlich bleiben, weil die werde ich mit Händen und Füßen verteidigen, so wie du deinen Koran verteidigst. Eine andere Sache. Was ist mit der Luft? Es macht, es macht, es macht, na guck mal, ich will dir doch... Also die laizistische Türkei, ne? Es macht keinen Sinn, was du erzählst. Es macht für dich Sinn. Es macht, du bist am falschen Ort. Ich will dir nicht sagen, wo du leben sollst. Ich bin nicht so einer. Ich komme nicht mit AfD-Rhetorik, ja? Ich werde dir nur eine Sache sagen. Das, was du vorhast, das, was in deinem Kopf rumschwirrt, ist nicht kompatibel mit ganz Europa. Und das, was du vorhast, passt nicht mit dem Leben. Es ist für dich viel zu viel Sünde. Du machst die Haustür auf, ist Sünde. Eine halbnackte Frau kommt dir in deinen Augen im Sommer entgegen. Du musst deinen Blick senken. Du musst so viele Sachen betrachten. Es macht doch gar keinen Spaß für dich hier. Wir senken unsere Blicke, ja? Ja, wenn du dir... Der Islam kann überall leben. Das ist nicht das Problem. Nein, guck mal, anti-alles, anti-alles. Weißt du was? Guck mal, das Ding ist, die meisten Muslime, die in Europa leben, guck mal, das ist die Wahrheit, die sie nicht aussprechen wollen. Sie genießen eigentlich die ganzen Perspektiven und die ganzen Möglichkeiten, die sie in europäischen Ländern haben. Sie genießen es. Glaub mir, diejenigen, die wirklich wahrhaftig sind und ehrlich hinter ihrer Ideologie und hinter ihrer Religion stehen, die sagen, diese Länder hier sind Kuffar-Staaten, sind ungläubig Staaten. Hier wird Tag für Tag immer mehr gesündigt. Selbst die Steuern sind eine Sünde an den Kuffar-Staat, an den ungläubigen Staat. Diejenigen, die sind so wahrhaftig und ehrlich und ich respektiere das vollkommen, wandern dann aus in Länder, wo Menschen praktisch umgeben sind, die denen ähneln. Dann wandern sie dort aus, führen ein ganz normales Leben. Ihre Frauen sind so krass bedeckt, dass auch die Handschuhe tragen werden. Lass mich ausreden. Guck mal, er weiß, dass ich die Wahrheit rede, deswegen lässt er mich nicht ausreden. Da gibt's gar nichts auszureden. Sogar Frauen werden dann, sogar Frauen tragen. Nein, will er nicht. Er wollte die Scharia in Europa haben. Frauen tragen Handschuhe. Okay, er kann's ja wollen, aber auch jetzt bekommt es die Hand. Guck mal, er lässt mich nicht ausreden. Haupt, kannst du den bitte stumm, weil er will mich nicht ausreden lassen, wenn ich die Wahrheit rede. Wer redet denn? Wer redet denn? Ich bin's, Yunus. Yunus. Nein, aber wer redet dir dazwischen? Anwar, Anwar redet mir die ganze Zeit dazwischen, weil er weiß, dass ich die Wahrheit spreche. Anwar. Das war nicht Anwar, das war Asus. Es gibt Muslime, die auswandern in Länder, wo die Frauen dort Handschuhe tragen, wo sie wirklich alles bedecken, von Kopf bis Fuß alles bedecken und dort läuft das nach der Männerkultur. Ja, deswegen genießen sie es dort und verziehen sich aus europäischen Ländern. Vor denen habe ich einen ganz großen Respekt. Aber Leute, die hier praktisch einen Dschihad machen, Dschihad in Weihnachtsmärkten oder auf TikToker dann, Freibädern oder keine Ahnung was, die respektiere ich nicht, weil sie genießen die Möglichkeiten hier. Ich würde sagen, ich hätte Respekt, wenn du auswanderst. Warum soll ich was sagen? Ich bin Leizist. Du kriegst den in den Arsch. Ich bin Leizist. Warum soll ich was sagen? So einer wie du, den würde ich nichts anvertrauen. Ich bin richtiger Türke. Hör mal zu, hör mal zu. Du bist ein richtiger Türke, es muss man. Glaubt mir, glaubt mir, ich bin ein richtiger Türke und meine Vorfahren. Nein, nein, nein. Hör mal zu, Anwar, Anwar, lass mich ausreden. Ich bin... Du, du, ganz kurz zu dieser Aussage, ich bin extra von der Toilette nochmal zurückgekommen. Richtige Türke, richtige Türke, richtige Türke, richtige Türke, richtige Türke sind keine Moslems. Ganz kurz, ja, 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 ich weiß, ich weiß, ganz kurz. Richtige Mosle, richtige Türken sind richtige Moslems. Nein, 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 das stimmt so nicht. Wer eine Geschichte. Warte mal, warte mal, Anwar, was sind denn, was sind denn ganz gut? Ich bin Türke, ich bin Türke. Rischige Türken, Osmanen, stolze Türken sind Muslime. Hör mal zu, hör mal zu. Guck mal. Das sind richtige Türken, die von Mustafa Kemal Atatürk gekommen sind. Ja, Atatürk sagte mal einen sehr guten Spruch. Atatürk. Möge mit Pharao und der Hölle. Der ist für dich ein Schirk. Hör mal zu. Mustafa Kemal Atatürk sagte. Weil du was gesagt hast, werde ich dir jetzt was zeigen. Komm. Ja, ganz kurz. Mustafa Kemal Atatürk sagte, selbst wenn unser Körper, selbst wenn unser Körper im Osten ist, sind unsere Gedanken im Westen. Wir sind westlich orientierte Menschen. Warum hat er so ein Foto? Der hat doch Aramea getötet. Wir Türken sind für die Modernisierung gewesen. Wir wollten immer einen Schritt näher zu Europa. Die Türkei, die heute ist. Der hat Aramea getötet. Die Türkei im heutigen Zustand ist nicht die Türkei vor 100 Jahren. Das sind keine richtigen Türken, die Scharia fordern. Das sind keine richtigen Türken. Das sind Araber vielleicht, aber das sind keine Türken. Türken sind modern eingestellt. Die Türken konzentrieren sich auf die Bildung. Die Türken machen keine Feindseligkeit gegen europäische Länder. Ey, ich würde mal... Du bist so modern, dass du mit deiner Frau tötern den Zwinger... Die richtigen Türken werden von europäischen Ländern und Deutschland akzeptiert. Yunus, es ist doch egal, Bruder. Der wird das eh niemals verstehen, weil er seine eigene Meinung hat. Wenn er sagt, die richtigen Türken sind Muslime und lehnen alles andere ab, was nichts islamisches ist. Es ist wichtig, dass das besprochen wird. Entschuldigung, dass ich unterbrechen. Nein, Bruder. Das sind keine Muslime. Schau mal. Du sagst es nicht. Damit die Welt sieht, damit die Welt das wahre Gesicht sieht und nicht einfach nur denkt, ein Erdogan ist der Repräsentant der Türken. Nein, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ich habe gerade Besuch bekommen. Die Christen vom Ursprung her. Bis die Araber, dass du mich hochgeholt hast. Anwar, du kannst dich auf den Kopf stellen und mit den Händen lachen. Anwar, Anwar, darf ich... Ich bin gerade hier hochgekommen. Darf ich mal bitte mit ihm reden? Weil du wolltest gerade nicht unterbrochen werden. Dann lass mich schnell meine Frage stellen, bitte. Bei mir wird es gleich laut. Ich habe Besuch hier. Anwar, hast du zwei Minuten? Ich will dir nur eine Frage. Eine direkte Frage stellen. Was willst du mich denn fragen, Mann? Du bist vollkommen falsch. Nein, nein, du sagst doch, du glaubst ja daran, dass es 73 Gruppierungen im Islam gibt, oder nicht? Ja, da glaube ich nicht dran. Das hat der Prophet SAW gesagt. Okay. Dann glaubst du ja daran. Das stimmt. Ja, du glaubst dran. Ja, ich glaub dran. Okay. Aber schau mal, Yunus hat doch gerade eben gesagt, weil er die Hadith abgelehnt hat, hast du gesagt zu ihm, dass er sowieso schon einen Kerfer hat. Wer die Hadith ablifft, natürlich. Ja, aber wo? Ich meine, gibt es innerhalb der Sunniten 73 Gruppen? Es gibt innerhalb des Islams 73 Gruppen. Okay, dann sind auch Schiiten für dich Kuffar. Schiiten, die Rafi sind, sind Kuffar, ja. Ja, aber auch die Schiiten, jeder Schiite lehnt eure Quellen ab, Muslim und Bukhari. Schiiten, Schiiten, die Rafi sind und die lehnen komplette Quellen ab, die sind doch keine Muslime, die lehnen doch die Sahaba ab. Nein. Geht doch gar nicht. Schau mal, die Schiiten, ich kenne keinen einzigen Schiiten, der sagt, ich glaube an Sahih Muslim und Sahih Bukhari. Die Rafi sind, nein, nein, es gibt welche, die glauben schon an ein paar Hadithe. Gibt es, gibt es. Sie haben ihre eigenen Hadithe. Es gibt eine Abspaltung von den Schiiten. Die Osmanen waren also keine Schiiten. Hey! Sufis! Aleikum Salafim. Osman, wer sagt immer Sufis, Mann, wer ist das? Sufi! Ja, also, ey, also ich ganz ehrlich, keine Ahnung, Alter. Du musst dich mal mit dem Islam befassen, rette deine Seele, Wallah. Also, Anwar, ich muss eine Sache sagen, also auf jeden Fall hat mich gefreut, dass ich mit dir reden konnte. Du musst, also ich, meiner Meinung nach, bist du gegenüber mir sehr respektvoll geblieben. Ja, weil ich habe, meine zwei besten Freunde sind Aleviten und das sind auch richtige Bebrecher. Kannst du mir mal erklären, wo war das respektvoll, wenn er sagt, du bist kein Moslem? Nein, schau mal, schau mal, warte, 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 warte. Ich erzähle dir jetzt, warum das respektvoll war. Hopp, wolltest du gerade Benzin ins Feuer gießen? Nein, nein, nein. Feuer ist schon da. Ja. Hopp, weil er sich auf seine eigenen Quellen beruft und sagt, laut meiner Quellen, weil mein Prophet in meiner Quellen sagt. Ja, bei seinen Quellen ist ja auch seine Meinung. Ja, und das ist dann schon mal respektlos. Respektlos wäre für mich, wenn er mich persönlich in meiner Person beleidigt. Aber wenn er bezogen auf seinen eigenen Quellen sagt, Aleviten sind Kuffar, dann ist das einfach seine Meinung. Und ganz ehrlich, es interessiert mich auch gar nicht, wenn er sagt, Aleviten sind Kuffar, dann soll er das, er kann tausendmal sagen. Ich sehe mich selber als Muslim. Ich glaube an Allah und ich sehe den Propheten Mohammed als den Siegler. Wer nicht betet, ist kein Muslim. Das hat nichts mit Aleviten zu tun. Und ich sage dir, schau mal, ich sage dir, Aleviten beten nicht so wie Sunniten. Dann sind auch alle... Ich habe eine Frage. Sagst du denn, Ali ist Prophet? Ich sage nicht, Ali ist Prophet. Niemals. Peygamber? Ich sage niemals, dass Imam Ali... Dann möge Allah dich recht gehalten und mögst du beten wie wir. Ich sage niemals, dass Imam Ali... Nicht wie wir, mögst du beten wie der Prophet. Das kann ich dir nur sagen, weil irgendwann stehen wir beide auch vor Allah und dann heißt es ja nicht, ich hatte dir... Steht nirgendwo. Ich werde nirgendwo stehen. Es gibt keinen Gott. Punkt. Das Einzige, wo ihr steht, irgendwann vor einem Gefängnisgitter, weil ihr eure Religion so ausgelebt habt, wie ihr es verstanden habt und Leute dadurch zu Schaden gekommen sind. Das ist das Einzige, wo ihr stehen werdet. Tja, und dann, was soll man dann machen? Da kann man halt nichts machen. Ist halt so. Hast du recht. Das ist hart gesagt, aber das ist immerhin die Tatsache. Weil guck mal, das Problem ist, wir haben natürlich Muslime, die sind rechtstreu. Die arbeiten zum Beispiel, sind froh in Deutschland zu leben. Mit denen ist ja generell gar kein Problem. Und das soll ja keine Hetze hier sein oder Provokation hier sein. Mir geht es und wahrscheinlich auch um die Kritiker geht es letztendlich darum, dass hier in Deutschland Dschihad gefordert wird. Hier in Deutschland wird Scharia gefordert. Jetzt kommt der hier mit seinem Dschihad. Hör mal zu, bitte. Das macht den Menschen Angst. Gott sei Dank bist du weg von dem Islam. Allah ist von dir weggegangen. Der Islam hat sich von dir entfernt. Guck mal, lass mich ausreden. Guck mal, du unterbrichst jeden. Du unterbrichst jeden. Aber wenn hier jemand argumentiert, ja, dann unterbrichst du mich. Du argumentierst dich. Du bist so ein richtiger. Du bist so eine Warze am Hintern. Kannst du den bitte stark halten? Kannst du den bitte stark halten? Der macht das immer bei mir, weil der weiß, meine Worte tun dem weh. Kannst du den bitte stark halten? Nein, deine Worte. Wenn deine Worte bringen noch nicht mal... Oder passt doch. Wir haben gerade gelernt, Allah ist von dir weggelaufen. Guck mal, hör mal zu. Hör mal zu. Ich weiß, du kannst nichts anderes ausprobieren. Allah ist von ihm weggelaufen. Ich weiß, du was zu sagen. Allah hat sich von ihm entfernt. In Deutschland wird Scharia gefordert. In Deutschland wird Scharia gefordert. In Deutschland wird Scharia gefordert. Das macht den Menschen Angst. Das macht den Kindern Angst. Willst du das nicht verstehen? Also Angst habe ich, wenn ich höre 1. Samuel 15.3. Letztens wollten die noch einen Weihnachtsmarkt in die Luft springen. Von was redest du denn eigentlich? Die wollten im Gottesnamen einen Weihnachtsmarkt in die Luft springen. Das war doch alles inszeniert, man. Ja, hat nichts mit dem Islam zu tun, ne? Das ist jedes Mal eure billige Ausrede. Ja, das ist dein neuestes Sport. Wenn das ist dann hinsichtlich, ist es inszeniert. Wenn du an deinem Weihnachtsmarkt vorbei legst, hältst du dir die Ohren zu und die Augen zu? Ich gehe nicht da hin. Er will doch gar nicht meine Worte verstehen. Ich will die ganze Zeit diese Mandeln essen, aber ich weiß nicht, wem ich da hinschicken soll. Ich bring dir welche, dann kannst du mir noch auf die Fresse. Willst du eine Scharia in Deutschland? Hör mal, Antti, alles. Warum willst du unbedingt ein paar auf die Fresse haben? Nein, du hast das heute gesagt und ich mach die Fresse auch nicht. Ich bring mir ein paar Mandeln mit. Zum Dank hole ich mir ein paar Backpfeifen ab. Ne, Digga, ich gib's auf, mit dem kann man nicht reden. Mit dem kann man nicht reden. Ja, mit mir, sowieso. Du bist ein Heuchler. Mit dir kann man nicht reden. Du bist ein Heuchler. Wenn du auf der Suche nach der Wahrheit wärst, wenn du auf der Suche nach Verständnis wärst, würdest du zuhören. Das gibt's bei eurer Kultur nicht. Wir sind auf der Wahrheit. Dann würdest du zuhören, während du auf der Wahrheit wärst. Wenn du auf der Seite der Wahrheit wärst, dann würdest du zuhören. Islam ist die einzigste Wahrheit. Es gibt keine andere. Dann bitte ziehen den Dschihad. Auf geht's, Anwar. Welchen Dschihad? Such dir einen aus. Geh auf Fortnite und mach deinen Dschihad. Das Problem ist, dieser Yunus, der guckt zu viel Denzel Washington und sowas. Nein, das ist... Yunus, bitte. Ich hab Anwar eine Frage. Dein Bruder beispielsweise. Ich sag jetzt extra den Namen nicht, das tut hier nichts zur Sache. Aber dein Bruder, du kennst ihn. Was sagt ihr eigentlich dazu, was du sagst? Seid ihr einer Meinung? Kleinen Kommentar, Mann. Nein, die sind nicht einer Meinung. Ja, aber du kannst deine familiäre Situation nicht einschätzen. Ich mag den Ander, der ist mir gegenüber seit dem Anfangsstart. Aber mein Bruder ist hier. Alles gut. Nein, nein. Will der hoch? Guck mal, Ander. Anwar. Anwar. Ich bringe dir Mandeln mit. Wenn du ernsthaft das Bedürfnis hast, Mandeln zu essen. Ich bringe dir Mandeln mit. Ich mein, dass du das kannst. Halleluja. Hi. Willst du, dass ich dir Mandeln hole? Sag mal, guck mal. Hast du die alle aufgehöhlt hier? Halleluja. Nein, nein. Die haben mich beleidigt die ganze Zeit. Ja, Anwar, ich hab dich nicht beleidigt. Was? Wer hat dich beleidigt? So, Anwar, kann ich den Mandeln mit Prämie? Ne, ich film es, sag ich schon. Anwar, Dorsten. Ich helfe meinen Bruder auf euch. Du hast mich mit Prämie gedroht. Ahud. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Und Hob, was geht? Was macht ihr alle gerade hier? Dein Bruder geht. Ja, ihr wisst ja, dass ich immer zu meinem Bruder stehe. So, und dann sag ich jetzt mal zu dem, was alles gesagt wurde. Ich würde gerne einmal so eine Runde machen. Ah, Jonas, du sagst zum Beispiel hier fordern Scharia, tralala, tralala, tralala. So, erstens, wenn Scharia hier gefordert wird, dann weiß ich nicht, wo das gefordert wurde. Gibt es dazu einen Akteneintrag im Bundestag? Sag ich dir. Bruder hat das gesagt, Femi. Bitte? Sag ich dir. Bruder möchte das in Europa. Stopp, stopp, stopp. Ihr wisst doch, wie dieser Staat hier funktioniert, oder? Wir haben Bundestag, Bundesrat, da wird alles verabschiedet, oder? Gibt es irgendwie ein Protokoll darüber, dass das gefordert wurde und abgelehnt im Bundestag? Also, hier in TikTok schreien ja natürlich alle. Nein, Femi. Ja, sag ich dir. Femi, sag ich dir. Gar kein Problem. Das ist auf den Straßen. Ja, ja. In Demonstrationen. Nein, nicht nur auf den Straßen. Nein, nein, nein. Auf den Straßen sind Klimakleber. Da sind keine Ahnung was. Die fordern alle irgendwas. So, das ist alles absolut uninteressant. Was auf den Straßen geht und was jemand fordert und was bekommt, ist... Ja, warte mal, Femi. Was ist denn interessant? Ja, Hope, deine... Folgendes. Erstmal ist interessant, wie... Warte mal, Arnold, kannst du dich kurz stummen? Ja, ich hab gesagt, ich hab Besuch, ich geh runter. Nein, bitte nicht. Nein, bleib mal noch. Nein. Bleib mal noch. Nein. Alter, was? Beleidigt ihr mich oder ihr wollt mich nicht reden lassen? Wir beleidigen dich doch gar nicht. Hast du von mir eine Beleidigung gehört? Anwar, ich wollte dir mangel mitbringen. Anwar, ich komm zu dir besuchen. Hoop. Hoop, hörst du nicht? Ja. Nimm mich mal runter auf Feris Halber dann einmal bitte den Jakobus auch hoch, weil jetzt können die dann auch mal direkt, ohne Beleidigungen, bitte alle beide auch mal direkt miteinander sprechen. Wenn dieser Jakobus hochgeht, ich geh runter. Du mein Anwar schon wieder, bitte. Anwar, bitte. Ich würd den gerne draußen treffen. Anwar, bitte. Sei du mal ruhig ganz kurz, weil dieser Typ ist direkt hochgekommen mit Aggression. Nimm mich mal runter und nimm mal Jakobus bitte. Nein, aber die werden sich gestreiten. Nein, nein, ich geh runter, ich geh runter. Was würdest du denn machen, wenn du ihn draußen triffst, Anwar? Ich will den in einen heiligen Kuss gehen. In einen heiligen Kuss? Ich werd in die Fresse pulieren ganz einfach. Jawoll. Drohst du gerade offiziell auf TikTok jemanden Schläge an, ja? Hör zu, du Stück Scheiße. Ich weiß nicht, ob du bist sowieso... Ach, jetzt beleidigst du auch noch. Der Jakobus ist auch kein Mann für mich. Ja? Du drohst öffentlich den Leuten... Halt die Schnauze, Mann. Du solltest wirklich mal über deine Akte nachdenken, ob das so in Ordnung ist, in der Öffentlichkeit anderen Leuten zu drohen. Ja? Denk mal wirklich drüber nach, Anwar. Wir leben in Deutschland, da gibt es Gesetze an, die du dich halten sollst. Anwar, Anwar. Was du machen willst? Jakobus. Du willst von mir weggehen. Ganz einfach. Allahu Akbar. Wallahi, das will ich sehen. Allahu Akbar. Allah ist nicht gut. Allah ist nicht gut. Du bist... Du bist... Weißt du was? Du bist erst mal meine Handkütteln. Ich will das sehen. Ich will sehen, dass ich Angst vor dir habe. Ich will das sehen. Ich will sehen, dass ich Angst vor dir habe. Du bist aggressiver. Du bist aggressiv ein Mensch und beleidigst die Menschen. Ich hab nichts drauf. Ich will sehen, dass ich vor dir Angst habe. Ich will das sehen. Gib mal arbeiten. Gib mal arbeiten, Junge. Du bist arbeitsloser Typ bist du. Gib mal arbeiten. Du beziehst ein Stück Bürgergeld. Gib mal arbeiten. Du bist den ganzen Tag auf TikTok. Gib mal arbeiten, Junge. Leute, Leute. Was ist das jetzt hier Beleidigungen? Das ist keine Beleidigung. Das ist nicht korrekt von dir. Ich hab nicht beleidigt. Ich rede nur. Jakobus. Der Ich Bin hat doch dir irgendwas gesagt, oder? Fem. Salaamu alaikum. So. Nein. So. Der Anwar hat eine Verstoßwarnung bekommen. Es wird auch Zeit, dass er da was bekommt. Der hat ja die ganze Zeit die Leute beleidigt. Ist doch nicht normal, der Typ. Leute, Leute, Leute. Der fängt hier die ganze Zeit mit Scharia. Scharia und hier sagt er, ich will nicht. Was ist los mit ihm? Seht ihr? Das alles wäre nicht ohne Religion. Ohne Religion hätten wir sowas nicht. Eigentlich hätten wir sowas nicht, wenn Atatürk an der Macht wäre. Richtig. Ja, natürlich. Da gebe ich dir recht. Da gebe ich dir recht. Da gebe ich dir recht. Mit Atatürk gab es Frieden. Mit Atatürk gab es Frieden. Der Bruder sieht das anders. Der findet, dass Atatürk nicht da sein sollte. Ja, aber er hat ja auch nicht dieselben Zugang zu wissen wie ich. Ja, da gebe ich dir recht. Darf ich dir was fragen? Fehmi, respektvoll. Darf ich dich respektvoll was fragen? Wir haben ja sowieso auf null gestellt alles. Genau, guck mal. Du sagst, er hat nicht den gleichen Zugang zu den Informationen. Aber du bist ja... Ich hoffe, ich darf das jetzt hier sagen. Also euren Familienstand, dass du sein Bruder bist. Ja, natürlich. Ist ja kein Problem. Deswegen, guck mal. Die Frage ist wirklich, ihr seid für mich wie zwei verschiedene Personen. Okay? Wir haben unsere Sache gehabt, du und ich. Wir haben Khair gemacht. Ist alles in Ordnung. Und du merkst, guck mal, ich habe heute auch versucht. Also ich weiß nicht, wie lange du zuhörst. Die anderen können das bestätigen. Ich habe sogar geduldet, dass ein Bruder von mir runter geht. Okay? Was mir sehr, sehr weh tut. Weil ich der Meinung bin, dass er jetzt nicht so beleidigend war, wie er selber das gemacht hat. Aber ist jetzt eine andere Sache. Ähm, ich habe heute ganz normal mit ihm geredet. Ich habe sogar den Leuten gesagt, bitte, wenn, wenn ihr ihn, ähm, wenn unser Chat ihn beleidigt, bitte die Mots, die sollen ihn, äh, die sollen die Leute stummen. Also wir haben schon versucht, auch die HOPE mehr als fair. Guck mal. Der Jakobus ist wirklich sehr oft auch bei der HOPE drinne. Und, ähm, äh, sie hat... Was sagt man für mich sagen? Wie? Ach, lex, alter. Boah. Einmal nur mit Spaß hier, ey. Wie bitte? Nix, ich mach nur Spaß. Okay, äh, ich musste bei dem Spaß auch gerade zweimal drüber nachdenken, was... Ey, HOPE, äh, ganz kurz, ganz kurz. Das wurde gestummt, weil er Atatürk geschrieben hat. Wie bitte? Das sagt ihr die ganze Zeit. Ich hab den nicht gestummt. Ich hab... Die HOPE hat den auch nicht gestummt. Warte, warte. Ja, aber könnt ihr... Aber könnt ihr den entstummt, weil der hat ja nichts Schleches gesagt. Ja, natürlich. Warte, ich guck mal, wer ihn gestummt hat. Das war dann ein Versehen. Also ganz kurz, ich würde das gerne weiter ausführen. Ähm, äh, meine Frage an Fahmi deswegen. Guck mal, Fahmi. Wir haben hier mehr als fair sind wir mit ihm umgegangen. Er ist hier oben geblieben, obwohl er hart beleidigt hat teilweise. Und Sachen gesagt hat, die wirklich nicht in Ordnung sind. Ich möchte jetzt keinen Streit mit ihm anfangen oder sonst irgendetwas. Aber wir haben sogar einen Bruder runtergenommen. Und, 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 ähm, damit er einfach, weil er alleine als Sunni hier oben war, damit er sich auch alleine weiter verteidigen kann. Jetzt ist meine Frage, weil du sagst, er hat nicht diesen Zugang zum Wissen wie du. Hast du denn selber jetzt auch kein... Redet ihr nicht darüber oder korrigierst du ihn nicht, oder? Wir reden und wir sind darüber und wir machen alles so miteinander. Ich sehe nur halt ein Pendant. Also ich sehe genau solche Kaliber auch von euch, sage ich jetzt mal. Also es gibt Leute, die sind halt irgendwie fürs Grobe nur gedacht. Ich kann mir das anders nicht erklären. Ist halt so. Der hat halt seine Meinung so auf die Art und Weise geäußert. Weißt du, guck mal, hätten wir nicht so was Tolles hier wie das Grundgesetz oder Verfassung, das ist ja irgendwie der kleinste gemeinsame Nenner von allen. Also jetzt unabhängig jetzt von Christen und Islam und sowas. Sondern es gibt ja auch noch diverse andere Ansichten. Ob das jetzt, was weiß ich, Rechte, Gesinnung und keine Ahnung was. Also wir hätten uns, hätten wir nicht so was wie so ein kleinsamer, gemeinsamer Nenner wie die Verfassung, dann würden wir echt uns alle so an die Gurge gehen. Deshalb, ja, du hast halt, du hast halt immer Leute, die irgendwo, ich sag jetzt mal, du hast, das Gesetz ist wie so eine Klippe und du gehst die ganze Zeit so am Rand. Und wenn du dich zu sehr am Rand setzt, dann ist das egal, wer du bist. Du fällst dann halt runter und gegebenenfalls kommst du dann dafür in den Knast. Das ist, das ändert nichts. Jeder trägt seinen Lastern selber für sich. Ich schütze, ich halte auch immer meine schützende Hand vor ihm. Er soll auch sagen, was er will und er soll an seiner, an seiner Rhetorik nichts ändern, weil Freiheit, klar, wir wissen, es gibt irgendwo Grenzen. Und wenn er die überschreitet, dann habe ich ihn nicht dazu gebracht. Aber der trägt dann halt seine Verantwortung selber. Ändert nichts an der Tatsache, dass es mein Bruder ist und ich für ihn einstehe. Das ist uns ja klar. Nein, nein, guck mal, ich will jetzt keinen Fittner machen zwischen dir und deinem Bruder. Ich würde für meinen Bruder und Schwester und Familie oder Freunde auch alles tun. Darum geht es gar nicht. Meine Frage war halt einfach nur, weil du auch ganz anders redest. Und da die Frage halt ist, so ist da kein Einfluss drauf. Ich habe dir ja schon mal gesagt, damals auch im Streit, habe ich dir ein paar Mal gesagt, so bring mal deinen Bruder unter Kontrolle. Kannst du dich noch erinnern? Ich weiß, aber schau mal. Nein, warte, warte ganz kurz. Du darfst gleich darauf antworten. Und da frage ich mich tatsächlich, also ihr kommt aus einem Haus und ihr seid Brüder. Klar sind Menschen immer unterschiedlich, auch wenn sie Brüder sind. Aber ich würde dich bitten, wirklich von mir eine inständige Bitte, vielleicht ein bisschen auf ihn einzuwirken, weil guck mal, das sind nicht die einzigen Sachen, die geflossen sind. Der Devrim, dem wurde abgesprochen, dass er Muslim ist und all diese ganzen Sachen, wo ich dann auch sage so, ja, da hört es bei mir irgendwo auf. Deswegen meine Frage, religiös betrachtet, siehst du das auch so, dass Devrim als, und das ist jetzt kein Fütter machen, ich möchte nur verstehen, woher das kommt, was er sagt oder ob das bei dir auch ist, ob das bei Sunniten normal ist. Dieses Denken, ist Devrim als Alevit kein Muslim? Ja, auf gar keinen Fall sage ich sowas. Also für mich ist Folgendes. Jemand, der sich sogar idealistisch, also nur idealistisch zum Islam bekennt, der hat nichts mit irgendwas am Hut. Idealistisch heißt für mich, der glaubt halt an Gott und der sagt halt, ich habe zwar keine Ahnung von dem Islam, aber das ist richtig, der könnte der größte, also nein, um Gottes, der größte Kocksucker sein und was weiß ich was, der ist für mich ein Muslim, fertig. Also nicht auf Devrim bezogen jetzt, ne? Nein, 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 ich weiß schon. Warte mal, warte mal. Was, was hast du gesagt? Nein, nein, nein. Spaß, 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 Spaß. Du weißt, was ich meine, ich bin, ne? Ich weiß, was du meinst, ne? Nein, nein, ich habe das schon verstanden, auf jeden Fall. Guck mal, das, was ich halt so sehe, beobachte, rein objektiv, ja, es gibt hier so Streams, die hauen ordentlich gegen den Islam und es gibt Streams, die hauen ordentlich gegen das Christentum und irgendwo sind dort irgendwie gleich viele Hauptschüler drin, also habe ich so das Gefühl oder zumindest Leute, an denen das Bildungssystem vorbeigegangen ist, ob das jetzt unter den Muslimen ist oder unter den Christen, die haben alle einen Dachschaden, das ist leider so. Aber Femi, darf ich dich ganz kurz unterbrechen? Ja, klar. Vorhin war jemand oben, warum packt man sich diese Leute nicht zur Seite und redet mit denen, wenn, wenn Leute hier hochkommen und sagen, äh, Dings, ähm, zum Glück, ja, ne, Allahu Akbar, zum Glück ist das passiert, äh, äh, Dings, dass, dass Aleviten damals abgeschlachtet worden sind. Oh, ja, das ist wahr. Ja, das sind, Bruder, das sind auch noch, schau mal, wenn ich, es tut mir wirklich leid, wenn ich das sagen muss, Bruder. Ehrlich, jetzt fehlt mir wirklich, ich habe selber sunnitische Freunde. Ja. Aber es gibt, es gibt innerhalb dieser Gemeinde, sag ich jetzt mal, oder innerhalb dieser Gemeinschaft Leute, die das wirklich feiern. Ja, aber schau mal, guck mal. Und warum packt man sich diese Leute nicht zur Seite und man quatscht mit denen ein bisschen? Naja, äh, okay, schau mal, ähm, das, was, äh, du hast mir, wir hatten ja mal gesprochen über diese Fatwa und, äh, von, von diesen bestimmten Sultan einer bestimmten Epoche, die ist, äh, katastrophal, würde ich, äh, äh, komplett dagegen sein und ablehnen und, weißt du, es ist aber halt ein Bestandteil der Geschichte, was man nicht ändern kann. Also ich, ich kann ja jetzt nicht die Geschichte rückgängig machen, ich kann halt nur sagen, das ist halt scheiß, eine scheiß Fatwa gewesen in dem, äh, in der Epoche, weißt du, nur die Frage ist halt so, ähm, da ist, ähm, man muss sich auch wirklich die verschiedenen Reiche anschauen, die, äh, äh, nach dem, äh, Anfängen des Islams so entstanden sind. Ob das jetzt Marmelukken, Selchukken, keine Ahnung, äh, Abbasia, Umayia, Fatimia, äh, was weiß ich, das sind so viele verschiedene, äh, Dynastien, äh, die irgendwo auch innerlich, äh, ähm, auch Muslime, äh, also innerislamische Fights hatten, wo die auch, äh, Minderheiten abgeschlachtet haben und was weiß ich, ob das jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob du die verschiedenen Epochen kennst und da waren, äh, die, die, die Strömungen, die waren, also, beziehungsweise die machtpolitische, äh, Verhältnisse waren halt, manchmal lag, äh, das Machtzentrum bei den Schiiten und manchmal halt bei den Sunniten, also innerislamisch war das schon, äh, schon, äh, äh, schon zerfetzt danach im Osmanischen Reich und, äh, in den Anfängen, sag ich mal, sind natürlich viel, ist auch viel Scheiße passiert, zum Schluss hin war, äh, das, äh, Osmanische Reich sehr, sehr tolerant und da gibt's, äh, 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 Leute, die verklagt wurden wegen Homosexualität, aber die sind entlasten worden, äh, auch selbst, die augenscheinlich das beobachtet haben und, äh, dem Osmanischen Reich ganz zum Ende hin war das halt sogar, äh, äh, erlaubt und, äh, weißt du, die verschiedenen, äh, die verschiedenen Situationen, die dort, ähm, halt, äh, herrschten, äh, und da haben wir heute irgendwie kaum Einfluss drauf. Was wir aber sagen können ist so, hey, wir leben hier in dieses wunderbare Deutschland, äh, äh, in anderen Ländern, äh, wenn wir so ein, so ein, so ein Format aufziehen wie hier TikTok und wir reden dort über Präsidenten, was weiß ich, über Assisi und keine Ahnung was, ich schwöre bei Gott, die machen das so, dass du nicht mal geboren wurdest, ja, und wir können uns echt, äh, froh, äh, äh, schätzen oder, äh, schätzen, dass wir hier, äh, äh, so diese Redefreiheit haben. Ich sag jetzt halt, ähm, viele Sachen, ähm, die ich halt sehe, würde ich so nicht machen. Ich verstehe Kritik, Kritik gegenüber Islam, Kritik gegen Muslime. Das ist ja sicher, wenn man auch in der Zeit schaut, äh, insbesondere, ähm, hier wo Atatürk, also ich sag jetzt mal, ähm, äh, 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 die, 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 der Zerfall der verschiedenen, äh, 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 oder, da ist ja ein Osmanisches Reich zerfallen. Äh, äh, das Einzige, was, äh, ohne, ohne Einfluss des Westens entstanden ist, ist die Türkei. Der Rest ist alles westlicher Einfluss. Also, und da haben sich auch die, ähm, äh, klar gab's dort auch, äh, von der einen Seite kamen die Araber und von der linken Seite kamen die Türken und, äh, haben dann auch, äh, kurzen Prozess, also ich entschuldige, wenn ich das so kurzen Prozess nenne, äh, ekelhafte, äh, Sache mit den Armeniern und was weiß ich was gemacht. Das ist halt, äh, in der Geschichte passiert und das da kann auch keiner irgendwie leugnen, ne? Das, äh, das ist nun mal passiert. Ähm, ähm, aber kurze Frage, ist das Thema heute Atatürk, weil gerade dieses, äh, Bild von ihm da ist? Ich glaube, Hope hat das als Provokation genommen, weil, äh, dein Bruder gesagt hat. Weil ich, äh, ich hab nicht so was... Du hast es eigentlich sehr gut auf den Punkt gebracht. Es ist passiert. Ja. Es ist passiert und man sollte es nicht leugnen, aber man sollte sich doch auch nicht darüber lustig machen, oder? Und das Ganze befürworten und Zuspruch geben und genau das, äh, und genau das ist nämlich vorhin hier passiert, ja? Ähm, ähm, ich weiß echt nicht, was schiefgelaufen ist, äh, in diesem Punkt so, weißt du? Äh, bei dieser ganzen Truppe. Ja, es geht hier um eine ganze Truppe auf TikTok, äh, diese, sag ich mal, diese Gruppierung, weil das sind in meinen Augen und ich denke mal auch in den Augen von allen, die das jetzt auch mitbekommen haben, nochmal und gehört haben, ja, äh, einfach diese radikalen Muslime, ähm, die, die sogar bereit sind, sag ich immer, für, für, für den IS zu kämpfen. Verstehst du? So geben die sich, genau so ist denen ihre, ihre Ideologie. Ja, ein Takvil auf jeden und alles machen, was denen nicht passt und, äh, jeden und alles, was denen nicht in den Kragen kommt, abschlachten. Ja, äh, ich stimme dir dazu, The Punisher. Ich kann dir eine Sache sagen auch, ne? Ähm, ich hab auch viele, viele Chats, wo mir auch Leute den, äh, Islam abraten. Ich hab sogar, äh, Christen, die mir geschrieben haben, du bist kein Muslim, weil du nicht das und das und das, eins zu eins, tralala, ein und der. Ähm, weißt du, was... Schreiben die mir auch, ich sag mal, ihr habt recht. Nein, äh, weißt du, wie die mir tangieren? Die tangieren mir alle peripherisch. Ich hab sogar, guck mal, ich sehe mich sogar als Deutscher und, äh, ein Großteil sagt halt, ja, 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 mhm, genau, Deutscher, mhm, ja, ja, weißt du, die sind mir alle total egal. Ich lass mir mein Deutschsein nicht absprechen, das heißt, ich hab, ähm, äh, ich bin ja hier aufgewachsen, ich bin ein Endprodukt dieser Gesellschaft, ich trage auch diese Gesellschaft mit nach vorne. Ähm, ähm, und, und guck auch, dass diese, äh, dass das, das Gebilde, was wir hier so in Deutschland haben, auch so lange existieren soll, weil wir können halt alle machen, was wir wollen. Klar, nur nicht aus der Reihe tanzen, aber ich würde, äh, es ist halt sehr, sehr gerecht hier, ja, spätestens vor Gericht, ja, kriegst du dein Recht hier. Weil, weil dort ist nur Aktenlage. Gib mir ein Gesetz, äh, zeig mir, gegen was ich verstoßen hab, der Richter sagt dann, alles klar, du warst, äh, falsch, zack, und dann fällt der Hammer und du kriegst dein Recht. Also das, und genau das will ich halt auch weiter vorantreiben, ja, und, äh, die Leute, die sich irgendwie so, so eine IS, ähm, äh, wie soll ich das sagen, auch selbst die Arabische Liga, und wenn jemand die Arabische Liga kennt, das sind halt alle arabischen Länder vertreten, die haben auch ganz, ganz klipp und klares Statement gegen solche, also wir, die sind, die, diese IS, die ist motiviert aus dem Islam heraus, die, ähm, ähm, klar, das kann, äh, selbst wenn wir irgendwie sagen, ja, das sind keine nicht die wahren Muslimen, aber, weißt du, The Punisher, ähm, das, was ich halt immer von dir höre, oder beziehungsweise auch sehr, sehr schätze, ist, äh, du sagst ja auch immer, pass mal auf, die haben nicht im Auftrag Jesu geheiratet, äh, geheiratet, äh, fast geheiratet, äh, agiert, ja, die, äh, dort irgendwie welche, äh, ich sag jetzt mal, ähm, Missetaten gemacht haben. Und genauso sag ich, dass diejenigen, die irgendwie, ähm, sich einer Ideologie anschließen, die absolut international verächtet ist, und ich sehe halt den Geist Gottes sozusagen über die Vereinigten Nationen, und, äh, wer aus der Reihe tanzt, der handelt auch nicht im, äh, im Auftrag Gottes, und der muss halt neutralisiert werden, egal wie, äh, und, äh, ist mir egal, ob sich irgendjemand dem IS anschließt, ja, äh, der wird halt bekämpft, und dann wird halt jemand die Radieschen von unten zählen. Ist mir, der, der kann, äh, Koran beten, wie der will, der hat so eine wunderschöne Stimme, der kann das auswendig, zack, ist der, erzählt der die Radieschen, das ist mir egal, also, so krass bin ich in so Sachen, ne, also, ähm, nur um klipp und klar mein, äh, ja, meine Sichtweise auf dem Sachverhalt zu sehen. Und ganz zum Schluss, ich fand, äh, Atatürk klug, egal, wer irgendwie was sagt, weil die Türkei ist unabhängig vom Westen, natürlich haben die ein NATO-Bündnis, aber, ähm, absolut unbeeinflussbar vom Westen, wie die ganzen anderen kakerlaken Araberstaaten dort. Entschuldigt meine, ähm, meinen Ausfall. So, und das war's. Amen. Ne, mutt man zurück in mir, ne? Aber, Fahni, darf ich dir was fragen? Ja, klar. Äh, Fahni, also, wenn man jetzt so schaut, was du jetzt da erzählst, sage ich jetzt, okay, nehmen wir so an. Äh, du sprichst ja, glaube ich, jetzt mehr so von der westlichen Seite. Aber wenn wir jetzt, sagen wir jetzt 1400 Jahre Geschichte Islam jetzt liest und die ganze Verse suchen und alles, tralala, alles, so, man kennt die auch alle mittlerweile. Und ich sage jetzt, ob du jetzt, du jetzt oder deine Eltern als den, als Deutsche angenommen wurdet. So, ihr habt ja bei den quasi bei der Stadt oder bei der Stadt allerdings, äh, bei, was weiß ich, geschworen, dass ihr halt den Grundgesetz nicht überstreitet quasi. Aber das widerspricht sich doch, wenn ich jetzt den Koran nehme und halt quasi den, äh, Grundgesetz nebeneinander stelle, dann ist das doch widersprüchliche Seite, weil Grundgesetz sagt nicht über die Menschen. Verstehst du? Und das Buch, dein Buch sagt über die Menschen. Ja, wie geht das denn? Und du läufst ja dann über dein Buch. Nein. Du läufst ja zu deinem Buch. Wie geht das denn dann? Das verstehe ich nicht von dir, weil du das jedes Mal sagst, ich, äh, nehme natürlich den, äh, äh, den Islam ein. Ich habe den, ich bin Moslem, aber dein Moslem ist quasi gegen das Grundgesetz. Wie darf ich das denn verstehen? Wie willst du das denn rüberbringen? Ganz einfach. Das Grundgesetz steht auch über dein Jesus. Ist so. Fertig. Da gibt es ja, da steht, der Jesus, äh, ja, äh, da müssen wir nicht lange rumfackeln, das, ich habe ja eben auch gerade gesagt, das ist der kleinste gemeinsame Nenner, an dem wir, äh, alle festhalten, wo wir uns nicht gegenseitig zerfleischen. Deshalb, ähm, äh, weißt du auch, äh, ja, äh, auch der, auch der, auch in Suche 5, Vers 1, heißt es, Ja, eyuhaladina, amanu, aufu, bil, aukudi, ja, oh, ihr Gläubigen, haltet euch an die Verträge, ja. Also das heißt, man ist, und derjenige, der die deutsche Staatsangehörigkeit annimmt, sich, äh, der muss sich auch treu zu diesem Land verhalten, ja. Weil dieses Land bringt auch Gerechtigkeit. Und wenn es bedeutet, ja, und das sage ich so ganz klar, wenn zum Beispiel Deutschland eine, ähm, äh, im Bundestag ein Mandat entsteht, äh, 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 entsteht, äh, um in Tunesien militärisch zu intervenieren, dann hat Tunesien ein großes Problem. Es, äh, verbreitet Ungerechtigkeit und wir müssen dagegen kämpfen. Das ist so. Und wenn jemand Deutschland angreift, ja, wie, was in letzter Zeit wahrscheinlich nicht unwahrscheinlich ist, wegen der Ukraine- und Russlandkrieg, äh, dann kann es auch sogar passieren, dass Deutschland verteidigt werden muss gegenüber, ähm, äh, Russland. Und da gehe ich auch dann mit. Und wenn ich dort sterbe, dann stehe ich vor Gott und sage, ich habe gegen Ungerechtigkeit gekämpft. Und, äh, bitte um die Barmherr, äh, äh, trotzdem um Erbarmen und um Einlass ins Paradies. Was ist denn da dran jetzt falsch? Also, ähm, weißt du, die Verfassung, die gewährt uns allen hier, Religionsfreiheit und dass man sich dazu bekennt, auch als Muslim, ist absolut nicht im Widerspruch zu, zu dem Koran oder sowas, sondern wir kommen einfach da alle miteinander klar. Das ist, da, 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 ich verstehe deine Kausalität nicht. Also, äh, daher ist die eigentlich von unserer Seite aus betrachtet falsch. Also, ich bin zum Beispiel, ich habe ja auch dem Staat hier gedient und das heißt auch, äh, ich war auch im Einsatz für dieses Land. Und jemand, der mir auch noch, äh, ich weiß nicht, der ist ein 18. Generation Deutscher und sagt zu mir, ja, du bist kein Deutscher, dann frage ich mich auch, was hast du für dieses Land getan, Motherfucker? Also, äh, ne, so, genau das Gleiche kann ich auch halt sagen. Also, ja, manche haben ja einfach nur ein Verständnis, ein falsches Verständnis. So, ähm, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, ich hoffe, ich konnte zumindest ein bisschen aufklären, aber letztendlich fand ich Atatürk ein sehr kluger Stratege, aber seine Taten im Zusammenhang mit den Armeniern kann man jetzt nicht lustig reden. Das war doch vor Atatürk, Bruder. Ja, ne, ne, ähm, nicht, äh, nicht, äh, nicht den, äh, mit den Armeniern, sondern im Zusammenhang mit der... Du machst in Dersim, ja, Dersim. In Dersim, sorry, äh, wow, äh, sorry. Ja, aber das war seine Stiftuchter. Ja, aber die Araber sind da auch scheiße von, äh, gewesen, ne, also das muss man auch sagen. Ach so, ja, ähm, ne, das ist halt so, ähm, ja, ich hoffe, ich... Ich habe da nichts verstanden, ehrlich zu sein, was du da erzählst hast, ehrlich zu sein, habe ich nicht verstanden. Also ich weiß, du sprach mir, was du... Nein, nein, das hat nicht eine Sprache, ich weiß nicht, einmal springst du so, einmal so, also authentisch bleibst du nicht. Also ich meine, wenn der Deutsche sagt, du bist Deutsche... Ja, natürlich, du wirst mir davor jetzt zu lügen, oder was? Nein, 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 ich habe nicht gesagt, dass du lügst. Ich habe, nein, 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 ich habe dir gesagt, ich wollte sagen, du sagst, du bist ein Deutscher. Und wenn der Islam hier herrscht, zu Wien, wirst du denn halten, zu den Grundsätzen, oder wirst du dann halt zu den Muslimen halten? Wenn der Islam hier herrscht, dann, äh, schau mal, folgendes. Nehmen wir mal... Wenn ich schade, ja, komm, was von deinem Bruder die ganze Zeit hier sprach, das ist meine Frage. Nein, schau mal, also erst einmal, wenn, wir wissen ja hier, dass hier nie wieder ein theokratisches System kommen wird. Egal, ob das jetzt, äh, also zumindest von der Geschichte her, weil, ähm, die Kirche hat ja hier auch nur Aufklärung, äh, bekommen, und nicht nur von, äh, von sich selbst aus, sondern vom Volk heraus, ne, also das, äh, wurde denen auch die Schranke verwiesen. Also genau so ist es auch so. Ich betreibe halt auch Aufklärungsarbeit, ja. Ja, und, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel so ein Horrorszenario für die Zukunft irgendwie prophezeist hier, ähm, ähm, dass es hier die Scharia herrschen wird oder sowas ähnliches. Ich weiß jetzt nicht, ob du überhaupt weißt, wie dieser Staat funktioniert und wie man eine Verfassungsänderung und was weiß ich was... Hier, er geht alle, macht vom Volk heraus, ja, und jedes Urteil wird hier auch im Namen des Volkes erstellt und nicht im Namen irgendeines theokratischen, äh, äh, theokratischen Gebildes. Und das ist, äh, auch gut so, ne, und ich weiß jetzt nicht, was du denkst. Denkst du, die Deutschen werden alle zum Islam konvertieren und danach... Nein, das macht man ja auch nicht, das macht man auch nicht mit Demokratie, die Scharia einpflanzen, sondern die macht man einfach. Meinst du, die gehen den offiziellen Weg, äh, hallo, Entschuldigung, äh, wir wollten mal nachfragen. Also, wird das dann sowas wie, äh, wie so eine, es gibt auch sowas ähnliches wie eine Darba hier, ne, also so eine, ähm, das irgendwie Militärputsch oder sowas, das irgendwie Muslime das Militär, äh, äh, einnehmen und danach, äh, hier auf den Bundestag zufahren, wie der 15. Juli... Nein, du siehst das ein bisschen zu verendet, du siehst das zu verendet, der Versuch alleine schon mit Gewalt sein, sein Recht durchzubringen, ja, ist schon, ist das Problem. Es glaubt auch keiner von denen selber, dass sie es schaffen würden. Und wenn du denen sagst, es werdet ihr nicht schaffen, dann heißt es, ihr werdet ja sehen. Meinst du, das wird über die, äh, über eine Briefwahl, äh, durch einen Volksabsch... äh, Volksentscheid geschlossen? Ja, wie soll das denn hier sonst... Kann ich einmal ganz kurz reingritschen, ich wollte mich nur kurz verabschieden. Äh, gutes Segen an alle und, ähm, schönen Abend noch und so gut will sehen wir uns und hören wir uns morgen. Ja, ich wünsch dir eine angenehme Macht, äh, macht es euch noch. Ich wünsch dir eine angenehme Macht, äh, gute Nacht. Wenn du willst, bekämpf ich das mal. Wie spät haben wir es, dass der schon geht? Ich will einfach mal auf die Couch gehen und, äh, wirklich einfach mal nur ein bisschen mal abschalten, kopfreifigen. Ja, ich würde auch gerne so ein bisschen abschalten. Der will einfach nur Werner gucken gehen, 100 pro. Ach nein, Anti, Anti. Ja. Ich möchte dich an eine Aussage erinnern. Du hast vorhin gesagt, wenn der Adwa's so neat ist, konvertierst du morgen zum Christentum. Er ist so neat. Wann taufe ich dich? Ich bin schon getauft, Bruder. Okay. Hab's dir erzählt. Nein, nein, er kommt zum Jugendtum. Er kommt zum Jugendtum. Nein, nein, allen Gottes Segen hier, Fahmi, auch dir, ja, und, äh, allen anderen im, im Chat. Ähm, wo Gott will und eine angenehme Macht. Aber, äh, weißt du, was ich, äh, für wahrscheinlicher halte, lieber Jakobus? Ich halte für, äh, für viel wahrscheinlicher, äh, dass irgendeine rechte Partei, ähm, so viel Zulauf bekommt, dass die die Verfassung ändert, ein Blut-und-Boden-Prinzip einführt und dann, äh, dich und mich aufs Katapult schmeißt, äh, schnallt und, fupp, und dann sagst du, ja, aber ich bin Christ, waaah, und fliegst währenddessen weg. Und ich auch. Das ist halt, äh, also, äh, das ist, halte ich für viel wahrscheinlicher, ne? Aber, äh, aber, äh, ich wollte auch nicht allzu lange machen, ich, ähm, würde euch jetzt auch gerne verlassen, wenn es okay ist. Femi, Bayern läuft gegen Stuttgart, 1-0 Bayern. Femi, ich hätte mal eine Frage, Femi. An mich oder wer, an wen? Nein, Devrim, ich habe eine, also, ich habe eine Frage an dich. Hallo? Devrim, okay. Du bist doch bestimmt so, äh, aktiv in, in dieser, ähm, Gemeinschaft, äh, was bezüglich Islam betrifft, ähm, und, äh, Moscheen und sowas. Kannst du mir erklären, warum bisher sich, äh, die muslimische Gemeinschaft nicht zusammengetan hat, um irgendwie eine Gesetzeslage durchzubringen, dass es verbietet, den Koran zu zerreißen oder zu verbrennen oder so? Puh, also, äh, erst einmal, wir sind unterirdisch dumm, kann ich dir schon mal sagen. Ich, äh, ich, ich, ich nehme das jetzt als, als Kollektivverantwortung, ja. War für mich nicht, dass dein Bruder dich gleich geschlägt, ne? Ja, ist, äh, ist mir egal. Äh, 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 ich bin älter, von daher kann er von mir eine Backpfeife bekommen. So, äh, Anna fragt, bin ich Tuneser? Ja, ich bin, also, ich bin ursprünglich Tuneser, ich bin Deutscher natürlich, so, okay, das muss immer in die Psyche rein. So, und dann, äh, Devrim, ähm, schau mal, äh, diese, für mich ist es so, der, äh, jemand macht von mir eine Fabrik auf für die Verbrennung von Koran und ich gehe da dran vorbei und mich juckt das gar nicht. Natürlich, natürlich. Mich juckt das sowas von gar nicht, das triggert mich noch nicht mal. Weil, äh, ich denke mir dann einfach nur, okay, das ist eine Verschwendung von Papier, weil göttliche Wörter wurden dort nur niedergeschrieben, das heißt, das ist nur eine Ausgabe davon, ja, äh, also, okay, wenn er meint, der kann damit die Umwelt verpesten, dann, äh, ja, also, verstehst du was? Ich meine, daher ist es eigentlich nicht erforderlich, ähm, da, da so ein Gesetz rauszubringen, die, äh, also, ich sag mal, in Dänemark, war das in Dänemark oder, ich weiß nicht, irgendein, ein, 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 ein skandinavisches Land, ähm. Schweden, 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 genau, Schweden, Schweden hat das jetzt irgendwie per Gesetz umgesetzt, aber, äh, ist das wegen Erdogan gewesen oder sowas, weil der hat irgendwie auch... Nein, nein, also in Schweden, in Schweden ist das ja seit, äh, 1991 Gebrauch gewesen, jeden Freitag ein Koran zu verbrennen, vor der Moschee. Okay, ja, aber, äh, ich, wie gesagt, das ist mir, äh, völlig Latte, auch, auch selbst diese Bilder oder Karikaturen von, äh, äh, angeblichen Mohammed oder sowas, äh, sind mir auch total Latte, also, vielleicht bin ich auch zu sehr deutsch, also, äh, und, äh, hab einfach das Bildungssystem sehr, sehr gut genossen, ne? Es ist einfach komplett das Gegenteil wie dein Bruder. Ja, 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 über Nacht ausgerufen, ja. Ja, äh, dann, ähm, hier, der Jaro, der sagt das halt, und, äh, in der Region hätte das Ganze, da sind ja sehr, sehr viele Muslime gewesen, ne? Äh, äh, da ist eigentlich nicht eine Scharia ausgerufen, sondern ein Gottesstaat in Iran, ne? Also, so muss man das, äh, also, das wird ja hier nicht passieren in Europa, allein wegen der geschichtlichen Verantwortung. Aber ich guck mal, guck mal, guck mal, da schreibst du in den Kommentaren, du bist ein Ungläubiger. Ja, 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 ich weiß. Aber die, schau mal, ähm, ich mag ihre Denklo, also ihre Denkweise und ihre, äh, ihre Logik auch in der Hinsicht, ähm, in, aber ich bin dennoch, ich, 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 ich bin Gläubiger, ich bete fünfmal am Tag, nur, ich sag halt auch, das ist eine ganz private Angelegenheit für jemanden, guck mal, in Zukunft werden wir zehn Milliarden, also nicht Muslime, sondern Menschen, ja? Ja, die Telegram. Ey, zehn Milliarden Menschen, weißt du, was das für die Erde bedeutet alles, ey, das ist schon krass. Ich glaube, irgendwann wird auch die Erde so, ähm, ein, ich weiß es nicht, ein Erdbeben oder sowas, äh, hervorbringend. Ja, ne, äh, zehn ist echt zu viel, Mann, ey, wir werden zehn Milliarden Menschen, das musst du dir mal wegtun. Äh, die, die Ressourcen sind ja sowieso schon im März aufgebraucht und wir, äh, ich weiß nicht, wo, wo das hinführt und ich glaube schon, dass es irgendwie, weil, äh, wenn ich so globalpolitisch denke, also nicht jetzt hier in, 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 in TikTok-Welt und ja, hier Christentum, ja, hier Islam, wir sind die Wahrheit, tralala, hin und her, ja, sondern, äh, globalpolitisch sind die Welten eigentlich eher so in Ost und West eingeteilt, ja, also diese westliche Gedankengut und dieses östliche, weil 50 Prozent stehen hinter Putin, ja, und 50 Prozent sind gegen den so irgendwie. Und, äh, und, äh, globalpolitisch betrachtet, äh, ist es nicht so in Islam und Christentum und was weiß ich, da geht's um, um ganz andere Sachen, da geht's irgendwie um Kommunismus und um Demokratie und, äh, und, äh, klar bin ich da auf der demokratischen Seite, also, und, äh, sehe da drin halt den Segen, dass ein Mensch sich frei entfalten darf. Ja, keine Ahnung, also, ist alles so ein krasses Thema, ich denke, wir sollten einfach gucken, dass wir alle irgendwie uns an die Verfassung halten und jedem sagen, hey, pass mal auf, ich finde dich zwar scheiße, aber du bist okay, so, ja, irgendwie, äh, Hauptsache, tanze nicht aus der Reihe, ansonsten packe ich dich in den Knast oder gucke dich ab, ja. Äh, äh, ich wollte nicht allzu lang aufhören. Lara, du bist noch der Knüller. Okay, Rob hat natürlich direkt wieder ihr, äh, ihr Bild dort reingepackt und ballert. Ich feiere ihr Humor. Femi, was sagst du zu meinem Bild, jetzt mal ganz ehrlich? Jetzt mal, oder zu meinem... Soll ich dir jetzt sagen, oh, das ist doch so... Ja, ja, ja. Jetzt mal ganz ehrlich. Das hört doch authentisch aus, oder? Ja, genau. Femi, rennen die Leute, für Femi rennen die Leute rückwärts, sie gehen mit Waffe durch den Koran und kommen ohne Waffe raus. Danke an Sie alles. Femi, jetzt mal ganz ehrlich, bin ich nicht kreativ, du kriegst jeden Tag fast ein anderes Bild. Ja, das ist schon kreativ. Weißt du, was das Problem ist? Du bist auch so ein bisschen wie Craig Hope. Weißt du, was ich meine mit Craig Hope? Nur Gefahr, Leute, kann sein, dass wir vielleicht morgen übermorgen nicht mehr sehen, die entführen den in so einen Scharia-Keller. Ja, warte, wenn die Odin kommt, wenn die Odin kommt, dann kann es passieren, ja? Liebe Leute, ich habe mal kurz ein kleines Rätsel spielt, ich werde die Antwort aber direkt selber liefern, weil ich voll lustig bin. Also, was rennt sich auf Bier? Da geht's! Achso, ich habe gedacht, Bier. Femi, was wolltest du mit Craig sagen? Ich sage mal so, du weißt ja, also deine Inhalte sind ja, ich bin ja eigentlich nicht deine Zielgruppe, aber trotzdem gucke ich mir halt alles an und deshalb denke ich mir halt, du bist so ein bisschen wie Craig. Warte mal, warte mal, du vergleichst mich gerade mit Craig. Nein, nein. Ja, aber das ist doch was Positives, er sagt, du bist eine Droge für ihn. So, äh, ja, alles gut. Also, willst du mir gerade sagen, dass du süchtig bist nach Craig? Nein, ich, achso, ja. Achso ist das, das wolltest du sagen. Scheiße, jetzt bin ich da. Nein, also dein, äh, schau mal. Äh, ich finde ja auch, du bist der Anwar in Weiblich eigentlich, so. Wie bist du? Aber von der anderen Seite. Ey, Leute, ich möchte, ich möchte nächste Woche in eine Brauerei fahren und hab da so eine Marketingidee. Ich würde ein eigenes Bier rausbringen, was ich, äh, Take Beer. Take Beer. Take Beer. Digga, was? Take Beer. Take Beer. Take T-A-K-E und dein Bier. Ey, das ist, das ist, das ist... Ja, aber was kommt, was kommt eigentlich nach, was sagt man eigentlich nach, Take Beer? Take Beer. Na ja, das mache ich nicht. Normal, normal sagst du doch dann an Lars Leckbar, oder? Nein, äh, äh... Nein, 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 nein. Sag vor allem gar nicht, dass wir Kuppen begehen. Ich muss das echt so, äh, als, äh, als Parodie so, äh, auf die Welt bringen, weil das würde tatsächlich viral gehen, glaube ich. Und dann, äh, äh, so Demo an, äh, Demo ankündigen, Take Beer. Aber ich dürfte nie wieder ausreisen. Ja, vielleicht. Ja, weiß ich nicht, also, okay, gut, ich... Also, äh, Femi, danke für das Kompliment, ja, also, ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Ich kann damit nichts anfangen. Ja, ich werde nach Israel gehen und eine Winterkollektion rausbringen und nenne den Schalen einfach Schalum. Schalum, 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 ja, ja, Schalum. Ach so, okay, das ist Art Alkohol. Schalum, Schalum. Hast du einen Schalum, Schal, oder was? Nein, ach komm, das... So, das ist auch... Bescheuert auch. Das ist schon wieder die 40, ey, das ist für mich. Leute, haltet die Ohren steif, jeder soll sagen, was ich will. Liebe für alle, Sex, Drogs und Alkohol. Warte und Crack, ja, und Crack. Nicht Crack vergessen. Nicht Crack, genau. Gut, dann, äh, so, dann haltet mal die Ohren steif. Nicht nur die Ohren. Nein, hob, baller, so richtig los die ganze Zeit, so wie du das die ganze Zeit machst. Ja, Femi, Femi, ich weiß, dass es dir gefällt, ja. Ja, ja, genau, naja, ich bin nicht so ein Sadist. So, nein, nein, ich bin eher so, ich mag lieber Girlfriend, äh, Art und Weise, das Girlfriend-Programm. Nein, so, und der Dings, der Devrim, der mag Face-Sitting. Was, was? Der Devrim, der hat dich jetzt einfach mal zum Spanking eingeladen. Aber warum wurde ich jetzt aus dem Nichts angegriffen? Ja, ich weiß, wo du Samstagsabends bist, Junge. Er hat sich kurz umgeguckt und hat sich gedacht, ach, der nennt sich auch Muslim, der ist ja eine Levite, yallah. So, nein, das war jetzt nur ein Scherz, also, ne? Ich weiß, ich weiß, alles gut. Alles gut, alles gut, wir haben alle Humor, Femi. Gut, dann haltet die Ohren steif, ballert so los, wie es die ganze Zeit macht. Bruder, ich schieße nirgendwo hin, ich schieße auf gar keine Seite. Ja, noch nicht mal auf dich selbst, das ist gut. Wenn man mit Femi eine Unterhaltung geführt hat, ist man danach fementiert. Fementiert, also ich, äh, ich habe, mir eilt ein Ruf nach, dass Leute ruhiger werden, wenn ich reinkomme. Ich nicht. Ja, du, du bringst die alle noch weiter. Nee, ich schlaf gerne mal ein, wenn du redest, weil du brauchst so lange, bis du zum Punkt kommst. Ich weiß, das liegt halt an, ich bin, ich wäre ein Philosoph gewesen normalerweise. So, und bevor ich jetzt hier auf Crack hängen bleibe, ich wünsche euch einen schönen Tag, Leute. Ich dir auch, mach's gut. So, tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss. Hey, mein Papagei geht mir voll auf die Nerven mittlerweile, gell? Tja, tja. Tja, tja. Seitdem er das gelernt hat hier, mit dem... Tja, tja. Tja, tja. Tja, tja. Tja, tja. Tja, tja. Tja, tja. Tja. Tja, tja. Tja, tja. Tja, tja. frage der dreht jetzt 20 mal um die kirche um die moschee aber zum punkt kommt er nicht er hat ausdauer hat er die leute der film ist nicht mehr da und wir reden jetzt nicht über etwas schlecht ist aber er kennt mich er kennt auch meine meinung das kann ich noch im gesicht sagen ich glaube das wird noch das wort des jahres was ist das eigentlich für ein bild was du da hast da steht toxik da sind alle religion aber was so gut ist der islam ist zweimal abgebildet ich kann nicht mehr was Was? Hey, redet nicht über mich. Ich hab nicht über dich geredet, ich hab nur Ja gesagt. Was hat der gesagt? Äh... Was hat der gesagt? Man kann alles essen, aber nicht alles wissen. Über dich ist nichts, mein Lieber. Boah, alles essen geht auch nicht. Ich bin jetzt schon wieder voll gefressen. Ja, auffassen, immer auffassen. Das ist wichtig. Schön. So, jetzt nachdem die Stimmung kaputt ist, äh, wollte ich mal fragen. Was geht heute noch? Okay, nichts. Ja, ich geh erstmal da runter. Hoop, danke, dass du mich nochmal hoch genommen hast. Und, äh... Jakobus, äh, das wird dir nochmal erklärt, ganz genau, was da passiert ist, okay? Das will ich jetzt nicht nochmal sagen hier. Ja, aber das ist gut, aber alles gut. Der Panischer meldet sich bei dir und der wird dir nochmal was erklären. Alles gut. Ich hab' nur geantwortet. Ich hab' nur geantwortet. Warte, warte Jakobus, warte. Warte, warte, wo ist der jetzt? Panischer. So. Hä? Ich kann dich nicht annehmen, Panischer. Ja. Der will es einfach nicht. Der will nicht. Jetzt. Warte, der dreht sich mal. Panischer. Ja, ja, ja. Schreib' den Jakobus, bitte später. Ich wollte dir nur sagen. Ich wollte dir nur sagen. Einmal und Jakobus. Danke, dass du da bist. Ja, äh, Panischer, später bitte dem was erklären, okay? Ich schicke erstmal Löwe, da mach' ich, da mach' ich was ansonsten. Du weißt, was ich dir schicke. Ohne Löwe läuft nix. Sei leise. Äh, Panischer, ich kann dir eine Schlange schicken. Ja, 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 ja. Ja. Panischer, ich mach' gleich Face-Sitting bei dir, ja? Von Devrim kommt, ähm, Regenwohnen. Äh, so, was machen wir? Wir müssen jetzt Fitna machen. Was für Fitna? Habt ihr das nicht gereicht, was gerade eben ist? Das war noch nix, Alter. Das war noch nix. 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 Wenn ich Fitna mache, alter Jakobus hat schon gesehen, wenn ich Fitna mache. Ja, ich bin einfach, ich bin einfach so Sturm und die gehen ab. Ey, wer auch immer mit 500 coins geschickt hat, vielen lieben Dank, ich hab' mich gar nicht bedankt. Ich war das. das war es nicht das war natalie ja das ist meine schwester wir sind ein immer was anderes als hintergrund lass mal hier ist sei langsam primetime das ist mir egal was er ist jetzt gemacht